Jeng Saborowski, Biest Gelesen von Uwe Teschner Eine Ostervolt-Audioproduktion, Hörbuch Hamburg Verlag 2012 Prolog Moskau, Russland, Juni 2011 Die ausladenden Kronleuchte des großen Saals im Kreml funkelten heute nur für Freunde des ewigen Präsidenten. Der normalerweise für den Empfang von Staatschefs reservierte riesige Raum, mit auf hochglanzpoliertem Reich mit Intarsien verzierten Parkett und den höchsten Decken, die Russland zu bieten hatte, stammte aus einer Zeit alter Größe. Aber Zeit und Größe verloren von jeher an den riesigen Pforten des russischsten aller Gebäudekomplexe Moskaus ihre Bedeutung. Was letzterer Einschätzung anging, hätte der Präsident im Scherz behaupten können, selbst die Lubyanka, jenes berühmt-berüchtigte KGB-Gefängnis, sei russischer als ausgerechnet der Kreml. Ein lautes Lachen wäre dieser Bemerkung zwangsläufig gefolgt, natürlich nur ein Scherz. Der heutige Abend unter handverlesenen Freunden des russischen Staatsoberhaupts, begleitet von sanften Streicherklängen und im funkelnden Licht der Kandelaber, war ein perfekter Anlass für solche intimen Scherze, deren Wahrheitsgehalt und ihre Undenkbarkeit zugleich die eigentliche Pointe bildeten. Das Biest, von dem niemand, der noch lebte, wußte, warum er so genannt wurde, betrat den Saal in Begleitung seiner Gattin um genau 19.55 Uhr, wie ihm ein zufriedener Blick auf seine reich verzierte goldene Armbanduhr verrät. Er kannte das Protokoll immer noch gut genug, um pünktlich zu sein, ohne wie ein alberner Speichellecker zu wirken. Er lächelte seiner Frau zu und hoffte, dass sie die Verlogenheit dahinter nicht bemerkte, denn natürlich wäre er viel lieber mit Marsha zum Präsidenten gegangen. Seine Augen schweiften unauffällig durch den Saal, und er entdeckte jede Menge bekannter Gesichter. Kein Wunder, schließlich drängte sich die halbe neue Elite Russlands um die gigantische Tafel, die sich, wie in guten alten Zeiten, unter opulenten Platten mit erlesenen Köstlichkeiten bog und die in etwa achtmal so viel Essen aufbot, wie die versammelte Runde in einer Woche hätte vertilgen können. Heute Abend galten die neuen Gesetze nicht, die vorschrieben, dass sich die russische Seele an die westliche Kultur annähern sollte, um nicht gestrig zu wirken. Das Biest lächelte ob des kleinen, aber für den Präsidenten bedeutenden Signals. Diese Nacht galt als Signal für die tiefe Verbundenheit der alten Machtzirkel mit der neuen, dünnen Elite, die, wie smarte Investmentbanker aussah, sich gewählt ausdrückte und weniger Wodka trank. Sie erfüllten auch heute Abend ihre perfekte Zweckehe, die Ex-KGB-Funktionäre und die neuen Eigentümer ehemaliger Staatsunternehmen wie Gazprom oder Vnestorkbank. Eine neue Runde mit den gleichen Spielern und ihren Ziehsöhnen. Während das Biest darüber sinnierte, betrachtete er das lilafarbene Abendkleid seiner Gattin und stellte sich seine 22-jährige Geliebte darin vor, was seine Frau mit resignierter Miene zur Kenntnis nahm. Sie standen etwas abseits, am Rand des riesigen Saals, und er starrte mit leeren Augen in die Menge. Wieder einmal wurde ihm nur allzu deutlich, dass er zwar dabei sein durfte, aber dennoch weit davon entfernt war, zu ihnen zu gehören. Er stand in der zweiten Reihe zwischen den Stühlen. Auch er hatte im Westen studiert, aber eben nicht in Harvard oder Cambridge, sondern nur an der Columbia. Von Jelzin hatte er einst die größte Tankstellenkette des Landes und einen Futtermittelhersteller erschlichen, abgesichert über einen Kredit bei einer Bank, die dann in die Pleite gerutscht war. Nicht nur seiner, sondern die Kredite der meisten hier Anwesenden waren als nicht pfändbar eingestuft worden, worüber jeder unabhängige Wirtschaftsprüfer nur den Kopf geschüttelt hätte. Doch nicht so der Insolvenzverwalter jener Bank, der in diesem Moment auf der anderen Seite des Raumes stand und gelangweilt die Perlen in seinem Champagnerglas zählte. Die Unternehmen besaß das Biest längst nicht mehr. Er hatte sie gegen lukrativere Beteiligungen eingetauscht. Er war schon immer das Deut cleverer gewesen, das ihn heute zum Außenseiter abstempelte. Wortlos nahm er seine Frau am Arm und schob sie in Richtung der für sie vorgesehenen Plätze, etwa zwanzig Stühle vom Gastgeber entfernt. Wenigstens als er sich setzte, erntete er das eine oder andere Schulterklopfen, mehr gönnerhaft als freundschaftlich. Dabei besaß auch er selbst unermesslich viel Geld. Er war nahe daran, ein Milliardär zu sein, zumindest auf dem Papier. Aber was zählte heute Abend schon eine Milliarde? In der Nähe des Präsidenten saßen Männer, deren Spesenkonto ähnlich viele Nullen aufwies wie sein gesamtes Investmentportfolio. Als ihr Gastgeber endlich an sein Glas klopfte und ihn damit aus seinen selbstzerstörerischen Gedanken riss, tätschelte er als eine Geste des guten Willens den Saum des Kleides seiner Frau. Sie lächelte ein wenig versonnen und ein wenig verächtlich. Ihr Tisch hatte kaum die erste Schicht des Kaviarberges auf dem großen Tablett abgetragen, als ein alter Bekannter, der deutlich näher beim Präsidenten saß, unvermittelt aufstand und das Glas erhob. »Auf ein starkes Russland!«, prostete er in die Runde. Gelangweilt schloss er sich dem Prosit an. Offenbar führten sie einige Tische weiter eine deutlich interessantere Unterhaltung. Es war offensichtlich, dass der Trinkspruch für alle anderen aus dem Zusammenhang gerissen war. »Meine lieben Freunde!«, halte plötzlich die kräftige Stimme des Präsidenten durch den Saal. »Wo er recht hat, hat er recht. Aber lassen Sie mich Ihnen ein Geheimnis verraten!« Wie immer klang seine Stimme nüchterner als die der anderen. Er hatte diese Symbiose eigens geschaffen. Der Reichtum der smarten jungen Männer war sein Teil ihrer stillen Abmachung, die im Gegenzug unbedingte politische Loyalität verlangte. Diejenigen von ihnen, die sich gegen ihn gewandt hatten, saßen im Gefängnis, wegen Steuerhinterziehung oder Hochverrats. »Die Stärke Russlands ist heute mehr denn je in Gefahr. Der russische Bär ist müde geworden über die Jahre. Der Hunger macht ihm zu schaffen, und die Einnahmen aus der Schaustellerei, die sich Weltzirkus nennt, sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren.« Er lachte laut, während sich der Rest des Tisches betreten abwendete. Dabei hatte er natürlich recht. Er sprach nur aus, was die dekadenten Milliardäre am Tisch angesichts ihres eigenen Luxuslebens nicht mehr interessierte. Politisch und volkswirtschaftlich steuerte Russland auf die Bedeutungslosigkeit zu. In dem Maße, in dem die Rohstoffe an Wichtigkeit verloren, schwand die Zukunftsfähigkeit ihres Landes. »Das Einzige«, fuhr ihr Gastgeber fort, »das Einzige, was Russland wirklich helfen würde, wären explodierende Rohstoffpreise. Unsere einzige Rettung ist noch immer dieses wunderbare Land.« »Was meint er damit?«, fragte sich das Biest. »Er sollte es in der nächsten Sekunde erfahren, und diese Sekunde würde sein Leben verändern, obwohl er das zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte.« Denn der alte und nach einem beispiellosen Coup auch der nächste Präsident des Landes fuhr fort. »Ich bitte euch, darüber nachzudenken. Bei euren Geschäften und Transaktionen«, skandierte er wie bei einer launigen Rede zu einem dieser lächerlichen amerikanischen Charity-Dinner. »Wie können wir sie dazu bringen, uns mehr für unsere wertvollen Güter zu bezahlen? Egal mit welchen Mitteln.« Er lachte laut. »Auf unser wunderbares Land, meine Freunde!« Dazu streckte er das halbvolle Wodka-Glas vors Gesicht. Erst waren es nur vereinzelte Lacher, aber je mehr der Anwesenden die gelungene Mischung aus Scherz und aberwitziger Wahrheit bewusst wurde, desto mehr stimmten ein. Alle leerten ihre Gläser in einem Zug, und der Präsident lachte selbstzufrieden in die Runde. Das Biest hatte das Gefühl, dass sein Blick eine halbe Sekunde länger an seinen Augen kleben blieb als an allen anderen. Egal mit welchen Mitteln. Er hatte doch nur einen Scherz gemacht, oder nicht? Er zog mit dem Messer eine Linie in den Berg aus Kaviar auf seinem Teller und zerschnitt abwesend einen der köstlichen Blini. Den nächsten Trinkspruch hörte er kaum. Der brillante Verstand des Biest hatte angefangen zu arbeiten. Teil 1 Amsterdam, Niederlande 3. September 2012, 21.23 Uhr 3 Monate später Solve Lang lag rücklings auf der sehr unbequemen Chaiselon in ihrem Wohnzimmer und versuchte, ein Buch zu lesen. Sie nahm einen Schluck Wein, weil sie wusste, dass sie dringend Schlaf brauchte. Sie war erst heute Morgen nach einem kräftezehrenden Einsatz in Krakau gelandet und die stundenlange Abschlussbesprechung hatte auch nicht gerade dazu gedient, ihre Batterien wieder aufzuladen. Dafür konnte sie im eigenen Bett schlafen, was für Solve schon fast ein kleiner Luxus war. Ihr Job als Special Agent der europäischen Sondereinheit ECSB, die sich mit paneuropäischen Verbrechen beschäftigte, brachte jede Menge Flugmeilen und Zugkilometer mit sich. Ihr Job waren die Täter, die sich um keine Staatsgrenzen scherten und die die Tatsache auszunutzen wussten, dass Europol immer noch keine operativen Befugnisse erhalten hatte. Und es wurden immer mehr. Die Mafia, Schleuserbanden, Drogen, Terroristen, das war die Klientel der ECSB. Sie setzte gerade das Glas an, um einen weiteren Schluck Wein zu trinken, als ihr Handy klingelte. Sie griff nach links und fummelte in der Sofa-Ritze nach der glatten Oberfläche. Eine SMS. Die Nachricht war von Marcel. Er musste am Flughafen in Frankfurt umsteigen und wartete auf seine Maschine nach Tel Aviv, eine heillose Verspätung inklusive. Seine SMS waren seltener geworden, stellte Solve fest. Und weniger aufregend. Mehr alltäglich. Am Anfang ihrer Beziehung, die nun schon fast ein Jahr dauerte, hatten sie sich fast täglich geschrieben. Solve während eines Einsatzes irgendwo in Europa und er in seinem alten Leben bei seiner Ex-Freundin Linda in seiner Pariser Studentenbude. Seitdem hatte er sich sehr verändert. Größtenteils zum Positiven. Vielleicht sogar durch sie. Sie schickte eine schnelle Antwort und wünschte ihm alles Gute für seinen ersten Auftrag. Als sie die Nachricht abgeschickt hatte, fragte sie sich, sie zu geschäftsmäßig geklungen hatte. Nachdenklich nahm sie noch einen Schluck Rotwein. Sie hoffte nicht, aber sie wusste es nicht mehr so genau. Zumindest heute nicht. Solve merkte, wie der Wein sich schläfrig machte. Sie legte sich auf die Seite und starrte noch eine Weile hinüber zu der Küchenzeile, wo die Uhr der Mikrowelle 23.04 Uhr anzeigte, als sie plötzlich ein vertrautes Geräusch wahrnahm. Sie bekam einen Anruf auf ihrem Laptop. Das leise Zirpen wurde langsam lauter. Das konnte nur Eddie sein, ihr engster Kollege und bester Freund, der vermutlich wie so oft bis spät abends im Büro saß. Der, dem sie diese Wohnung zu verdanken hatte und ihren Job bei der ECSB. Seufzend stand Solve auf und ging hinüber zu ihrem Schreibtisch, der genau vor der großen Fensterfront stand. Tatsächlich war es Eddie, dessen Konter, falls sie bereits vom Monitor anlächelte. Allerdings nicht aus dem Büro, sondern offenbar aus einer Kneipe. Im Hintergrund erkannte sie die langen Flaschenreihen seiner Lieblingstapas-Bar. Eddie Ramess war Spanier und verzichtete als solcher ungern auf ein gutes, spätes Abendessen, auch wenn es hieß, dass er seinen Rollstuhl über die nichtbehindertengerechte Treppe im Saragossa wuchten musste. Sie griff nach ihrer Brille, einem dickrandigen Designermodell, in dessen Gestell eine hochauflösende Kamera verbaut war. Es war ein wichtiger Teil ihrer Ausrüstung und diente normalerweise dazu, dass Eddie auf seinem Bildschirm in der Zentrale stets das sehen konnte, was sie bei einem Feldeinsatz vor Augen hatte. Heute würde es ihm etwas anderes zeigen. Solve setzte die Brille auf die Nase und lief die Treppe hinauf ins Schlafzimmer. Sie schaltete das Licht ein und zerwühlte das Laken. Der Laptop würde die Kamera als Signalquelle von alleine erkennen. Wunder der Technik oder besser, der Militärtechnik, korrigierte sich Solve. Es hatte schon seine Vorzüge, die gesamten Ressourcen der Europäischen Union anzapfen zu können, dachte Solve, als sie die Taste drückte, um das Gespräch anzunehmen. »Eddie«, sagte sie mit gespielt vorwurfsvollem Ton. »Siehst du das? Das ist ein Bett. Mein Bett. Und weißt du, was hier nicht stimmt?« Ohne seine Antwort abzuwarten, sagte sie, »Richtig. Ich liege nicht drin.« »Eddie, was willst du?« »Slang, hör zu, es gibt Neuigkeiten.« Er nannte sie bei ihrem Spitznamen, soweit alles wie immer, aber sein Tonfall ließ sie stutzen. Irgendetwas musste passiert sein. Hier ging es nicht um eine ihrer durchaus üblichen längeren Abendunterhaltungen über das Chatprogramm der ECSB, das sich nicht nur für die Polizeiarbeit, sondern auch perfekt zum Schachspielen eignete. »Was ist los, Eddie?« »Er hat angebissen, Slang.« Solve wurde schlagartig hellwach und nüchtern. »Er heißt er, oder?« fragte sie flüsternd. »Ja, Solve. Und diesmal kriegen wir ihn, das verspreche ich dir. Wenn ich mein Bier ausgetrunken habe, treffen wir uns im Büro. In Ordnung?« Solve seufzte und griff nach ihrer Hose. »Manchmal wünschte ich an dem Klischee der entspannten Südländer ohne jede Arbeitsmoral wäre doch etwas dran.« Aber natürlich hatte er recht. Wenn es um ihn ging, konnten sie sich keine Verzögerung leisten. Und keinen Fehler. Er war der Einzige, der die ECSB jemals geschlagen hatte. Und keiner von ihnen würde das jemals vergessen. Moskau, Russland. 4. September 2012. Einen Tag später. Auf dem Parkplatz der Technischen Universität lief Dimitri Sergejewitsch-Bodonin Viktor über den Weg. Die Haare frisch gegelt, Sonnenbrille im Haar. Sie kannten sich noch nicht sonderlich gut. Viktor studierte Wirtschaft und nicht Computerwissenschaften wie Dimitri. »Ey, Dimi!« nannte Viktor ihn bei seinem Kosenamen, der ihm verhasst war, auch wenn er sich das gegenüber seinen Freunden nicht anmerken ließ. »Sehen wir uns heute Abend im Prospekt?« Dimitri seufzte innerlich. Das Prospekt war ein unter Studenten sehr angesagter Club, aber leider auch entsprechend kostspielig. Sein Budget als Sohn eines mittleren Angestellten und einer Russischlehrerin reichte für maximal zwei Besucher eines solchen Clubs im Monat. Und obwohl er schon an seiner Kandidaturdissertation schrieb, war er auf die Unterstützung seiner Eltern angewiesen. »Ey, was ist das Problem?« fragte Viktor und legte einen Arm um ihn. »Wenn es um die Kohle geht, macht ihr keine Gedanken. Mein Alter zahlt.« Dimitri blickte ihn skeptisch an, aber Viktor grinste nur verschwörerisch. »Er hat mir gesagt, ich könnte mitnehmen, wen ich wolle. Sein schlechtes Gewissen, dass er sich so wenig um mich kümmert, weißt du?« Dimitri nickte. »Was hätte er auch sonst tun sollen?« Und wenn er ehrlich war, wollte er natürlich ins Prospekt. Die schärfsten Bräute an der Uni gingen ins Prospekt. »Weißt du was?« raunte ihm Viktor konspirativ zu. »Manchmal glaube ich, ich liebe sein schlechtes Gewissen mehr als ihn selbst.« »Vielleicht war er ja doch kein so schlechter Kerl,« dachte Dimitri auf dem Rückweg in seine Wohnung. Immerhin schien er mit der Kohle seines Vaters ganz okay umzugehen. Klar, er ließ es ein bisschen raushängen, aber bei Weitem nicht so schlimm wie die anderen. »Ich muss dringend rauskriegen, wer eigentlich sein Vater ist.« nahm sich Dimitri vor und stellte in seinem Kopf schon einmal die Suchbefehle zusammen. Während er durch die grauen Betonklötze des Studentenwohnheims lief, schrieb er im Kopf dazu ein kleines Computerprogramm, das ihm vielleicht noch etwas mehr über Viktors Vater verraten würde. Das waren die Privilegien eines armen Studenten, aber immerhin eines Studenten der besten Hightech-Uni, die Russland zu bieten hatte. Die Schlange vor dem Prospekt an diesem Abend war lang. Geduldig reihte sich Dimitri am Ende ein und flirtete mit einem Mädchen vor ihm, einer rothaarigen, zierlichen Kommilitonin, die er aus der Mensa kannte. Sie trug ein weißes Tanktop, einen sehr kurzen Rock und Schuhe mit den höchsten Absätzen, die Dimitri je gesehen hatte. Sie amüsierten sich prächtig, und Dimitri gelangte zu der Überzeugung, dass er sich bei ihr vielleicht sogar eine Chance ausrechnen durchte. Wenn nicht wieder einer dieser neureichen Schnösel mit den großen Autos und Brieftaschen so dick wie seine Doktorarbeit auftauchte und sie ihr im letzten Moment wegschnappte. Junge Russinnen, wie wahrscheinlich junge Frauen überall auf der Welt, konnten unglaublich im Reichtum einfach nicht widerstehen. Geld schon, kein Mädchen heiratete einen Mann seines Geldes willen, wenn er nur doppelt so viel verdiente wie sie, aber die Sorte Reichtum, bei dem Geld keine Rolle mehr spielte. Die Yachten, die Villen in Cannes, die Ferraris, das war etwas anderes. Die Schlange bewegte sich kaum und es konnte Stunden dauern, bis sie auch nur einen Fuß in den Club setzen würden, aber Dimitri genoss die Zeit mit Maya. Sie lachte gerade über einen seiner Scherze, als ihm jemand den Arm um die Schultern legte. Da bist du ja endlich, begrüßte ihn Viktor. Was ist los? Wollen wir nicht reingehen? Komm mit! Er zog ihn weg von Maya, aber Dimitri wollte Maya auf keinen Fall alleine lassen. Maya kommt mit, sagte Dimitri bestimmt. Viktor zuckte mit den Schultern und lief vorne weg an der gesamten Schlange vorbei bis zum Eingang. Als Dimitri das schwarze Schirmchen am VIP-Eingang sah, unter dem dunkel gekleidete Türsteher die Arme verschränkten, wurde ihm klar, warum sich Viktor aufführen konnte, als gehöre ihm der Club höchst persönlich. Sie zierte das Logo der Wodka-Fabrik, bei der sein Vater als CEO arbeitete. Als die Security-Leute ihnen die Tür aufhielten, warf er einen Blick auf Maya. Sie sah sehr glücklich und stolz aus. In diesem Moment beschloss Dimitri, dass es gut war, Viktor als Freund zu haben, auch wenn er ihn anfangs für einen aufgeblasenen Schnösel gehalten hatte. Zu diesem Zeitpunkt machte er sich keine Gedanken darüber, welchen Preis diese Freundschaft mit ihren Privilegien haben könnte. Das kam später. Tel Aviv, Israel, 4. September 2012, zur selben Zeit. Der bis auf den letzten Platz gefüllte Airbus A340 setzte mit über zwei Stunden Verspätung zur Landung an. Marcel Lesual seufzte, nahm seine Kamera aus der gewachsen Messenger-Tasche und prüfte zum dritten Mal auf diesem Flug, ob die Batterien der 5000 Euro Leica voll und der Speicherchip leer waren, jungfräulich wie seine erste Freundin. Zwei Reihen weiter vorne weckte eine junge Frau seine Aufmerksamkeit, die dem Bild, wie er sich Israelinnen vorgestellt hatte, schon ziemlich nahe kam. Schwarze, dicht gelockte Haare, ein olivfarbener Teint und sehr geheimnisvolle Aber ihrem flüchtigen Interesse folgte kurz darauf eine unvermittelte Kühle, eine Distanz, die bei ihrem nicht einmal existenten Flirt überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Plötzlich war sie abgetaucht, in eine andere Welt, die sich in weiter Ferne abspielte und in die ihr Marcel nicht folgen sollte. Als er sich Zentimeter für Zentimeter durch den engen Gang des überlangen A340 schob, dachte er für einen Moment an Solvay. Sie hatte einen Auftrag in Osteuropa, irgendetwas Wichtiges, Unaufschiebbares, Fema. Er hatte sie seit zwei Monaten nicht mehr gesehen, nur einmal für zwei Stunden auf ein sonniges Picknick im Jardin de Tuilerie. Keine Frage, sie war eine tolle Frau, dachte er, während er weiter vorne nach dem dunklen Haarschopf Ausschau hielt. Sie hatten so viel versprechend angefangen. Er, der verirrte Medizinstudent auf Sinnsuche und sie, die aufregende Polizistin irgendeiner geheimen Sondereinheit der EU-Kommission. Und sie hatte ihn mit ihrer schieren Willenskraft und ihrem unerschütterlichen Glauben daran, dass man alles erreichen kann, was man will, auf den richtigen Weg geführt. Auf die richtige Schiene gehievt, würde Solvay sagen. Und es stimmte. Vom ambitionierten Hobbyfotografen hatte er es bis zu einem schon ein richtiger Fotojournalist. Aber sollte er deshalb leben wie ein verdammter Mönch? Schließlich wusste er ja auch nicht, wen sie im Rahmen ihrer ach so geheimen Aufträge alles mit ins Bett nahmen, oder? Als er am nächsten Tag in seinem einfachen Hotelzimmer aufwachte, schien ihm die Sonne durch die hauchdünnen Vorhänge direkt ins Gesicht. Er öffnete das Fenster und sah hinaus auf die vielbefahrene Benjehuda, eine der Hauptverkehrsadern der Innenstadt, die parallel zur Strandpromenade Richtung Süden verlief und an der die meisten der günstigeren Hotels lagen. Da er weder Budget noch einen genauen Plan hatte, wie er seine Reportage über die israelische Sabotageaktion des iranischen Atomprogramms angehen sollte, beschloss er, einen Morgenlauf am Strand einzuschieben, um ein erstes Gefühl für die Stadt zu bekommen. Seinen Kontakt beim Mossad, dem israelischen Auslandsgeheimdienst, würde er erst morgen anrufen. Er hatte die Maschine einen Tag früher als geplant erwischt und so wusste niemand, dass er bereits im Land war. Zumindest dachte Marcel, dass niemand seine Ankunft wahrgenommen hatte. Am Abend ließ sich Marcel am Tresen des Hotels ein Restaurant empfehlen und bekam ein Fischlokal auf der Dietzengoff genannt, das er beliebt sei. Als er das kleine Lokal betrat, fiel sie ihm sofort auf. Dort saß an der Bar, hinter der sich die schlauchförmige offene Küche befand, die langhaarige, sonderbare Schönheit, die ihn danach nicht mehr erkannt haben wollte. Sie war mit einer Freundin unterwegs, die beiden lachten ausgelassen. Marcel beschloss, diesen unglaublichen Zufall als Wink des Schicksals aufzufassen und wählte einen Platz in der Ecke, sodass er ihr fast direkt gegenüber saß. Er bestellte einen Weißwein und grinste zu ihr herüber. Zwischenzeitlich schien sie ihre Erinnerung wiedergefunden zu haben, denn sie prostete ihm fröhlich zu und als sich ihre Freundin eine halbe Stunde später verabschiedete, ergriff er die Gelegenheit beim Schopfe und lud sie zum Abendessen ein. Als der Hauptgang aufgetragen wurde, pasta mit Meeresfrüchten, wuchs in Marcel das eigentümliche Gefühl, dass er von ihr ausgefragt wurde. Das zweifellos charmanteste und attraktivste Verhör, das Marcel je erlebt hatte, aber nichts desto trotz ein Verhör. Sie wusste mittlerweile, dass er für den Ecke arbeitete und hinter ihr her war. Sie wusste, dass er mehrere Jahre Medizin studiert hatte, bevor er sich seiner Leidenschaft der Fotografie und dem Journalismus gewidmet hatte. Nur seine Beziehung zu Solvay hatte er ihr verschwiegen. Er fragte sich, ob er für seinen neuen Beruf überhaupt geeignet war, denn er wusste bisher so gut wie nichts über sie, außer dass sie Jahl hieß. Zwei Gläser Wein und ein Dessert später auf dem Jahl bestanden hatte, schlenderten sie über den Sterot Rothschild. Sie hatte sich bei ihm unter gehakt. Und was willst du über unser Land und den Iran schreiben? Sie lachte und lehnte ihren Kopf an seine Brust, ihre Locken schmiegten sich an sein Hemd. Er legte eine Hand um ihre schlanke Taille und blieb stehen. Das Licht einer Laterne schien ihr auf die blau-schwarzen Haare. Sie sah ihn an, ihre Lippen öffneten sich ein wenig, die Andeutung einer Einladung. Eine Einladung, die Marcel nicht ablehnen konnte. Diese Affäre war unausweichlich, das hatte er in der Sekunde beschlossen, als er Lippen wieder trennten, keuchte sie ein wenig. Hast du deshalb in dem Lokal auf mich gewartet, fragte Marcel mit einem verschmitzten Lächeln. Jal schien kurz irritiert zu sein. Unter anderem, sagte sie geheimnisvoll und Marcel sah sie verwundert an. Irgendetwas an dieser anziehenden Frau stimmte nicht, aber ihm wollte partout nicht einfallen, was das sein könnte. Bevor er weiter darüber nachdenken konnte, legte sie ihm einen Finger auf die Lippen und zog sein Gesicht zu sich heran. Prag, Tschechische Republik, 7. September 2012, 22.05. Vier Tage später. Um exakt 22.05. betrat die Brünette Mit-Dreißigerin die Lobby des Hotels Maria in der Prager Altstadt durch eine schwere Drehtür in der Mitte der Fensterfront. Die breitrandige Brille verlieh ihrem ansonsten sehr geschäftsmäßigen dunkelblauen Kostüm eine modische Note. Der Rock war eng, endete aber erst knapp unter dem Knie, ihre Bluse blühten weiß und der Ausschnitt nicht zu provokant. Sie hätte eine hochrangige Vertreterin einer Fluggesellschaft oder eines internationalen Lebensmittelkonzerns sein können. Allein der Inhalt ihrer braunen Ledertasche hätte all diese ersten Eindrücke Lügen gestraft. Ihre braunen High Heels klackerten auf dem Steinboden und einige der Geschäftsleute, die in den modernen Ledersesseln auf was auch immer warteten, blickten ihr hinterher, als sie an den Tresen des Concierges trat. Der Rest des ECSB-Teams arbeitete im Hintergrund fieberhaft an der Falle, die sie ihrem größten Widersacher stellen wollten. Seit Monaten warteten sie darauf, dass Thanatos, Europas erfolgreichster Auftragskiller der letzten 20 Jahre, einen ihrer fingierten Aufträge annahm. Und es sah so aus, als hätten sie in Prag Glück gehabt. Es war eine heikle Mission, zumal sie ohne offizielles Mandat durchgeführt wurde, nur die tschechische Regierung war informiert. William Theiter, der Chef der ECSB, hatte ihnen sämtliche Ressourcen der Organisation versprochen, als Thanatos im letzten Jahr einen Kollegen zum Krüppel geschlagen hatte, und er hatte Wort gehalten. Allerdings nicht, ohne sie immer wieder daran zu erinnern, wie vorsichtig sie vorgehen mussten. Agent Solvey Lang entschied sich für den Fahrstuhl. Die Tür schloss sich überaus sanft, und noch bevor sich die Kabine in Bewegung setzte, knackste der Sprechfunk in ihrem linken Ohr. »Slang?« »Nach wie vor keine Signatur«, meldete eine ihr wohlvertraute Stimme. Sie nickte kaum merklich, um den Kollegen über die Kamera in ihrer Brille mitzuteilen, dass sie verstanden hatte. Der Fahrstuhl bremste sanft und vermeldete mit einem dumpfen Dreiklang die Ankunft im vierten Stock. Während sie den langen Flur hinunterlief, war sie froh, dass der dicke Teppichboden alle Geräusche ihrer Schritte schluckte. Erneut knackte der Sprechfunk in ihrem Ohr. »Noch immer nichts«, vermeldete er die in gewohnt knappen Worten und kurz darauf stand sie vor der Tür mit der Nummer vierhundertsechzehn. Solvay atmete tief ein. »Dann los«, ermunterte sie sich und schob die Universal-Schlüsselkarte in den Chiplaser. Ein kaum hörbares Klicken im Schloss und eine winzige grüne Leuchtdiode zeigten ihr, dass sie die Tür öffnen konnte. Ein letztes Mal warf sie einen Blick auf den menschenleeren Korridor und zog die Jericho. Mit einem gleichmäßigen Schwung drückte sie mit der Hüfte die Tür auf und betrat das Zimmer des Killers, die Waffe im Anschlag. Keine halbe Minute später wusste Solvay, dass sich Eddies Sensoren nicht getäuscht hatten. Thanatos war nicht da. Und obwohl diese Tatsache exakt ihrem Plan entsprach, war Solvay beinahe ein wenig enttäuscht darüber. Ihr Ziel war nicht der Attentäter selbst, sondern sein Gepäck. Und so durchsuchte sie nacheinander den Kleiderschrank und den kleinen schwarzen Rollkoffer, um seine Kleidungsstücke eines nach dem anderen zu katalogisieren. Beim Schließen des Koffers achtete sie peinlich genau darauf, alles exakt so zu hinterlassen, wie sie es vorgefunden hatte, ebenso beim Zurückhängen der Bögel an die offene Kleiderstange. Nicht einmal einer der meistgesuchtesten Auftragsmörder der Welt würde ahnen, dass jemand in diesem Zimmer gewesen war. Jemand, der nun wusste, auf welche Kleidungsstücke sie bei einer Verfolgung achten mussten, und jemand, der fest entschlossen war, Thanatos diesmal nicht entkommen zu lassen. Am nächsten Mittag saß Solvay im Restaurant Franzowska, an einem Fensterplatz direkt hinter einem Aufkleber, der für ein günstiges Mittags-All-Inclusive-Menü warb. Während um sie herum die spärlich besetzten Tische auf einen sehr langsamen Kellner und ihr Essen warteten, wartete sie bei einem Glas Rotwein, das sie nicht anrührte, auf Thanatos. Ihre Geduld wurde nicht allzu sehr strapaziert, denn keine zwanzig Minuten später kündigte er die Übersprechfunk an, dass er das Maria verlassen hatte. Theiter, der in der Lobby des Hotels mit einem Blackberry scheinbar seine E-Mails beantwortete, hatte ihn identifiziert. Solvay, die ihn draußen übernehmen sollte, knallte einen 50-Euro-Schein auf den Tisch und schnappte sich ihre Handtasche, die wichtig war. Nicht nur, weil Frauen ohne Handtaschen zwangsläufig auffielen, sie enthielt auch ihre Jericho, da ihr ein Schulterholster durch die auffällige Beule, die es zwangsläufig erzeugte, zu riskant schien. Eddie leitete ihr die Information weiter, dass Thanatos das blaue Jackett und ein weißes Hemd trug. Sie würde ihn nicht verpassen. Der Grund, warum sie ihn überhaupt aufwendig verfolgen mussten und ihn nicht einfach festnahmen, lag darin, dass sie ihm nach wie vor nichts beweisen konnten. Selbst das umfangreiche Archiv, das ein Kommissar in Stockholm über ihn angelegt hatte, reichte nicht für eine Verurteilung vor Gericht. Sie mussten ihn auf frischer Tat ertappen. Und sie hatten die Falle, die heute zuschnappen würde, über Monate vorbereitet. Es war einer von fünf fingierten Aufträgen, die sie an Thanatos über Boten herangetragen hatten. Ihn direkt zu kontaktieren, war schon einmal gründlich schief gegangen, und so hatten sie ihre Fallen über aufwendig verschleierte Mittelsmänner ausgelegt. Und bei dieser einen hatte er angebissen. Bei der in Aussicht gestellten Summe hatte er wohl nicht widerstehen können, obwohl er immer weniger zu arbeiten schien. Die Frequenz der Attentate, die sie ihm zuschrieben, reduzierte sich seit Jahren. Auch Auftragsmörder gehen offenbar in Rente, vermerkte Solve, als sie plötzlich einen Mann bemerkte, der scheinbar ohne Eile auf der anderen Straßenseite an der Fassade des Franzowska vorbeischlenderte, genau vor dem Fenster, hinter dem sie noch vor wenigen Minuten gesessen hatte. Am Eingang zur U-Bahn blinzelte er kurz in die Sonne, bevor er die Stufen hinunter eilte. Solve sprintete quer über den Platz, ständig auf der Hut vor losen Pflastersteinen, die hier an der Tagesordnung waren. Auf der endlos langen, mit Holzimitat vertefelten zweiten Rolltreppe, die hinunter zum Bahnsteig der U-Bahn führte, holte Solve ihn ein. Sie hielt sich etwa fünfzehn Personen hinter ihm, während die Stufen sie mit unfassbar hoher Geschwindigkeit tief unter die Stadt trugen. Sieht so aus, als wollte er Richtung Süden, sagte Solve auf dem Bahnsteig, geschützt von einer beleuchteten Reklametafel. Wo ist die Zielperson? Auf dem Weg zum Gericht, wie abgesprochen. Glaubst du, er will dort zuschlagen? Keine Ahnung. Ich halte es nach wie vor für die unwahrscheinlichste Variante. Bleib an ihm dran, möchte sich Theta für seine Verhältnisse recht harsch ein. Eine Stunde und eine der langweiligsten Verfolgungsjagden, die Solve jemals erlebt hatte später, war klar, dass er gar nicht daran dachte, den Staatsanwalt vor Gericht zu ermorden. Er irrte scheinbar ziellos durch die Straßen, fuhr im Kreis, nahm die Straßenbahn erst in die eine Richtung und dann wieder zurück, kaufte einmal ein Sandwich mit Hühnchen und Blauschimmelkäse und rauchte unablässig. Such nach Überschneidungen mit dem Terminkalender. Hier in der Nähe waren wir heute schon, bat sie ihren Kollegen, der vor einem leistungsstarken Rechner saß. Schon passiert Slang, vermeldete Eddie, dem der seltsame Zufall offenbar auch nicht entgangen war. Gleich um die Ecke liegt das Restaurant, in dem er, warte kurz, nächsten Freitag mit dem Wirtschaftsattaché der Deutschen Botschaft zu Abend essen wird. Der Attaché, das war eine Frau, oder nicht? Ja, Dr. Andrea Falk, um genau zu sein. Besorg uns Bilder, Eddie. Solvee grinste, während sie zum vierzigsten Mal an diesem Tag die Straßenseite wechselte. Sie würden den Attaché einer europäischen Botschaft niemals wissentlich einer derartigen Gefahr aussetzen. Sie war nicht eingeweiht, im Gegensatz zum Staatsanwalt, der freiwillig kooperierte. Und deshalb würde er an jenem Abend nicht mit einer deutschen Diplomatin speisen, sondern mit einem Agenten der europäischen Geheimpolizei ECSB. Solvee freute sich beinahe ein wenig auf den Abend. Dubrovnik, Kroatien, 12. September 2012, 13.28 Uhr, fünf Tage später. Die Septembersonne stand hoch am Himmel, als der alte Mann in einem weißen Sommeranzug durch das ehemalige Tor der mittelalterlichen Steinmauer in den Hafen trat. Blinzelnd setzte er die Sonnenbrille auf, seine Augen vertrugen die Sonne nicht mehr so gut wie früher, und suchte ein vertrautes Gesicht. Als er seinen Mann gefunden hatte, der, wie verabredet, in einem der beiden Restaurants an einem Tisch saß, nickte er kaum merklich. Der kleine alte Hafen der Stadt, in dem hauptsächlich die winzigen Nussschalen der Einheimischen und Wassertaxis anlegten, die jene Horden von Touristen zwischen Dubrovnik und den Inseln hin und her schipperten, war zum Bersten voll. Was Thomas Eisler nur recht sein konnte, so würde er trotz seiner wie immer makellosen Garderobe nicht auffallen. Nicht, dass es etwas bedeutet hätte, vermerkte er für sich. Der gefährliche Teil der Reise war vorüber. Das einzig Gefährliche an Dubrovnik waren die Taschendiebe und der Mann, mit dem er sich verabredet hatte. An einem kleinen Stand aus eilig zusammengezimmerten Spanplatten mit einer sehr aufwendig frisierten Frau dahinter kaufte er ein Ticket nach Zafthart, einem Ort etwa zehn Kilometer die Küste hinunter, dessen Exklusivität sich an der kleineren Touristenschar und der Nähe zum Flughafen bemaß. Eisler wusste, dass nicht nur sein Auftraggeber, sondern viele neu reiche Russen hier ihre Boote ankern ließen. Als das Wassertaxi ablegte, warf er einen Blick auf seine Mitreisenden, bei denen es sich ausnahmslos um harmlose Touristen handelte. Als er eine halbe Stunde später Zafthart erreichten und Thomas Eisler von dem schwankenden kleinen Kahn auf der Kaimauer des Yachthafens sprang, wobei zu seinem Missfallen seine Knie schmerzten, war es fast Mittag. Mit der rechten Hand die Sonne abschirmend warf er einen Blick über das Wasser und entdeckte kurz darauf ein kleines weißes Motorboot, das auf ihn zuhielt. Keine zwei Minuten später tuckerte der PS-starke Außenborder im Leerlauf am Pier, und zwei muskulöse, sonnengebräunte Arme halfen ihm beim Einstieg. Eisler bedankte sich artig und ließ sich auf der ledergepolsterten Rückbank nieder, als sein Skipper das Beiboot auf Kurs brachte. Sie hielten Kurs auf das offene Meer, aber ihr Ziel lag viel näher. Anatoly Kharkovs Yacht, oder besser gesagt, die Firmenjacht der Wodkafabrik, war zu groß für den Hafen, und so ankerte sie in der Bucht davor, fernab von neugierigen Blicken der Touristen oder, was noch viel schlimmer wäre, der Boulevardpresse. Er wartete nicht darauf, dass ihm wieder jemand an Bord half, sondern hievte sich eigenhändig auf das Teakholz der Badeplattform und kletterte über die kurze Leiter an Deck. Ein weiterer Steward in weißer Uniform erwartete ihn bereits. »Herzlich willkommen an Bord der Annabelle, Mr. Eisler. Mr. Kharkov erwartet Sie bereits, wenn Sie mir folgen möchten.« Der Engländer starkste vorweg, wahrscheinlich fanden sie die Blasiertheit schick, oder seine Frau stand auf den Engländer, sie kümmerte sich um das Personal. Dies zu wissen gehörte ebenso zu Thomas Eislers Arbeitsverständnis wie die Tatsache, dass der Mann in dem Café in Dubrovnik darauf wartete, dass er wohlbehalten von der Yacht zurückkehrte. Kharkov konnte man nie wissen. Zum wiederholten Mal fragte sich Eisler, wie es möglich war, dass er trotz bester Kontakte niemals hatte herausfinden können, wer seine wahren Auftraggeber waren. Eindeutig war nur, dass es nicht der Vorstandsvorsitzende der Wodkafabrik sein konnte, dafür reichte sein Einfluss bei weitem nicht aus. Der Steward blieb vor einer verspiegelten Glastür auf dem Oberdeck stehen. Er musste nicht klopfen, denn sie glitt zur Seite, kaum dass sie sie erreicht hatten. Anatoly betrat die Sonnenterrasse. Weiße Hosen und ein rosafarbenes Poloshirt, das stark spannte und sein sonnengerötetes Gesicht noch betonte. Offenbar hatte er seinen hellen, slavischen Ton etwas zu lange der Mittelmeersonne ausgesetzt. Der Russe begrüßte ihn mit einem festen Händedruck und einem abschätzenden Blick. Sie hatten ein wundersames Paar abgegeben, wenn sie jemand beobachtet hätte, die fünfzigjährige Leuchtboje und der alte, senige Mann im feinen Sommeranzug. Eisler lächelte dünnlippig. Anatoly hatte keinen Grund, nervös zu sein. Im Gegenteil. Sie setzten sich auf eine bequeme Eckbank unter einen Sonnenschirm. Sein Jackett legte er ordentlich gefaltet über die Lehne. »Wie lief es in Israel?«, fragte der Russe. »Zufriedenstellend, Mr. Charkov. Absolut zufriedenstellend.« »Also haben Sie das Virus?« »Es ist kein Virus, Mr. Charkov. Es ist Schadsoftware. Wenn Sie einen griffigeren Ausdruck bevorzugen, Wurm trifft es etwas besser.« »Das weiß ich selbst,« bellte der Russe verärgert. »Und Sie sind sich sicher, dass es der Echte ist?« »Wenn der Mossad-Agent echt war, ist es der Wurm auch.« »Und glauben Sie mir, Mr. Charkov, ich erkenne einen Agenten, der ein doppeltes Spiel spielt,« stellte er fest und legte sein Telefon in die Mitte des Tisches. Er wusste, dass wiederum der Russe wusste, dass er bis zum Ende der DDR der erfolgreichste Spionageabwehroffizier der Stasi gewesen war. »Daran zweifle ich ja gar nicht, Eisler,« riss ihn Anatoly aus seinen Gedanken. »Ich wusste, dass Sie das schaffen.« »Ist es da drauf?« Er blickte auf das Telefon in der Mitte des Tisches. Eisler nickte. Anatoly Charkov nahm das Telefon in die Hand und wog es, wie um seinen Wert zu bestimmen. Dann nickte er anerkennend. »Gut gemacht, Eisler. Sie haben Ihren Bonus verdient. Und Sie fahren weiter nach Berlin, um sich um den Rest zu kümmern?« »Selbstverständlich, Mr. Charkov. Wie besprochen. In drei Monaten sind wir einsatzbereit. Gesetzt den Fall, dass Ihre Leute das mit dem Wurm hinbekommen.« »Darüber machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe genau den richtigen Mann dafür, und er wird bald soweit sein.« In dem Moment betraten zwei junge Männer das Sonnendeck in tropfnassen Badehosen. Anatoly winkte sie zu sich und raunte Eisler zu. »Na, was für ein Zufall, wenn man von Teuf...« »Jungs, darf ich euch Thomas Eisler vorstellen?« »Ein Geschäftspartner aus Deutschland.« »Das sind mein Sohn Viktor und sein bester Freund Dimitri. Sie studieren zusammen und sind für das Wochenende rübergeflogen.« »Und was studieren Sie, Dimitri?« »Fortgeschrittene Computertechnologie an der MSTU,« antwortete der Junge und blickte zu Boden. Er konnte kaum 25 sein. »Und in welchem Semester?« Anatoly mischte sich ein. Wahrscheinlich ärgerte er sich, dass er nicht nach den akademischen Leistungen seines Sohnes fragte. »Er macht gerade seinen Doktor. Mit 24, das muss man sich mal vorstellen. Der Junge ist fast so etwas wie ein Genie.« Anatoly lachte und Thomas Eisler ahnte, warum. Er selbst hielt nicht viel von jungen Leuten, noch hätte er so einem Jungspund jemals einen derart heiklen Teil ihrer Mission anvertraut, aber er musste zugeben, dass sie wahrscheinlich mehr von Computern verstanden als seine gesamte Söldnertruppe. Erst als Eisler wieder in dem Boot saß, das ihn nach Zafthart brachte, dachte er an den Mann, der schon auf ihn wartete. Sein Backup, im wahrsten Sinn des Wortes, denn auf dessen Telefon befand sich eine weitere Kopie von Stuxnet, falls sein Handy durch einen unglücklichen Zufall zerstört worden oder ihm etwas zugestoßen wäre. Eigentlich hätte Eisler es zerstören sollen, aber sein Bauchgefühl sagte ihm, dass es nicht schaden könnte, das Backup noch ein wenig zu behalten. Man konnte nicht genügend Backups haben in seinem Geschäft, dachte er, und hielt die Nase in den Fahrtwind.« Das Biest nahm den regulären Wasserbus. Er hielt nichts von Auffälligkeiten und Statussymbolen zur falschen Zeit am falschen Ort. Er wartete bei einer Cola auf der Terrasse eines Restaurants, das eher als Kiosk bezeichnet werden musste. Es störte ihn nicht, einen Tag lang den Touristen zu mimen, wenn es seinen Zwecken diente. Und die Verbindung zwischen ihm und Rakow durfte niemals ans Licht kommen. Das war einer der wichtigsten Teile seines Plans. Nur deshalb betrieb er diesen Aufwand. Als sich der dicke Russe schwitzend und schnaufend den Weg hinaufschleppte, ging er ihm ein Stück entgegen und lächelte. Auch das war wichtig. »Gehen wir ein Stück«, schlug er vor, nach einer Begrüßung, die Rakow als herzlich empfunden haben dürfte. »Läuft alles nach Plan«, fragte das Biest. »Natürlich«, beeilte sich Anatoly zu versichern. »Ich habe das Virus sogar schon heute geliefert bekommen. Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass auf Eisler Verlass ist.« Das Biest zog eine Augenbraue nach oben. »Und die Teams?« »Sind unser nächster Schritt. Ich habe Eisler die komplette Organisation übertragen, was diesen Teil des Plans angeht. Er ist Deutscher und einfach näher dran. Ich dachte, es wäre sicher auch in Ihrem Interesse, wenn wir etwas Abstand halten.« »Sicher«, antwortete das Biest. »Ich bin froh, dass Sie für uns mitdenken, Anatoly.« Er spürte, wie der Mann unsicherer wurde. Es gefiel ihm. Auch das gehörte zu seinem Plan. Nachdem ihm Rakow den Plan in allen Einzelheiten dargelegt hatte, musste das Biest zugeben, dass der eifrige Organisator ihn nicht enttäuscht hatte. Seine Planung entsprach in allen Belangen seinen Vorgaben und übertraf sie sogar in manchen Punkten. »Dann lassen Sie uns feiern gehen, Anatoly. Sie haben es sich verdient.« Er legte den Arm um die Schulter seines Geschäftspartners und führte ihn einen steilen Weg hinab zu einem Anleger aus Beton, der nur mit kleinen Booten zu erreichen war. Zwei Männer und eine Frau lagen auf bunten Handtüchern in der Sonne, eine Flasche Champagner stand in einem Kühler. Das Biest vermutete, dass diese Szenerie Charkows Geschmack traf. Er beobachtete, wie er sich die Lippen leckte, als er die Brüste der Brünettenschönheit betrachtete, die der minderjährigen Geliebten eines ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens zum Verwechseln ähnlich sah. »Bunga Bunga« trifft es fast, lächelte das Biest innerlich beim Gedanken an das, was nun kommen sollte. Die zwei Männer auf den Handtüchern konnten unterschiedlicher kaum sein, und doch betrachtete er sie als seine engsten Vertrauten. Die Haut des Größeren war grau, ebenso sein Haar, und seine Augen traten unnatürlich dick aus ihren Höhlen. Der Engländer passte nicht hierher und schien sich auch nicht sonderlich wohlzufühlen, sein Handtuch lag etwas abseits, das Glas daneben war leer, das Biest wußte, dass es nicht gefüllt gewesen war. Er trank niemals. Der andere Mann hingegen strotzte vor Energie, obwohl er nicht viel jünger war. Sein Haar war pechschwarz, er hätte aus Nordafrika stammen können, weshalb ihn jeder nur den Algerier nannte. Er lag dicht neben der Brünetten, sie berührten sich nicht, aber nur um Haaresbreite, und nur aus Respekt dem Biest gegenüber, dessen Hände sie alle drei fütterten. Trotzdem starrte er der jungen Frau unverhohlen zwischen die Beine und auf die Brüste. Er war der Einzige, dem das Biest so etwas durchgehen ließ. Er war sein Seelenverwandter, der Primus inter pares der beiden Männer, die er beinahe als Freunde bezeichnen würde, weil er niemanden kannte, der ihm gegenüber Loyaler war. Nicht einmal seiner eigenen Ehefrau vertraute er so sehr wie dem Engländer und dem Algerier. Und Charkov würde schnell erfahren, was er unter Loyalität verstand. Die junge Frau stand auf und begrüßte ihn, er nahm sie in die Arme und legte eine Hand um sie, um Charkov klarzumachen, wem sie gehörte. Ihre Haut war fest und weich zugleich, genau wie er seine Geliebten haben wollte. Und devot genug, beeindruckt vom Geld mit einem Maß der Eigenständigkeit, das seinen Zielen nicht zuwiderlief. Charkov senkte den Blick. Sie küsste ihn auf die Wange. »Setzen Sie sich, Anatoly, bitte, setzen Sie sich.« Das Biest schenkte im Sitzen zwei Gläser ein, die Gebräunte schmiegte sich eng an seinen Rücken. »Ich möchte mit Ihnen anstoßen, Anatoly. Auf Ihren Plan.« Keiner der beiden anderen Männer machte Anstalten, das Glas zu erheben. Der Nordafrikaner grinste. Die Gläser klirrten zusammen. »Noch etwas«, sagte das Biest verschwörerisch und beugte sich zu Charkov herüber. Der Angesprochene blickte selbstzufrieden in die Runde. Ich möchte, dass Sie sich etwas genau einprägen. Es gibt zwei Dinge, die ich von Ihnen erwarte. Sie stehen über allem anderen. Er macht eine Kunstpause. Loyalität und Leistung. Es klang wie zwei Gebote vom Berg Senai. Gott gegeben. Charkov nickte. »Natürlich. Es ist auch für mich das Wichtigste.« »Gut«, sagte das Biest und stellte das Glas auf den Beton des Anlegers. »Das sagt unsere kleine Maria hier auch immer.« Er streichelte ihr über die Wange und dann über den knappen, gelben Bikini, der ihre Brust nur unzureichend verdeckte. Und dennoch. Seine Worte hingen unheilverkündend in der Luft. Sie zog sich von ihm zurück, aber er packte sie im Genick wie eine ungehorsame Katze und drückte ihren Kopf in seinen Schoß. »Gestern hat sie mir einen geblasen.« Seine Stimme war leise und unbeteiligt. Sie übertönte kaum das Platschen der Wellen. Maria zitterte. »Und wissen Sie was, Anatoly?« Der Russe schüttelte den Kopf. »Sie hat es nicht gebracht.« Plötzlich sprang das Biest auf und zerrte Maria auf die Füße. Sie schrie und schlug um sich, aber der eiserne Griff um ihren Nacken ließ ihr keine Wahl. Der Engländer und der Algerier, die immer noch grinsten, wirkten wie in lauer Stellung. Gut so. Das Biest ging mit ihr an den Rand des Anlegers und schmiss sie ins Wasser. Er stieg ihr über eine kurze, rostige Treppe hinterher. Maria versuchte verzweifelt ihm zu entkommen. Sie schlug mit den Armen um sich, das Wasser platschte, und dann kriegte das Biest wieder ihren Nacken zu fassen. Ein lauter Schrei wurde vom Wasser erstickt, als er sie herunterdrückte. »Sie sollen wissen, was ich mit denen mache, die das missachten, was mir wichtig ist, Anatoly.« Er rief es so laut, als wäre es ihm egal, ob ihn jemand hörte. »Verstehen Sie das, Anatoly?« Die Frau wehrte sich nach Kräften, aber das Biest presste ihren Kopf erbarmungslos nach unten. Sie hatte keine Chance. Keine Minute später hörte das Planschen auf, und das Biest stieg die Leiter hinauf. Wasser tropfte von seinen nassen Kleidern auf den sonnengewärmten Beton. Er stand aus Sicht von Charkov vor der Sonne, ein schwarzer Schatten, das schwarze Biest. Das Biest lächelte, als er sah, dass Charkovs Arm zitterte, als er das Champagnerglas erhob, um mit ihm anzustoßen. »Kümmert euch um das da«, sagte er und legte sich in die Sonne, um zu trocknen. Der Algerier und der Engländer, der Dunkelhaarige mit dem lüsternen Blick und der Grauhaarige mit den Fischaugen, erhoben sich ohne Hast. Der braungebrannte Körper in dem gelben Bikini trieb leblos im Meer. Tel Aviv, Israel. 12. September 2012, 23.50 Uhr, am selben Tag. Nach einer Woche in Tel Aviv hatte sich Marcel einigermaßen akklimatisiert, zumindest was das Wetter anging, denn mit seiner Recherche kam er nur schleppend voran. In einer Bar hatte er zufällig Jael wieder getroffen. Oder hatte Jael gezielt nach ihm gesucht? Sie tanzten und lachten die halbe Nacht, und als sie schließlich vor seinem Hotel in der Ben Yehuda standen, erschien ihm diese Frage mit einem Mal nicht mehr so wichtig. »Du wirst eurem Ruf gerecht, mein stürmischer Franzose. Hier in Israel sagt man, ihr wüsstet, wie man mit Frauen umgeht.« Ihre Haut glänzte, ihre leicht geöffneten Lippen tanzten vor seinen Augen. Sie presste ihn enger an die Hauswand, und Marcel ergab sich in das Unvermeidliche. Ihre Lippen trafen sich. Er ahnte noch, dass sein Dreitagebart auf der zarten Haut kratzen würde, und dann vergaß er alles andere. Vier Stunden später weckte ihn der Durst, aber er schlug nicht die Augen auf. Was hatte er getan? Etwas Wundervolles erinnerte er sich. Er lag nackt auf dem Bett, und der abgestandene Geruch seines einfachen Hotelzimmers war ihrem Duft gewichen. Er griff nach rechts, tastete, aber das Bett war leer. Mit leicht dröhnendem Schädel, den auch das Adrenalin und die Endorphine von unglaublichem Sex nicht hatten verhindern können, öffnete er die Augen. Das Zimmer war dunkel, bis auf den flachen Schein der Schreibtischlampe, deren Schirm jemand zur Wand gedreht hatte, sodass noch weniger Licht auf das Bett fiel. »Warum sollte das jemand tun?« Marcel ermahnte sich zur Ruhe und setzte sich so langsam wie möglich auf. Vor dem Licht, das die Wand reflektierte, saß eine Gestalt, ihr Rücken gerade, die Figur so harmonisch wie die eines Streichinstruments. »Warum, um alles in der Welt? Hat sie den Lampenschirm verdreht?« fragte sich Marcel, immer noch leicht schlaftrunken. »Hatte sie ihn nicht wecken wollen?« »Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich.« »Herr Heil?« fragte er leise. Wenn sie sich erschreckt hatte, ließ sie es sich nicht anmerken. Langsam, fast in Zeitlupe, drehte sie ihren Kopf zu ihm und sah ihn an. Selbst in diesem dunklen Moment des Betrugs sah sie wunderschön aus. »Es tut mir leid, Marcel«, presste sie hervor. Das Display seines Handys in ihrer Hand tauchte ihrer rechte Gesichtshälfte in blaues Licht. Marcel blickte von ihr zum Handy und dann wieder in ihre dunklen Augen. »Du schnüffelst in meinem Handy herum?« fragte er fassungslos. »Was tust du da? Das ist vertraulich!« Sie stand auf und wich vor ihm zurück. »Vertraulichkeit, mein lieber Marcel, gibt es in meinem Geschäft nicht.« Nur ein leichtes Zucken ihrer Augen verriet, dass sie in diesem Moment eine Taste auf seinem Handy drückte. Marcel stürmte auf sie zu und versuchte, es ihr aus der Hand zu reißen, aber ja, er ließ sich einfach zurück auf die Matratze fallen und entzog sich so seinem Zugriff. Marcel warf sich auf sie, versuchte, ihren rechten Arm zu packen zu bekommen. Ja, er lachte, aber in seinen Ohren klang es nicht mehr verspielt, sondern höhnisch. »Gib mir das verdammte Telefon!« schrie er, als sie urplötzlich ihren Widerstand aufgeab, das Telefon in die Kissen warf und aufsprang. Marcel hechtete dem Gerät hinterher und landete beuchlings auf dem Bett. Das Display war noch eingeschaltet. Hektisch versuchte er herauszufinden, was Jael damit gemacht hatte. Er suchte in seinen E-Mails, aber er fand seinen Posteingang unverändert vor. SMS, nichts, Bilder, keine Änderung. Die letzte Möglichkeit war zugleich die unwahrscheinlichste. Er scrollte durch zwei Seiten mit Programmen, bis er das kleine Icon gefunden hatte, ein stilisierter, goldener Pfeil auf schwarzem Grund, das Logo der ECSB, des European Council Special Branch, das Programm, mit dem er mit Solve über eine verschlüsselte Leitung Nachrichten austauschen konnte. »Nein«, sagte er leise. »Wofür hast du mich benutzt?« »Was bist du?« Jael trat neben das Bett. Sie hatte das rote Kleid wieder angezogen und schloss gerade die Schnalle ihres linken Schuhs. Sie gab ihm keine Antwort. Marcel rief das Programm auf und gab sein Passwort ein. »War es möglich, dass sie es wusste?« »Nicht wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich.« Marcel schwarnte üblis. Sobald das Programm geladen war, wählte er das Protokoll mit den Nachrichten zwischen ihm und Solve. Es war leer und seine digitale Signatur gelöscht. Stumm drehte er sich zu ihr um. Sie stand im Türrahmen seines Hotelzimmers, ihr Blick unlesbar. »Warum hast du das getan, Jael?« fragte er leise. Seine Wut war zorngewichen. Sie hatte die ganze Zeit ein doppeltes Spiel mit ihm gespielt. »Weil ich eine Spionin bin, Marcel.« Sie senkte den Blick. »Dein Telefon wird übrigens nicht mehr funktionieren. Ebenso wenig wie das vom Hotel.« »Es tut mir leid, ehrlich.« Ohne noch einmal aufzublicken, drehte sie sich um, verließ das Zimmer und drückte die Tür sanft von außen in das Schloss. Prag. Tschechische Republik. 14. September 2012, 7.58 Uhr. Zwei Tage später. Agent Solve Lang betrat um 8 Uhr morgens die Deutsche Botschaft in Prag und verließ sie über zehn Stunden später als neuer Mensch. Ihr Aussehen hatte sie nicht einmal großartig verändern müssen, um als Dr. Andrea Falk durchzugehen. »Verlust, Dominique«, sagte sie, nachdem die Tür der Speziallimousine mit einem satten Klack ins Schloss gefallen und ein Magnetmechanismus sie verriegelt hatte. »Geht klar, Ma'am«, grinste Dominique Lagrand vom Fahrersitz. Wieder einmal überlegte Solve, ob es ein Fehler war, ihn an dieser Operation teilnehmen zu lassen. Schließlich hatte ihm der Mann, den sie jagten, beide Beine zertrümmert. Die Limousine glitt durch die Innenstadt von Prag und stoppte ohne besondere Vorkommnisse unterhalb der Treppe des Justizministeriums. Einer seiner Bodyguards hielt den Schlag offen, während der Staatsanwalt neben ihr auf das kalte Leder glitt. Er wirkte nervös, und Solve konnte es ihm nicht verdenken. »Guten Abend, Jezi. Wie geht es Ihnen?«, fragte Solve heiter und hielt ihm die Hand hin. Er musste sich unbedingt entspannen, wenn sie Thanatos reinlegen wollten. Der Sprechfunk in ihrem Ohr meldete sich. »Eddy.« »Zielperson in der U-Bahn Richtung Osten. Weg von euch!« Solve grinste innerlich. »Typisch Eddie. Keine Information zu wenig, keine Information zu viel.« Das Restaurant, in dem Jezi und Frau Dr. Falk einen gemeinsamen Abend hatten verbringen wollen, galt als eines der Besten der Stadt und schien Solve für ein Rendezvous zwischen zwei Mitvierzigern durchaus geeignet. Als der Kellner die Weinbestellung aufgenommen hatte, drückte Solve dem Staatsanwalt die Hand. »Wir schaffen das. Glauben Sie mir. Draußen sind mehr Leute von uns, als sie denken. Und nicht nur dort.« Solve legte gerade die Gabel des Hauptgangs auf den Teller, als sie in Eddies Stimme in ihrem Ohr zum ersten Mal an diesem Abend so etwas wie Aufregung wahrnahm. »Er kommt jetzt raus und hat ein Paket unter dem Arm.« »Und das ist so weit wir das beurteilen können schon, und auf die Schnelle wird es auch kaum mehr rauszukriegen sein.« »Pollux? Irgendetwas zu dem Paket?« »Pollux war der Spitzname des Mannes, der Thanatos an diesem Abend folgte.« »Negativ.« Solve spürte ein Kribbeln in den Fingern. Es ging los, was auch immer er vorhatte. »Er geht zurück zur U-Bahn. Jetzt wieder auf dem Weg Richtung Innenstadt,« gab Pollux Zwischenbericht. Solve lächelte, als endlich das Dessert aufgetragen wurde. Bei einem Löffel wunderbarer Mango-Creme wurde Pollux plötzlich hektisch. Es musste etwas passiert sein. Etwas Unerwartetes. »Er ist ausgestiegen und war plötzlich weg. Ich glaube, er läuft nach Norden.« Solve hörte Schritte auf dem Asphalt. »Ich sehe ihn wieder. Sieht aus, als ob er versucht, ein Motorrad zu klauen.« Im nächsten Augenblick hörte sie das laute Kreischen eines hochdrehenden Motors und den Abrieb von Gummi auf dem Asphalt. Pollux musste die Szene nicht mehr beschreiben. Thanatos war ihm entwischt. Solve nahm den letzten Löffel Eiscreme und rührte danach Zucker in ihren Kaffee. Will Theiter schaltete sich ein. »Er versucht es mit einer Ducati-Bombe. Wir brechen ab.« Will sprach von einem Mann auf dem Motorrad, der eine Bombe an ein fahrendes Auto heftete und zu Explosionen brachte. Eine ganz neue Masche, die im Geschäft der Auftragsmörder derzeit groß in Mode war. Eine äußerst heimtückische, aber sehr effektive Methode, einen Anschlag auszuführen und unerkannt davonzukommen.« »Nein, Will«, murmelte sie. »Bringen wir es zu Ende. Heute.« »Was meinten Sie?« fragte der Staatsanwalt irritiert. »Oh, Verzeihung. Ich war nur in Gedanken. Ich meinte, wir sollten langsam abbrechen. Heute wird es keinen Attentatsversuch mehr geben, mir sie. Fahren wir nach Hause.« Der Staatsanwalt seufzte erleichtert. Als er ihr in den Mantel half, roch sie den Wein, dem er ordentlich zugesprochen hatte, um sich Mut anzutrinken. Sie konnte es ihm nicht verdenken. Durch die Fensterfront beobachtete sie, wie Dominique den Wagen an den Straßenrand steuerte. »Und vielleicht würde es ihm heute noch helfen,« dachte sie, als sie auf die Rückbank des schwarzen BMW glitten. »Wir haben zwei Fahrzeuge hinter euch und eines davor,« meldete Eddie über den Sprechfunk. »Wir sehen ihn kommen, okay?« »Verstanden,« sagte Solve und entschuldigte sich bei Jesy mit einem lächelnden Schulterzucken. »Nur die Bestätigung der Kollegen, dass sie Feierabend machen.« Vom Fahrersitz aus warf ihr Dominique einen tadelnden Blick zu. Während der zwanzigminütigen Fahrt durch die Prager Nacht, um Jesy bei seiner Privatwohnung abzusetzen, versuchte Solve, sich darauf zu konzentrieren, was vor ihnen lag. »Motorrad, schnell näher, kommt aus zwölf Uhr,« meldete der vorausfahrende Wagen. Plötzlich hörte sie die quietschenden Reifen eines wendenden Fahrzeugs und das Aufrühren eines Motorrads. Er kam. Dominique gab Gas, wie es jeder gute Fahrer in dieser Situation machen würde. Das Motorrad kam näher. Dominique drückte aufs Gas und der schwere Wagen schoss nach vorne, aber gegen eine Rennmaschine hatte er keine Chance. Solve hörte das Motorrad hinter ihrem Wagen. Es kam näher. Sein Motorengeräusch wurde dringlicher, aber weniger aggressiv. Die Pirsch. Er gab langsam Gas, schob sich an sie heran. 22, 23, 24. Sie hörte das Motorrad genau neben dem linken Fenster, an dem Jesy saß. Sie sah nicht aus dem Fenster, vermutlich aktivierte er gerade jetzt den Zünder der Bombe und bereitete sich darauf vor, ihn von außen an die Wagentür zu heften. 25, 26. Jetzt. Mit einer einzigen schnellen Bewegung presste sie den Staatsanwalt auf den Sitz, schrie »Hunter« und richtete die Jericho auf das Fenster, wo sie den Attentäter vermutete. Eine gesichtslose Fratze von Helm starrte sie an, verspiegelt und schwarz vor dem dunklen Himmel der Nacht. Sie hatte keine Zeit. Beinahe glaubte sie, das Gesicht hinter dem Visier lächeln zu sehen, als sie ihre Pistole bemerkte. Kugelsicheres Glas funktioniert in beide Richtungen. Der Mann auf dem Motorrad griff in die Tasche, die er um den Bauch geschlungen hatte, und zog ein Paket hervor. Aber nicht dieses kugelsichere Glas, Tornathos, dachte Solve und drückte ab. Der Schuss knallte unglaublich laut in dem engen Innenraum des Wagens, sodass ihre Ohren klingelten. Dann zerbarst die Scheibe in tausend kleine Splitter. Solve glaubte noch, einen Anflug von Überraschung hinter dem Visier zu erkennen, als ihre erste Kugel den Helm durchschlug. Die zweite traf nur Bruchteile von Sekunden später die Brust und riss den leblosen Körper von der schweren Maschine. Sie hatte ihn getroffen. Aber war er auch tot? Betäubt von dem Lärm hörte Solve wie in Trance, dass auf ihrem Handy eine Nachricht für sie eingegangen war. Moskau, Russland, 14. September 2012, 22.28 Uhr, zur selben Zeit. Dimitri nippte an seinem Wodka-Glas und beobachtete, wie Viktor auf der Couch gegenüber wieder einmal große Reden schwang. Dieser alte Mann aus Deutschland, der hatte bei Dimitri sämtliche Alarmglocken klingen lassen. Seine Augen waren so kalt gewesen wie die eines Reptils, und Dimitri konnte die Nachfrage nach seinem Studiengang einfach nicht vergessen. Das leise Lächeln der schmalen Lippen unter dem schütteren Oberlippenbart und der abschätzende Händedruck. Auf einmal brach die Runde in lautstarkes Gelächter aus und riss ihn aus seinen Gedanken. Viktor machte eine Schnappbewegung mit der Hand, um ihm zu verstehen zu geben, dass er etwas mit ihm besprechen wollte. Der Beat der Musik war im Barbereich keineswegs leiser, und Viktor musste Dimitri ins Ohr schreien, um sich Gehör zu verschaffen. »Was ist los, Viktor Anatoljevich? Ich habe heute mit meinem Vater gesprochen. Er hat mir das Angebot gemacht, eine seiner Tochterfirmen zu übernehmen, die Mostag, eine kleine, aber feine Computerfirma hier in Moskau.« »Das ist ja super,« schrie Dimitri. »Lass uns nach oben gehen, okay?« schlug Viktor vor. Dimitri nickte, und sie machten sich auf den Weg zurück in den VIP-Bereich, in dem man sich wenigstens einigermaßen unterhalten konnte. »Also, Viktor, was ist der Haken?« fragte er, als sie wieder auf ihrem Stammplatz saßen. »Er hat eine Bedingung gestellt.« »Und die wäre?« »Er gibt nicht mir die Firma, Dimi. Er gibt's hier uns.« Viktor machte dazu ein frustriertes Gesicht. Dimitri sagte, »Oh, das tut mir leid, Kumpel.« »Was heißt denn hier leid tun, Dimi? Das ist das Beste, was überhaupt passieren konnte. Wir beide zusammen, meine eigene Firma. Stell dir mal vor, dein Genie und mein Geschäftssinn, das ist doch unschlagbar, oder etwa nicht?« Dimitri lächelte vorsichtig. »Doch, schon.« Er wusste nicht, wie ihm geschah. Natürlich war das eine unglaubliche Chance, vielleicht die Chance seines Lebens. Natürlich würde er sie ergreifen. Eine eigene Firma. Wenn seine Mutter das hörte, sie würde umfallen vor Stolz. Wenn da nur dieser Deutsche nicht wäre. »Wir sind die Zukunft«, rief Viktor. »Eine Runde auf die Zukunft«, Prag, Tschechische Republik, 14. September 2012, 22.41 Uhr, zur selben Zeit. Dominique Lagrand hörte den Knall von zwei Schüssen aus dem Fond und sah im Rückspiegel, wie es den Attentäter von seiner Maschine fegte. Er riss den Wagen herum und bremste, der Gestank von verbranntem Gummi mischte sich mit dem beißenden Geruch der Treibladungen aus Solves Patronen. Die Jericho im Anschlag stemmte Solve die Tür mit der zerborstenen Scheibe auf. Sie sah eine reglose Gestalt auf dem Asphalt und mehrere Autofahrer, die von der anderen Seite auf diese zuliefen. Arglose Bürger, Opfer, mögliche Geiseln. »Stand back«, schrie Solve und wiederholte ihre Anweisungen auf Französisch und Deutsch. Nachdem Eddie ihr zusätzlich ins Ohr geflüstert hatte, was das auf Tschechisch schieß, stockte der Vorwärtsdrang merklich. Sie schwenkte die Kimme ihrer Waffe in Richtung des Helms und bewegte sich langsam auf Thanatos zu. Sein Helm musste von innen blutgetränkt sein, die rote Körperflüssigkeit sickerte schon aus einem kleinen Spalt am Visier. Ohne die Pistole auch nur einen Millimeter von seiner Halsschlagader wegzubewegen, prüfte sie mit ihrer freien Hand seinen Puls. Thanatos war tot. Sie hatten es geschafft. Sie blieb noch drei Sekunden ruhig sitzen und stand dann langsam auf. Sie holte ihr Handy hervor. Zeit, weiterzumachen. Und sie hatte die Nachricht nicht vergessen. Sie war von Marcel. »Komme nach Prag. Wichtig. Morgen 15 Uhr. Wischer-Ratzky-Friedhof. Grab von Josef Keisel. »Berlin, Deutschland. 15. September 2012. 12.41 Uhr. Einen Tag später.« Der Mehringdamm in Kreuzberg gehörte nicht zu Thomas Eislers bevorzugten Gegenden und er wunderte sich, dass es Doreen hierher verschlagen hatte, ausgerechnet in den Westen. Aber manchmal hielt das Leben selbst für die talentiertesten, unvorhersehbare Stolperfein parat. Manche nannten es Pech, andere Schicksal. Die meisten fanden sich damit ab. Thomas Eisler war gespannt, wie es seiner ehemaligen Vorzeigeschülerin ergangen war. Er hatte sie jetzt seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen, und es war über zwanzig Jahre her, dass sie für ihn gearbeitet hatte. Damals war sie eine achtzehnjährige Schülerin vom Land gewesen, die über die bestens organisierte Zentralstelle für besondere Aufgaben der FDJ ihren Weg zu ihm gefunden hatte. Eisler warf einen Blick auf den zerknitterten Zettel aus seiner Manteltasche. Mehringdamm 128. Casino. Er hatte sich die frühe Stunde nicht umsonst ausgesucht, das Etablissement, das er betrat hatte, erst seit gut vierzig Minuten geöffnet. Nachdem er etwa fünf Minuten gewartet hatte, ohne sich bemerkbar zu machen, tauchte aus einer schwarzen Tür, von der er vermutete, dass sie zur Küche führte, ein dickbäuchiger Mann im schwarzen T-Shirt auf. Er schwitzte stark, trug vier Wasserkisten in den riesigen Händen und blickte ihn missmutig und zugleich erstaunt an. Thomas Eisler lächelte. »Ich bin auf der Suche nach Doreen Kaiser«, sagte er wahrheitsgetreu. Der Mann deutete mit einem gleichgültigen Blick auf eine weiße Tür, die den Schildern nach zu urteilen zur Toilette führte. »Mach Kasse«, war der knappe Kommentar. Also nicht nur die Toilette, vermerkte Eisler für sich. »Kasse« war gut. »Kasse« hieß, sie war vertrauenswürdig, trank wahrscheinlich nicht übermäßig. Das war gut. Denn für das, was er mit ihr vorhatte, würde sie alle fünf Sinne brauchen und vielleicht noch den einen oder anderen mehr. Im Büro des Casinos erwarteten ihn ein ordentlich aufgeräumter Schreibtisch und eine große Topflanze, die er hier niemals vermutet hätte. Und die Erscheinung, die gerade etwas vom Boden aufgelesen hatte und sich nun erstaunt aufrichtete, ebenso wenig. Doreen Kaiser war immer noch eine schöne Frau. Auch nach zwanzig Jahren strahlte sie auf eine so positive, fröhliche Art und Weise hinter diesem Schreibtisch an diesem unsäglichen Ort, dass Eisler in der ersten Sekunde bereits wusste, dass er seine Kandidatin gefunden hatte. Sie blickte ihn an, als hätte sie ein Gespenst gesehen. Ihr Mund stand offen, aber ihre Augen lächelten bereits, ob des unerwarteten Wiedersehens. Sie waren nicht im Schlechten auseinandergegangen, im Gegenteil. »Hallo, Doreen«, sagte Eisler. »Thomas, bist du das wirklich?«, fragte sie ungläubig. »Meistens nenne ich mich heutzutage anders«, bemerkte er, machte einen Schritt auf sie zu und schloss sie in die Arme. »Mein Gott, es ist so lange her«, sagte Doreen und weinte fast. Er hielt sie einen Moment lang fest wie eine lang verloren geglaubte Tochter und drückte sie dann sanft von sich. »Kein Grund, traurig zu sein, Doreen. Ich habe einen Auftrag für dich.« In Doreens Augen konnte er sehen, dass sie darauf gehofft hatte, dass sie vielleicht die ganzen Jahre darauf gewartet hatte. »Einen Auftrag?«, fragte sie ungläubig. »Wie früher?« »Wie früher, Doreen.« »Nur viel besser bezahlt.« »Und jetzt lass uns gehen.« Prag, Tschechische Republik. 15. September 2012, 14.50 Uhr. Wenige Stunden später. Als Solve den steilen Hang der alten Festungsanlage Vescher Heratina auf eilte, warf sie einen Blick auf die Uhr. Zu spät. Ihre Instinkte rieten ihr, vorsichtig zu sein und nicht zu überstürzen. Marcel würde warten. Er reiste nicht aus Tel Aviv nach Prag, um dann wegen fünf Minuten Verspätung wieder zu verschwinden. Warum spürte sie diese Anspannung, die sie sich nicht erklären konnte? Als sie endlich das Grab von Josef Keisel auf dem Friedhof hinter der Kathedrale erreichte, fand sie sich vor einem verschlossenen Gitter an einer der Seitenmauern wieder. Solve ließ ihren Blick über die Gräber schweifen und suchte nach einem Lebenszeichen von Marcel, aber sie konnte ihn nirgends entdecken. »Wo war er?«, dachte Solve, als sie plötzlich spürte, wie jemand aus dem Nichts hinter sie trat. »Ich dachte schon, sie kämen nicht mehr vor lang,« sagte eine Frauenstimme auf Deutsch mit unverkennbar hebräischem Einschlag, aber perfekter Grammatik. »Wer war die Frau?« »Und wo war Marcel?« Solve drehte sich langsam um und sah sich einer äußerst attraktiven Schwarzhaarigen gegenüber, die sicher zehn Jahre jünger als sie war. Mitte zwanzig. Dunkler Teint, noch dunklere Augen. »Wer sind Sie?«, fragte Solve ein wenig perplex, um kurz darauf hinzuzufügen. »Und vor allem, was wollen Sie von mir?« »Mein Name ist Jael Joffe, und ich muss mich entschuldigen, dass ich Sie mit einem Trick hierher gelockt habe. Tun Sie mir den Gefallen und gehen Sie ein Stück mit mir?« Ihre Stimme war ruhig und überaus sachlich, als sie ihr berichtete, warum sie dieses geheimnisvolle Treffen organisiert hatte. »Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden, Frau Lang. Ich arbeite für den israelischen Geheimdienst, und mein Vorgesetzter hat eine Nachricht, die er dem European Council überbringen möchte. Nicht über die üblichen Kanäle, nicht über die Amerikaner, und vor allem unter absoluter Geheimhaltung.« Obwohl Solve bereits vermutet hatte, dass es sich bei Jael um eine Israelin handelte, war sie überrascht. »Eine Mossad-Agentin?« Vor etwa drei Monaten nahm in Tel Aviv ein Mann Kontakt zu einem unserer Agenten auf, ein Deutscher. Er behauptete, ein Konsortium von Geschäftsleuten zu vertreten, das ein überaus großzügiges Honorar für technische Informationen über das DAXnet-Virus zahlen würde. Unser Agent ging zum Schein auf den Vorschlag ein und informierte meinen Chef. Solve blieb stehen. »Dieser Agent waren Sie, nehme ich an?« »Ja«, bestätigte Jael und nickte. »Unser Dossier hat, was Ihre Auffassungsangabe angeht, nicht übertrieben, Frau Lang. Sind Sie mit dem DAXnet-Wurm vertraut?« Solve schüttelte den Kopf. »Sie hatte von diesem Industrie-Computer-Virus gehört, aber bisher ausschließlich in den Medien. Sie wusste nur, dass er mutmaßlich vom Mossad, der CIA oder Biden gemeinsam entwickelt worden war, um das iranische Atomprogramm zu sabotieren. DAXnet ist das fortschrittlichste Computer-Virus der Welt vor lang, oder Schadsoftware, um genau zu sein, und extrem gefährlich. Es repliziert sich selbst, dringt in Industrieanlagen ein und manipuliert deren Steuerungskomputer. Es ist kein einfacher Trojaner, der Kontodaten von Privatpersonen ausspäht oder Spam-Mails versendet. DAXnet wurde entwickelt, um Infrastrukturen zu sabotieren, gezielt und ohne dabei in Erscheinung zu treten. Es ist ein schreckliches, aber geniales Stück Ingenieurskunst. »Also ist es korrekt, dass Israel das Virus entwickelt hat?« Ja, lächelte undurchsichtig. »Sie wissen, dass ich das niemals zugeben könnte, selbst wenn es stimmen würde.« Also lautet die Antwort »Nein.« »Aber ich darf Ihnen verraten, dass der Staat Israel im Besitz einer Kopie des Virus ist.« Doch das überraschte Solvey kaum. »Fahren Sie fort.« »Was wurde aus Ihrem Deutschen?« »Der Mann, der sich als Fritz Handelmann vorstellte, bot schließlich bis zu 20 Millionen Dollar für eine Kopie des Virus. Leider ist es uns nicht gelungen, seine Hintermänner zu identifizieren. Er schien vollkommen allein zu arbeiten. Nachdem er festgestellt hatte, dass ich ihm das Virus nicht würde liefern können, verschwand er nach Bayern und wird seitdem von uns überwacht. Er hat, soweit wir das beurteilen können, zu niemandem Kontakt aufgenommen und geht seiner regulären Tätigkeit als Manager bei einer Tankstellenkette nach.« Solvey dachte einen Augenblick darüber nach. »Und was genau sollte ich der EU Ihrer Meinung nach ausrichten?« »Sagen Sie Ihrem Vorgesetzten, dass Gideon Feinblatt der festen Überzeugung ist, dass jemand anderes nicht so loyal war wie Jarl Joffe, und dass er davon ausgeht, dass eine feindlich gesinnte Gruppierung den Stuxnet-Quellcode besitzt.« »Und was könnte eine solche Gruppe mit dem Virus anfangen?« »Nun, natürlich ist der Code nicht gerade einfach zu manipulieren, aber wenn diese Gruppierung einen Spezialisten auftreibt, der klug genug ist, seine Genialität zu verstehen, dann...« Jarls Redefluss stockte. Solvey blieb stehen und sah sie fragend an. Dann ist die Infrastruktur in Europa gefährdet. Große Industrieanlagen, Verkehrsnetze, Strom, Stahlwerke, die Autoindustrie, Stuxnet ist fast universell einsetzbar, wenn es entsprechend umprogrammiert wird. Und wie kommt Gideon Feinblatt zu der Annahme, dass ausgerechnet die EU als mögliches Anschlagsziel in Frage kommt?« Jarl Joffe zog eine dünne Aktenmappe aus der tiefen Tasche ihres Mantels. Zur gleichen Zeit wie Fritz Handelmann hielt sich noch ein zweiter Mann in Tel Aviv auf, den wir ebenso beobachten ließen. Wir konnten keinen Kontakt zwischen den beiden nachweisen, aber Gideon Feinblatts Instinkt sagt, dass sie etwas miteinander zu tun haben, und ich bin mir sicher, sie werden den Namen und das Foto erkennen oder etwa nicht. Solveh nahm ihr die Akte aus der Hand. Zuoberst lag ein grobkörniges Bild, das mit einem leistungsstarken Teleobjektiv in einer Hotellobby aufgenommen worden sein musste. Es zeigte einen etwa siebzigjährigen Mann, den Solveh nicht auf Anhieb zuordnen konnte. Den Namen, der neben dem Foto stand, kannte sie dafür umso besser. Thomas Eisler, seines Zeichens einer der ranghöchsten Stasi-Offiziere bis zum Zusammenbruch der DDR. »Heilige Scheiße«, entfuhr Solveh. »Jetzt verstehe ich, warum Sie den ganzen Aufwand hier inszeniert haben.« Wenn Thomas Eisler im Spiel war, konnte niemand den deutschen Behörden trauen. Er hatte sich 1989 kurz vor dem Zusammenbruch der DDR nach Moskau abgesetzt und war flüchtig. Angeblich hatte er ein Angebot der CIA über Asyl gegen detaillierte Informationen über die Organisation der informellen Mitarbeiter der Stasi abgelehnt und war in Österreich untergetaucht. Aber auch die Gerüchte erlebe immer noch in Deutschland, dass ihn angeblich so fieberhaft suchte, wollten nicht verstummen. Wenn dieser Thomas Eisler seine Finger da drin stecken hatte, musste der ECSB aktiv werden. Solveh nickte ja anerkennend zu und bedankte sich für die wichtigen Informationen. Die israelische Agentin zog die Augenbrauen hoch. »Und Sie interessiert gar nicht, wie es uns gelungen ist, Ihnen diese Nachricht zukommen zu lassen?« Solveh lächelte trocken. »Nein. Sie haben mit Marcel geschlafen. Alle anderen Möglichkeiten können wir, glaube ich, ausschließen, oder nicht?« Das Handy am Ohr schloss Solveh zwei Stunden später die Tür zu ihrem Hotelzimmer auf. In der Chef William Theiter war ebenso in der Leitung wie ihr Kollege Eddie und zwei externe Experten der ECSB, ein Spezialist für Computerviren sowie ein Professor aus Rom für Nahostpolitik, der gerade seine Einschätzung ihrer Begegnung mit der Mossad-Agentin abschloss. »Wenn Sie überhaupt jemandem trauen können aus Tel Aviv, wozu ich Ihnen nicht unumwunden raten würde, dann vertrauen Sie Gedeon Feinblatt.« »Ne sehr aufschlussreiche Formulierung«, grummelte Sir William ins Telefon. »Aber ich komme nicht umhin, Ihnen zuzustimmen. Und wie sagt man so schön, einem geschenkten Gaul und so weiter. Naja. Wenn er uns seine Hilfe anbietet und uns zudem Jarl Joffe zur Verfügung stellt, sollten wir das zunächst nicht ablehnen, auch wenn wir wachsam bleiben müssen. Sie haben Ihre eigenen Interessen, das dürfen wir nicht vergessen. Aber aufgrund der beunruhigenden Analyse zum Stuxnet-Virus und dessen möglicher Auswirkungen auf unsere Handels- und Infrastruktursysteme werde ich der EU-Kommission empfehlen, uns weiter ermitteln zu lassen. Ihr alle wisst, was das heißt.« Solveig nahm einen Schluck Kaffee aus dem Becher, der ihr fast die Lippen verbrannte. »Sammeln uns hier in Amsterdam. Wir sehen uns in zwei Tagen,« schloss Theta und bedankte sich bei den Teilnehmern der Telefonkonferenz. Solveig legte auf und betrat das Schlafzimmer. »Hallo, Solveig«, begrüßte Marcel sie mit einem schiefen Grinsen, das sie sehr mochte, das aber in dieser Situation vollkommen unangebracht war. Sie nickte. Sie hatte ihn erwartet. Und sie war verletzt, gekränkt. Natürlich war ihr klar, dass sie keinen Anspruch auf ihn hatte, schon gar nicht bei der wenigen Zeit, die sie ihm widmen konnte. Selbstverwirkt. Natürlich machten ihm andere Frauen schöne Augen, und natürlich war sie nie da. Immer unterwegs, keine Zeit. Entschuldige, Marcel, da bin ich in Mailand oder Stockholm oder Prag. Er nahm ihren Kopf zwischen die Hände und sah ihr tief in die Augen. »Es tut mir leid, Solveig. Wirklich.« Sie nickte, obwohl sie nicht wusste, was sie denken sollte. Ihr Handy piepste, und da sie es ebenso wie den Kaffeebecher nach wie vor in der Hand hatte, las sie die Textnachricht von Eddy über Marcels Schulter. Ihr Flug nach Amsterdam ging schon am nächsten Morgen. Was war das für eine Zukunft mit einem Mann, der sie gerade erst betrogen hatte? »Vielleicht meine einzige,« seufzte Solveig innerlich. »Es hatte sie schon für eine Wahl. Zumindest für den Moment.« »Wir haben bis morgen früh,«, flüsterte sie ihm ins Ohr und konnte förmlich spüren, wie er grinste. Er hatte gewonnen. Zumindest für die nächsten Stunden. Moskau, Russland, Tverskaya Ulytza. 16. September 2012, 8.39 Uhr, am nächsten Morgen. Dimitri Bodonin fuhr mit seinem neuen Firmenwagen in die Tiefgarage des Bürogebäudes, in dem Mostek seinen Sitz hatte. Die Firma, die er nun gemeinsam mit Viktor leitete. Viktor saß an seinem Schreibtisch und starrte konzentriert auf den Monitor. Anatoly Charkov, der Boss höchstselbst, gab sich die Ehre. Er lehnte an ihrer Schrankwand, pulte an seinen Fingernägeln und grinste ihn an. Er zog einen Speicherchip aus der Jackentasche. »Ihr fragt euch sicher, was ihr für mich tun könnt, nicht wahr?« Die beiden jungen Manager nickten unisono. Die Atmosphäre war unerwartet abgekühlt. »Nun«, sagte Anatoly und hielt den Speicherchip ins Licht der Neonröhren an der Decke, als könne er so den Inhalt auslesen. »Ihr müsst euer Geschäftsfeld ein wenig erweitern.« Amsterdam, Niederlande, 16. September 2012, 20.25 Uhr, am Abend desselben Tages. Marcel Lesual landete um 20.25 Uhr in Amsterdam, nach seiner Schätzung etwa sechs Stunden später als Solvay. Er nahm die Bahn bis zum Amsterdam Zentral und von dort aus weiter zum Amstel Business Park. Marcel kannte das unscheinbare Bürogebäude, in dem die ECSB ihren Sitz hatte. Es war empfindlich kalt in Holland und entschieden zu kalt für ihn. Wieso war eigentlich nirgendwo in dem Gebäude Licht zu sehen, wunderte sich Marcel. Er wusste aufgrund ihres Telefonats in Prag sicher, dass Solvay eine Besprechung im Büro hatte. Tief in den Taschen seines Mantels überprüfte er routiniert, ob eine Speicherkarte in der Kamera steckte, und rächtete sich aufs Warten ein, als er plötzlich ein Taxi bemerkte, das vor dem Kasten aus Beton und Glas hielt. Eine Frau stieg aus. Sie war mit einer blauen Jacke ohne Kapuze bekleidet. Ihr dunkles Haar hatte sie unter dem Kragen verborgen. »Guten Abend, Jael, Joffe«, murmelte Marcel. Marcel spürte instinktiv, dass hier etwas Größeres im Gange war. Größer, als ihm vielleicht hätte lieb sein sollen für seine erste eigene Reportage. Amsterdam, Niederlande. 16. September 2012, 21.21 Uhr. Kurze Zeit später. Solvay Lang holte die spätabendliche Besucherin am Empfang einer Firma namens Loud IT Services ab, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. Der vierte Stock des Gebäudes diente der ECSB als Tarnung. Lediglich ein paar Büros beherbergten ausgelagerte Buchhaltungsmitarbeiter, die hier tagsüber die Fassade aufrechterhielten. Bevor Solvay die Vorstellungsrunde übernehmen konnte, betrat William Thater den Raum durch eine gegenüberliegende Tür und, wie immer wenn der Grand-Seigneur des Geheimdienstes anwesend war, nahm seine Präsenz den Raum in Gänze ein, ungeachtet seiner geringen körperlichen Größe. »Ja, El Joffe, vom israelischen Mossad nehme ich an«, begrüßte er die Agentin. Solvay entging nicht, dass er sie dabei musterte. »Wahrscheinlich kam sie ihm zu jung und zu hübsch vor,« vermutete sie. »Guten Abend, Sir William. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, Sie kennenzulernen.« »So wie ich die notorische Informationsbesessenheit Ihres Dienstes kenne, brauche ich Ihnen den Rest meines Teams nicht vorzustellen, oder?« Jarl lächelte. »Nein, das brauchen Sie tatsächlich nicht.« Mit einer undurchsichtigen Verbindlichkeit stellte sich selbst den Anwesenden vor. Eddie Rames, Solvays Partner in der Zentrale und seit einem Jahr Dominiks größter Rollstuhlkumpel, wobei Eddie seit frühester Kindheit darauf angewiesen war und Dominik erst seit seinem Unfall mit Thanatos. Letzterer saß direkt neben Eddie und gab ihr sitzend die Hand. Des Weiteren waren noch ihr Deutschland-Experte sowie ein Nahost-Spezialist der Universität Oxford anwesend, dazu ein Computeringenieur der Softwarefirma, die den Stuxnet-Wurm umfassend analysiert hatte. Dieser war per Videokonferenz aus München dazugeschaltet. Er sah keineswegs aus, wie man sich einen Computerexperten vorstellen würde. Nachdem sich alle vorgestellt hatten, bat William Thater, den Softwarespezialisten, seine Einführung in die Funktionsweise von Stuxnet fortzusetzen. »Well, im Januar 2010 machten die Mitglieder eine Abordnung der Internationalen Atomenergiebehörde bei einer Routineinspektion der Urananreicherungsanlage in Natanz im Iran eine erstaunliche Entdeckung.« Binnen wenige Stunden hatten Techniker dort Zentrifugen in einer derart großen Anzahl ersetzt, dass keiner der Anwesenden an die offizielle Version regulärer Wartungsarbeiten glauben konnte. Der Iran wollte keinerlei Erklärung zum Austausch der Zentrifugen abgeben und war dazu auch nicht verpflichtet. Das Mandat der Kontrolleure beschränkte sich auf den Verbleib und die Verwendung des radioaktiven Materials. Dennoch blieb die große Frage für die Inspekteure, warum? Warum tauschte der Iran an die tausend Zentrifugen binnen weniger Tage, die normalerweise kaum binnen eines Jahres ersetzt worden wären?« Er machte eine dramaturgisch sinnvolle Kunstpause, um seine Zuhörer zu animieren, die Frage selbst zu beantworten. Natürlich reagierte niemand. Alle starrten auf den Monitor mit dem Mann aus München. Nun fuhr er endlich ohne jede Eile fort. »Den Grund sollte die Welt erst ein halbes Jahr später erfahren, als einem jungen Sicherheitsexperten aus Weißrussland ein Problem mit dem Computer eines Kunden im Nahen Osten gemeldet wurde.« Er suchte Tage nach der möglichen Ursache und fand schließlich etwas ganz und gar Ungewöhnliches. Einen Zero-Day-Exploit. Dominique schaute fragend in die Runde und auch William Theta schien keine Ahnung zu haben, worum es ging, geschweige denn Solvee, die immerzu Jahl beobachtete, für die all diese Informationen keine Neuigkeit zu sein schienen. Nur Eddie schien die Tragweite dieses was auch immer zu erkennen. Er hatte aufgehört zu tippen, ein untrügliches Zeichen, das ihn etwas überrascht hatte. Glücklicherweise hatte auch der Computerexperte aus München die fragenden Blicke bemerkt und holte ein wenig weiter aus. »Nun, als Zero-Day-Exploit bezeichnet man eine Sicherheitslücke, die zum ersten Mal überhaupt benutzt wird. Wenn Sie so wollen, in etwa wie die Mondlandung.« Damit Sie begreifen, wie absolut außergewöhnlich das ist, ein kleiner Vergleich. Jedes Jahr werden Millionen Fälle neuer Schadsoftware entdeckt, aber nur eine einstellige Zahl davon benutzt einen Zero-Day-Exploit. Also eine vollkommen neue, bislang unentdeckte Sicherheitslücke. Auf dem Schwarzmarkt kostet eine solche Schwarzstelle in Windows mehrere hunderttausend Euro. Folglich war unser weiß-russischer Freund alarmiert. Gemeinsam mit vielen weiteren Experten gelang es uns schließlich in monatelange Arbeit, Stuxnet zu verstehen. Und was wir fanden, war wohl das bestprogrammierte Stück Schadsoftware, das die Welt je gesehen hat. »Sie waren dabei?« platzte Solvay heraus. Der gemütliche Mann mit dem amerikanischen Akzent nickte von der großen Leinwand auf sie herab. »Ja, gemeinsam mit vielen meiner Kollegen.« »Sie müssen verstehen, dass Stuxnet nicht nur einfach ein kleines, cleveres Stück Software ist.« »Es ist ein Kunstwerk.« »Der Zero-Day-Exploit war eine Sicherheitslücke im Betriebssystem, die es ihm erlaubte, sich weiter zu verbreiten, und zwar gänzlich ohne, dass dafür ein Programm ausgeführt werden musste.« »Sie stöpseln ihn an einen beliebigen Rechner in einem Netzwerk, und Stuxnet fräst sich seinen Weg auf jedes einzelne System. Dabei geht es so vorsichtig vor, dass die Administratoren kaum eine Chance haben, es zu bemerken. Lange Zeit war uns vollkommen unklar, zu welchem Zweck das Programm geschrieben worden war. Es lag einfach nur da, mitten im Betriebssystem, und schaute ab und zu nach, ob ihm jemand über das Internet neue Instruktionen gab. Oder zumindest schien das so.« »Sie meinen, es ist eine Art Schläfer?« fragte William Theiter neugierig, plötzlich wieder auf vertrautem Terrain. »Ja, so ähnlich«, referierte der Amerikaner. »Als wir allerdings die Verbindung zu den defekten Zentrifugen aus Nathans herstellten, erkannten wir, dass das Virus nur geschlafen hatte, weil es nicht vorgefunden hatte, was es suchte. Industrieanlagen. Stuxnet wurde speziell dafür erfunden, das iranische Atomprogramm zu sabotieren, deswegen es sehr wahrscheinlich von den Amerikanern oder von den Israelis geschrieben wurde. Es ist jedenfalls viel zu komplex, um das Werk eines Einzelnen zu sein. Sie brauchen eine große Organisation und einige Tonnen an Dollar, um so etwas zu entwickeln.« Solvay warf ob des politischen Fauxpas einen Seitenblick zu Jahl, die aber beschwichtigend die Hand hob. Offenbar galten heute Abend andere Regeln, und sie standen ja auch nicht gerade im diplomatischen Dienst ihrer jeweiligen Länder. »Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung, Mr. Chambers. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Sie in den nächsten Wochen noch einige Male bitten werden, an unseren Besprechungen teilzunehmen. Möglicherweise brauchen wir Sie sogar hier in Amsterdam«, sagte William Theiter. Das Beamerbild wackelte, als der Amerikaner auf seinem Stuhl hin und her rutschte. »Das wird leider nicht möglich sein, Mr. Theiter«, entgegnete der Mann aus Deutschland. »Ich fliege morgen auf eine mehrtägige Konferenz nach Boston und dann zu einem Projekt nach Singapur.« »Glauben Sie mir, Mr. Chambers, Sie fliegen nirgendwo hin. Die entsprechenden Instruktionen Ihres Arbeitgebers finden Sie morgen früh in Ihrem Posteingang. Nochmals vielen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen.« Mit einem Nicken in Richtung Eddie beendete er das Gespräch und die Verbindung wurde unterbrochen. Solvee wusste, dass ihr Kollege noch während Theiter den Zivilisten eingeladen hatte, eine E-Mail an den persönlichen Referenten des deutschen Wirtschaftsministers oder sonst jemand wichtigen geschickt haben würde, der seinen Arbeitgeber davon überzeugte, dass er zur Verfügung stand, wenn sie ihn brauchten. Die ECSB arbeitete als sehr kleine Einheit mit vielen politischen und persönlichen Hebeln, sonst wäre die Geschwindigkeit, in der von ihnen Ergebnisse erwartet wurden, gar nicht zu erzielen. Theiter schaute in die Runde, als suchte er nach Antworten, die ihm aber keiner liefern konnte. Solvee machte einen zaghaften Versuch, ihm klarzumachen, dass sie heute Abend wohl kaum mehr etwas ausrichten konnten. »Will, lass uns ins Bett gehen und morgen mit einem frischen Kopf noch einmal darüber reden.« »Nein. Wir werden morgen früh keinen Jota mehr an Informationen zur Verfügung haben. Ihr wisst, dass ich kein Freund davon bin, Entscheidungen zu vertagen, und deshalb machen wir Folgendes. Für eine offizielle Anfrage ist es zu früh, die geben uns niemals die Erlaubnis, wegen eines Computervirus unsere Ressourcen zu verschwenden. Aber Will setzte Dominique an, der während des gesamten Vortrages des Computerexperten Chambers in seinen Laptop gestarrt hatte. »Das Ding ist nicht zu unterschätzen. Ich habe mal etwas recherchiert, und das ist wirklich... Ich bin ja deiner Meinung, Dominique.« »Und wenn Feinblatt uns schon seine Mitarbeiterin als Verbindungsoffizier anbietet«, bemerkte er mit einem Seitenblick zu Jal, die nickte, »dann sollten wir das nicht ausschlagen.« »Solvee, du fliegst mit Jal nach Israel.« »Findet die Verbindung zu Thomas Eisler. Seine Anwesenheit in Israel war nie im Leben ein Zufall. Dieser Mann ist einer der gefährlichsten Schweinehunde, die mir je untergekommen sind. Eddie stellt dir ein Dossier zusammen, und ich bin sicher, Jal kann dir von Gideon Feinblatt auch noch das eine oder andere besorgen. Oder nicht, Miss Joffe?« Die Israelin nickte erneut. »Und ihr, Eddie und Dominique, ihr holt diesen Experten aus München hierher und setzt euch mit Dr. Gladgier an eine Simulation. Ich will wissen, was das Ding anstellen könnte. Immerhin haben wir einen entscheidenden Vorteil. Wir kennen den Wurm und wir wissen, wie er funktioniert. Also, macht euch an die Arbeit, Leute.« Solvee stand auf und bot Jal an, sie zu ihrem Hotel zu fahren. Sie würden in den nächsten Tagen noch genug Nachtschichten einlegen, um die Reise nach Israel vorzubereiten. Im Rausgehen hörte sie, wie Dominique Eddie gegenüber eine Bemerkung fallen ließ, bei der ihr ein kalter Schauer über den Rücken lief. »Klar wissen wir, wie der Wurm funktioniert, aber weißt du, was er nicht bedacht hat? Was ist, wenn sie ihn verändern? Wenn er gar nicht mehr als Stuxnet erkannt werden kann, weil sie ihn umbauen?« »Dann«, antwortete Eddie, als Solve Jal durch die Tür des Konferenzraums schob, »haben wir ein echtes Problem.« Nahe Lublin, Polen. 18. September 2012, 23.58 Uhr, zwei Tage später. Der Lastwagen hielt mit quietschenden Reifen auf dem Autobahnparkplatz, der für besonders billigen Sex bekannt war. Thomas Eisler betätigte zweimal das Fernlicht. Eine blonde Frau, der ein breiter Gürtel die Daunenjacke zu einer Wespentalie zusammenschnürte, stand plötzlich im Scheinwerferlicht. Ihr pinkfarbener Rock und die weißen kniehohen Stiefel kamen als Folge des falsch verstandenen Signals auf seinen Wagen zu. Ein knallrot geschminkter Mund kaute Kaugummi vor seiner Fensterscheibe. Thomas Eisler ließ die Scheibe herunter und drückte ihr einen Zehn-Euro-Schein in die Hand. Dazu schüttelte er den Kopf und deutete auf den Mann in dem blauen Overall, der rauchend von seinem Truck in ihre Richtung lief. Der Mund zog eine Schnute und starkste von dannen. Eisler stieg aus dem Wagen, einen schwarzen Pilotenkoffer in der linken Hand, der Motor des Wagens drehte im Leerlauf und alle zwei Sekunden schlugen die Scheibenwischer. Es war nass und kalt. Der Mann in dem Overall hatte einen Bart, der vermutlich angeklebt war und rauchte einen nach künstlichen Südfrüchten stinkenden Zigarillo. Er trug eine Sonnenbrille. Wie er selbst. Geschäfte dieser Art erledigte man besser, ohne sich gegenseitig beschreiben zu können. Und wie Eisler war der Mann mit dem Lastwagen ein Profi. Zu ihrer beider persönlichen Verständnis von Professionalität gehörte es auch, keine Lächerlichkeiten wie einen Koffer voller Geld auf einem Autobahnparkplatz zu übergeben. Die monetären Angelegenheiten waren längst zur beiderseitigen Zufriedenheit über Treuhandkonten bei Banken in Staaten mit äußerst diskreten Gesetzen erledigt worden, zu denen die Schweiz seit neuestem nicht mehr zählte. Heute Abend ging es nur noch um die Ware. Heiße Ware. Jede Partei wusste, dass die andere wusste, dass ein zweiter Mann den jeweiligen Fahrzeugen gefolgt war, seit sie die Grenzen von Deutschland respektive der Ukraine zu Polen überquert hatten. Niemand gab sich Illusionen hin, was das gegenseitige Vertrauen anging. Und das war auch gut so. Als er hinter das Steuer des 14-Tonners glitt, der im Kaufpreis seiner Ladung mit inbegriffen war, zog er ein handtellergroßes Gerät aus dem Aktenkoffer und schaltete es ein. Wenige Sekunden später begann es in schneller Folge zu knacken. Tausende kleine Klicks in einer tödlichen Sinfonie. Er musste sich keine Sorgen machen, das Material war sicher verstaut, ihm wurde es nicht gefährlich, aber die Messwerte waren aussagekräftig genug, um zu beweisen, dass sich im Laderaum tatsächlich das befand, was er bestellt hatte. Jedes Klicken stand für 30 atomare Teilchen, die die Röhre erreichten. Der Geigerzähler maß die natürliche Strahlung ebenso wie die des radioaktiven Materials, das er für den zweiten, ebenso wichtigen Teil ihres Plans brauchte. Berlin, Deutschland. 21. September 2012, 11.08 Uhr, drei Tage später. Doreen Kaiser hatte den gesamten Vormittag auf dem Kurfürstendamm verbracht. Kauf Sachen, mit denen du Männern mittleren Alters den Kopf verdrehen kannst, hatte Thomas Eisler ihr aufgetragen. Jetzt war sie zurück in seine Wohnung am Alex. »Thomas?« rief sie im Flur. Er war nicht da. Sie stellte ihre Einkaufstüten ordentlich nebeneinander und ging in die Küche, um sich einen Tee aufzubrühen. Mit einer dampfenden Tasse in der Hand stand sie fünf Minuten später in dem Wohnzimmer, den Alexanderplatz mit dem Fernsehturm vierzig Meter unter sich. Sie stellte den Becher auf den Couchtisch und traf eine Entscheidung. Die Tür zum verbotenen Arbeitszimmer lag am Ende des langen Flurs. Sie lauschte noch einmal, ob sie etwas aus dem Treppenhaus hörte und drückte dann langsam die Klinke runter. Es war nicht abgeschlossen. Nicht, dass sie das erwartet hätte. Thomas vertraute ihr, das war ihr klar. Und sie war im Begriff, dieses Vertrauen zu missbrauchen. Die Vorhänge waren zugezogen und das Zimmer lag im Dunkeln. In der Mitte des Raums blinkten einige bunte Leuchtdioden in ungleichen Abständen. Doreen tastete nach dem Lichtschalter. Die nackte Glühlampe, die an der Fassung von der Decke baumelte, erwachte zum Leben. Die Wände waren über und über mit Notizen und Ausdrucken bedeckt. Eisler hatte sie mit Reißzwecken in den dünnen Riehgips gepinnt. Doreen atmete tief ein. In der Mitte des Raumes stand ein großer Tapeziertisch, auf dem neben weiteren Akten und Unterlagen ein Computer und ein großer Laserdrucker standen. Das Gebläse des Rechners surrte leise, aber der Bildschirm war schwarz. Die gesamte Wand zu ihrer Rechten zeigte Fotos, von denen Doreen vermutete, dass es sich um Satellitenbilder handelte. Sie zeigten unterschiedliche Regionen und Industriegebäude. Sie trat einen Schritt näher heran. Offenbar zeigten sie dieselben Gelände zu jeweils unterschiedlichen Zeiten, denn auf einem waren Gebäude zu sehen und auf anderen keine oder nur Teile, obschon sie augenscheinlich dieselben Koordinaten zeigten. Anhand der Breiten- und Längenangaben, die auf einem dünnen weißen Rand aufgedruckt waren, konnte Doreen sich überzeugen, dass sie sich nicht geirrt hatte. Die Datumsangaben waren unterschiedlich. Teilweise lagen bis zu sieben Jahre zwischen den einzelnen Bildern. Warum sollte jemand sich für derartig lange Zeiträume interessieren? Und was hatte es mit den Anlagen auf sich? Sie sahen aus wie Fabriken, zumindest produzierendes Gewerbe. Sie wanderte zum nächsten Motiv und versuchte, sich das große Bild statt einzelner Aufnahmen vorzustellen. Plötzlich begriff sie, was Eisler damit bezweckte. Offenbar zeigten die Satellitenbilder den Bau der Anlagen. Jeder einzelne Schritt war vorhanden. Man konnte beobachten, wie sie Stockwerk für Stockwerk wuchsen. Doreen schluckte. Es gab keinerlei Ortsangaben außer den Längen- und Breitengraden, mit denen sich Doreen nicht auskannte. Sollte sie es riskieren, den Computer einzuschalten? Sie lief zu dem langen Tapeziertisch. Auch hier lagen Fotos einer Industrieanlage im Bau. Graue Gebäude auf einem Teppich ordentlich angelegter Felder, die wie eine Patchwork-Decke aussahen, mit Feldwegen und Straßen als feine Nähte dazwischen, daneben der Schwung eines Flusses, grün und manchmal mit einem Lastkahn darauf, der eine kleine weiße Gischt hinter sich herzog. Eine Akte enthielt Fotos von Männern, die unheimlich aussahen. Sie blickten auf den Bildern starrgerade aus. »Soldaten«, dämmerte es Doreen. Die Männer machten ihr Angst. In dem Moment, als sie die Maus bewegen wollte, um den Computer aufzuwecken, hörte sie, wie der Schlüssel an der Wohnungstür kratzte. »Scheiße!« Thomas kam zurück. Doreen hastete zum Lichtschalter und war froh, dass sie ihre Schuhe in der Küche ausgezogen hatte. Sie machte kaum ein Geräusch, oder doch? Sie knipste das Licht aus und zog langsam die Tür zu. Sie musste vorsichtig sein. Sie wusste von vorhin, dass die Garniere knerzten. Das Floss an der Wohnungstür klickte auf, als Doreen ins Wohnzimmer trat. Ohne Hast ging sie zum Couchtisch und nahm ihre Tasse Tee, um auf Thomas zu warten. Beiläufig begann sie mit einer Nagelschere, die Etiketten von den neuen Kleidungsstücken abzutrennen. Thomas Eisler ging grußlos am Wohnzimmer vorbei und verschwand in seinem verbotenen Raum. Kurz darauf hörte sie ihn gedämpft telefonieren. Sie konnte nicht verstehen, worum es ging. Danach wurde es für eine halbe Stunde sehr ruhig in der Wohnung. Nur das leise Ticken der Plastikuhr über dem Durchgang zur Küche war zu hören, und Doreen versuchte, die Stille mit alten Erinnerungen zu überbrücken. Erst drang es nur leise zu ihr durch. Ein heller Ruf. Ihr Name. Doreen. Dann noch einmal. Doreen. Auf zehn Spitzen ging sie zur verbotenen Tür. Sollte sie jetzt Antworten bekommen? Wollte er sie endlich einweihen? Sie blieb mit dem Ohr an dem kalten Holz stehen. Da war es noch einmal ganz deutlich. Doreen! Sie entschloss sich, nicht die Tür zu öffnen. Ja? rief sie zaghaft. Kommst du bitte kurz zu mir? bat Thomas. Wenn er es so wollte, dachte Doreen und öffnete vorsichtig die Tür. Er stand hinter dem Tapeziertisch mit dem Computer, die Vorhänge waren immer noch zugezogen. Wie die Höhle eines Löwen, dachte Doreen. Bitte schließ die Tür. Sie zog sie hinter sich zu. Komm ein Stück näher, sagte er und fügte nach einer kurzen Pause ein Bitte hinzu. Doreen wagte sich zwei Schritte weiter in den Raum. Sie stand jetzt inmitten der Fotos, direkt unter der nackten Glühlampe. Sie erinnerte sich, dass sie noch niemals in diesem Raum gewesen war und blickte sich neugierig um. Du brauchst nicht so zu tun, als ob. Seine Stimme war auf einmal um zehn Grad kälter als zuvor. Er weiß es, schoss es Doreen durch den Kopf. Was hast du dir nur dabei gedacht? fragte er. Eis. Doreen antwortete nicht. Sie schlug die Augen nieder. Plötzlich sprang er neben sie und riss ihre Haare brutal nach hinten. Ihr Nacken knackte, als sich die Halswirbel dehnten. Was hast du dir verdammt nochmal dabei gedacht? schrie er seinen Mund direkt neben ihrem Ohr. Sie spürte zwei kleine Tropfen Speichel auf ihrer Haut. Sie wimmerte vor Schmerzen. Bitte, Thomas, versuchte sie, aber er stieß sie brutal von sich. Sie sank auf die Knie. Er trat ihr mit dem Absatz seines Schuhs ins Kreuz. Ihr Brustkorb landete auf dem harten Teppich und die Luft wich aus ihren Lungen. Sie hörte, wie er seine Gürtelschnalle öffnete. Sie wusste, was jetzt kommen würde. Sie kannte ihn. Seit je behandelte er seine Mädchen so. Auch wenn sie erst siebzehn Jahre alt gewesen waren. Der erste Hieb traf sie zwischen den Schulterblättern. Sie versuchte nicht zu verkrampfen. Es kam ihr vor, als wäre der Gürtel härter geworden mit den Jahren. Du! Der untere Rücken. Er zerriss ihr Oberteil. Der feine Stoff leistete kaum Widerstand. Denkst! Rechte Schulter. Du! Linke Schulter. Jetzt wie das Schwungrad einer Maschine. Kannst! Rechte Schulter. Die! Oberer Rücken. Staatssicherheit! Unterer Rücken. Bescheißen! Er packte sie an der Schulter und drehte sie brutal auf den Rücken. Er stand jetzt breitbeinig über ihr, das Gesicht wutverzerrt. Der andere Thomas. Die dunkle Seite. Du! Rechte Brust. Er riss den BH über ihren Kopf. Er blieb an ihrem Kinn hängen. Denkst! Linke Brust. Du! Bauch. Kannst! Wieder der Bauch. Das Finale. Mich! Das Lederschnitt in ihr Fleisch. Bescheißen! Der letzte Hieb traf noch einmal ihre Brüste. Dann ließ er sie liegen und ihre Tränen liefen auf den harten Teppichboden. Sie würde nie wieder versuchen, ihn zu bescheißen. Es war ihr Fehler gewesen. Sie hatte selber Schuld. Die Soldaten hatte sie längst vergessen. Moskau, Russland. 1. Oktober 2012, 22.35 Uhr. Dimitri saß auf dem Sofa seiner neuen Wohnung, luxuriöse 90 Quadratmeter in einem der schicken neuen Hochhäuser, und blickte nachdenklich auf die Schneeflocken, die sich auf seinem Balkon wilde Schlachten mit dem Wind lieferten. Maja hatte einen sehr russischen Geschmack, was Einrichten und Luxusartikel anging. Er hatte sich bei der Personalabteilung einen Teil seines Bonus als Vorschuss auszahlen lassen müssen, denn er verdiente jetzt knapp 2,5 Millionen Rubel, aber das entsprach in westlichen Währungen gerade einmal 80.000 Dollar. Kein Gehalt, mit dem sich auf Dauer ein solcher Lebensstil finanzieren ließ. Mit dem Suchenbefehl klickte er auf seinem Computer den nächsten Textbaustein an, der die Buchstabenkombination maxnet.sys enthielt. Er war noch immer dabei, die Software zu entschlüsseln, die Viktors Vater ihnen auf einer Speicherkarte übergeben hatte, als enthielte sie nicht weniger als den heiligen Gral. Dimitri war überzeugt davon, dass es sich um eine Schadsoftware handelte, aber sie gab ihm immer neue Rätsel auf. Normalerweise waren Viren, Toyane oder Würmer, wie diese kleinen Biester auch genannt wurden, sehr klein und besaßen maximal die Größe einer kleinen Bilddatei. Ganz im Gegensatz zu dem, was Dimitri jetzt seit zwei Wochen analysierte. Es war fast ein halbes Megabyte groß, und es bestand, soweit er bisher gesehen hatte, aus nichts als einfachen Textzeilen, dem Code. Keine Bilder oder Musik oder sonstige Dateien, die viel Speicherplatz verbrauchten, was nichts anderes bedeutete, als dass es sich um ein äußerst komplexes Schadprogramm handeln musste. Und wie es funktionierte, hatte er immer noch nicht herausbekommen. Sicher war nur, dass er tatsächlich das Original, den echten Source-Code besaß, also die Datei, an dem der ursprüngliche Programmierer gearbeitet hatte. Er hatte sie in kleine handliche Stücke unterteilt, um zu verstehen, wie er sie aufgebaut hatte. Und der Teil, an dem er im Moment arbeitete, schien ihm ein guter Anfang zu sein. Hier wurde offenbar festgelegt, wie sich die Software verbreitete. Und was er entdeckt hatte, war eine dicke Überraschung. Offenbar nutzte das Programm eine ihm bisher unbekannte Schwachstelle von Windows-Betriebssystemen, die es dem Programm erlaubte, sich von einem USB-Stick ohne weiteres Zutun des Nutzers auf dessen Computer zu installieren. Das Interessante daran war, dass solche neuen Schwachstellen extrem selten und daher sehr teuer waren. Er kannte nur einen Wurm, der diese Schwachstelle nutzte, aber es war unmöglich, dass es sich um diesen handeln konnte. Oder doch? Er wählte ein Icon auf seinem Desktop, das aussah wie eine glänzende schwarze Spinne, die in der Wüstensonne glitzerte. Sein Darknet. Darknets waren so etwas wie die digitale Entsprechung zu Londoner Herrenclubs. Man bekam nur Zutritt zu dem exklusiven Zirkel, wenn man sich verdient gemacht hatte, wenn die anderen wussten, dass man einer der besten Programmierer war, die die Welt zu bieten hatte. Er startete das Programm, das im Wesentlichen aus einer Chat- und einer Dateitauschfunktion bestand, natürlich absolut sicher und nicht zurückzuverfolgen. Er durchsuchte das Messageboard nach einem bestimmten Eintrag und las die dahinterliegende Diskussion. In seinem Magen machte sich ein flaues Gefühl breit, und dennoch stieg mit jeder neuen Nachricht auch seine Aufregung. Denn es schien so, als würde sich seine Vermutung bestätigen. Nach einer Viertelstunde schloss er das Darknet und kopierte das Virus auf einen USB-Stick. Er rannte beinahe durch die Wohnung zu seinem Schreibtisch, stöpselte seinen zweiten Rechner vom Internet ab und startete Windows. Als sein Desktop auf dem Bildschirm erschien, steckte er den USB-Stick in den Rechner und wartete fünf Sekunden. Dann zog er ihn schon wieder heraus. Er hatte weder etwas angeklickt noch irgendeine Datei geöffnet. Und trotzdem, wenn er sich nicht täuschte? Mit zittrigen Fingern startete er ein selbstgeschriebenes Analyseprogramm. Nach zwanzig Sekunden ließ er sich auf den Schreibtischstuhl fallen und mummelte, heilige Scheiße. Das Virus hatte den PC befallen und prüfte gerade, ob sich in seiner Netzwerkumgebung noch weitere Computer befanden, die er infizieren konnte. Dimitri konnte live mitverfolgen, wie elegant das Programm dabei vorging und wie es sich unmerklich im Speicher ablegte. Er konnte nicht anders, als das Meisterwerk zu bewundern. Es kam ihm vor, als betrachte er das Bolschoi-Ballett bei einer komplizierten Choreografie. So einfach, so elegant und doch so unfassbar schwer zu erreichen. Jetzt war Dimitri sicher, um welches Programm es sich handelte. Um das gefährlichste Virus der Welt, den Superstar der Schadsoftware, das Meisterstück eines Genies, Stuxnet. Anatoly Charkov wollte, dass er Stuxnet für ihn umprogrammierte. Dimitri atmete tief ein und starrte zur Decke. Und er hatte ihm den Quellcoach umbesorgt. Er ging in Gedanken durch, wie er es anstellen könnte. Die Aufgabe entbehrte nicht eines gewissen Reizes, das musste er zugeben. Und es wäre definitiv möglich. Schließlich waren die meisten Funktionen der Software ironischerweise von den großen IT-Sicherheitsfirmen gut dokumentiert worden, um Schaden abzuwenden. Nein, es war sogar wahrscheinlich deutlich weniger aufwendig, als Anatoly sich das vorstellte. Zumindest, wenn er den Teil mit der technischen Anlage, die manipuliert werden sollte, tatsächlich aus der Ukraine zugeliefert bekam, wie Anatoly versprochen hatte. Seine Aufgabe war nur die Hülle, das Eintrittstor über die normalen PCs. Es wäre für ihn ein leichtes, den dicken Bonus einzufahren, den Anatoly ihnen versprochen hatte. Die Preisfrage jedoch lautete, was wollte Anatoly damit? Mannheim, Deutschland. 10. Oktober 2012, 15.31 Uhr. Anderthalb Wochen später. Der Zug nach Heilbronn stand schon abfahrbereit auf dem Gleis, sodass Doreen Kaiser nicht einmal in der Kälte warten musste. Sie suchte sich eine Fensterreihe, hinter der möglichst wenig Fahrgäste saßen und drückte den Türöffner. Keine zwei Minuten später saß sie auf einem unbequemen, harten Sitz mit blauer Polsterung, die diesen Namen nicht verdiente, und starrte aus dem Fenster. Wie er wohl sein würde. Noch einmal kramte sie den braunen Umschlag aus ihrer Handtasche, den sie eigentlich in Berlin hätte lassen sollen, und betrachtete die Fotos der vier Männer, von denen sie einen verführen sollte. Nicht nur einfach verführen, natürlich. Eine richtige Beziehung sollte sie mit ihm eingehen, inklusive gemeinsamer Zukunft und so weiter, Kinderplanung möglicherweise, wenn es klappen würde, mit Anfang 40. Sie zog ihren Lippenstift nach mit einem kleinen Taschenspiegel. Als sie sich darin betrachtete, sah sie eine schöne Frau, eine einsame Frau, die nach Heilbronn zog und niemanden kannte. Sie klappte den Spiegel zu und stopfte ihn zusammen mit dem Umschlag zurück in ihre Handtasche. Sturowa, Polen 14. Oktober 2012, 6.31 Uhr, vier Tage später Thomas Eisler beobachtete den Fortschritt vom Team Schweden. Sechs Männer mit kantigen Gesichtern und kurzen Haarschnitten, ihre identische schwarze Kleidung ließ sie noch etwas gleicher aussehen. Der Trupp lief auf einen über drei Meter hohen Zaun zu. Nach außen gewandter Stacheldraht auf der Krone ließ ihn unüberwindlich aussehen. Die Höhe und der Winkel des Wehrs entsprachen exakt den Gegebenheiten in Forsberg. Der Mann, der für die Leiter zuständig war, lief vorneweg, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Geschwindigkeit und Kräfte sparen zugleich. Im Lauf ließ er das erste Segment seiner speziell angefertigten Leiter einrasten, dann das zweite und dritte. Das leichte und trotzdem hochfeste Carbon machte es möglich, dass er sie tragen konnte, obwohl sie bereits fast zwei Meter hoch war. Es handelte sich genau genommen nicht einmal um eine Leiter, sondern vielmehr um eine Brücke mit Stufen. Das fertige Konstrukt würde jede Mauer und jeden Zaun in der geforderten Höhe überwinden. Es war der einzige Job des großgewachsenen Mannes im Team Schweden, zu trainieren, diese Brücke aufzubauen. Weiteres wurde nicht von ihm verlangt, obwohl auch er ein Sturmgewehr auf dem Rücken trug. Dafür musste er genau diesen Auftrag in absoluter Perfektion erledigen, die sich nur durch unendlich viele Wiederholungen erreichen ließ. Fünfzig Meter weiter hatte er die Konstruktion fertig, etwas zu weit weg von seinem Hindernis. Er hatte zu früh angefangen. Thomas Eisler hörte zufrieden den Pfiff des Ausbilders, den er angeheuert hatte. Erst gestern hatte er ihnen erklärt, worum es bei ihrem Auftrag wirklich ging. Es entsprach in etwa dem Profil, für das sie bei ihren früheren Einheiten ausgebildet worden waren, unerkannt eindringen, sabotieren und ebenso unerkannt entkommen. Ihre Feuerwaffen trugen sie nur für den Fall, dass etwas schief ging. Und das durfte nicht passieren. Es würde nicht passieren, das sei in ihren Gesichtern. Die Männer stammten hauptsächlich aus Aufklärungseinheiten, die hinter feindlichen Linien operierten, und er hatte darauf geachtet, dass jedem Team mindestens einer zugeteilt war, der die Landessprache ihres jeweiligen Zielobjekts beherrschte. Sie waren der Garant dafür, dass in der Bevölkerung hysterische Panik ausbrechen würde. Sie waren der Teil, auf dem er bestanden hatte, weil er einem Computervirus alleine nicht vertrauen wollte. Die Männer würden parallel zu ihrem Anschlag auf die Computersysteme einen konventionellen Anschlag durchführen. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Eine dreckige Bombe mit dem radioaktiven Material, das er auf einem polnischen Parkplatz in Empfang genommen hatte. Sie waren gewissermaßen die Lungenentzündung für seinen krankheitsgeschwächten Patienten, der sich Europa nannte. Diese Männer waren das, was seinen Patienten umbringen würde. Amsterdam, Niederlande. 25. Oktober 2012, 15.28 Uhr. Zwei Wochen später. Das gesamte ECSB-Team, das an dem Fall beteiligt war, saß um den elliptischen Konferenztisch, der in einem Raum in der Mitte des Stockwerks untergebracht war. Natürlich Will Thater, der Chef sowie das kleine Kernteam ihrer Voruntersuchung, Solvay, Eddie und Dominik. Thater, der die ECSB nach dem Vorbild von Geheimdiensten in unabhängigen Zellen organisiert hatte, glaubte nicht an schiere Personalmenge, sondern setzte vielmehr auf individuelle Effizienz. An den Wänden flimmerten von Flachbildschirmen die wichtigsten Fakten. Slangs Erkenntnisse aus Israel, die Informationen, die ihnen Feinblatt über Jahl zugespielt hatte, sowie die Statistiken, die sie in den vergangenen Wochen mit zwei ihrer versiertesten externen Experten erarbeitet hatten, deren Konterfeil nun ebenfalls auf zwei der Bildschirme zu sehen war. Dr. Andrea Gladgi, eine Statistikprofessorin aus Warschau, sowie Tom Chambers, der Computerexperte, den Will wieder zu seiner Firma zurückgeschickt hatte. Dominik war einigermaßen stolz darauf, dass er die Formel, mit der sie die wahrscheinlichsten Angriffsszenarien mit Stuxnet ermittelt hatten, inzwischen sogar von alleine verstand. Im Gegensatz zu Will Theiter, dem sie heute ihre Ergebnisse vorstellten. »Wir glauben«, setzte er deshalb erklärend an und schaute dabei in die Runde am Tisch, »dass eine Gruppe russischer Nationalisten plant, Europa in den ungeplanten und sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie zu treiben, um die Gaspreise ins Unermessliche steigen zu lassen und so den Wert ihres wertvollsten Bodenschatzes zu vervielfachen.« Will dachte nach und verkündete nach einer Weile, »Okay, es hört sich logisch an. Kämme es tatsächlich zu einer Abschaltung sämtlicher Kernkraftwerke in Europa, würde der Gaspreis explodieren. Nur Gas könnte überhaupt die notwendige Spitzenlast erzeugen, ohne die unsere Industrie stillsteht und damit die gesamte Wirtschaft. Und die einzigen, die genug liefern könnten, wären die Russen. Aber warum um alles in der Welt sollten die europäischen Staaten gleichzeitig aus der Kernenergie aussteigen? Das Wendemanöver der deutschen Kanzlerin nach Fukushima war zugegebenermaßen erstaunlich, aber nicht alle Bevölkerungen teilen die deutsche Skepsis. In Frankreich beispielsweise ist nahezu niemand gegen die Atomenergie. Auch nicht in Skandinavien.« »Und was wäre«, flüsterte Dominique, dem selbst bei dem Gedanken, was ihre Berechnungen ergeben hatten, beinahe körperlich übel wurde, »wenn es ein Fukushima in Europa geben würde? Nicht einmal in dem Ausmaß, aber Störfälle. Und viele davon. Und unkontrollierbar, was wäre dann?« Will Thater wurde bleich, und auch die ansonsten so gefasste Solvee rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. Es entstand eine längere Pause, bis schließlich doch Will das Wort ergriff. »Und ihr wollt mir erzählen, dass ein Computervirus ein Atomkraftwerk lahmlegen kann?« »Es kann doch nicht euer Ernst sein.« »Wer weiß«, warf Solvee ein. »Immerhin werden die Atomanlagen vom Iran ja auch nicht gerade aussehen wie der Hof eines Schweinebauern, oder? Und da haben die Israelis es ja nun mal nachweislich reingekriegt.« »Ja, genau, Sleng«, bestätigte Dominique. »Und ich zeige euch jetzt ein Foto, das einiges relativieren dürfte, was ihr bisher über unsere westeuropäische Hightech-Atomindustrie gedacht habt.« Er warf einen fragenden Blick zu Eddie, der die entsprechende Datei aufrief. Das Bild zeigte einen Mann in einem Overall, der schief lächelnd vor einer Computeranlage stand, die sich kaum von einem handelsüblichen PC unterschied. »Was soll denn das sein?«, fragte Will. »Falsches Bild?« »In gewisser Hinsicht schon«, erläuterte Dominique und fuhr langsam und sehr leise fort. »Hier seht ihr den Leitstand des Atomkraftwerks Isar II, eines der neuesten der Bundesrepublik Deutschland, das bis mindestens 2022 am Netz bleiben soll. Und das da in der Mitte«, er deutete auf den PC, »ist ein Computer mit dem Betriebssystem Windows NT.« »Den Stuxnet ohne Probleme angreifen kann«, flüsterte Eddie. »Heilige Scheiße«, murmelte Will und griff zum Telefon. Moskau, Russland. 4. Dezember 2012, 17.33 Uhr. Sechs Wochen später. Thomas Eisler erreichte die Gegend, die im Volksmund Rublyovka genannt wurde, über die gleichnamige Chaussee, an der seit jeher die Wochenendhäuser der Reichen und Mächtigen lagen. An der Abzweigung zu Anatolys Haus stand ungewöhnlicherweise keine Polizei, und nur ein kleines Emailleschild mit der Hausnummer 88 verriet ihm, dass er die richtige gefunden hatte. Eisler parkte den Wagen vor dem großen Schmiede Eisernen Tor, das sich öffnet, kaum, dass er ausgestiegen war. Ein strahlender Anatoly kam aus der riesigen Villa, die aussah wie ein versteinertes Raumschiff von Luigi Colani, und breitete die Arme aus. »Eisler, mein Lieber, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise.« »Vermutlich hatte er eine neue Liebhaberin«, schätzte Eisler, dem die gute Laune des Russen sofort verdächtig vorkam. Als erstes musste er eine Führung durch die Datscher über sich ergehen lassen, die für diese Gegend sicherlich nicht sonderlich imposant war, eher obere Mittelschicht. Natürlich hatte Eisler immer gewusst, dass hinter dem Wodka-Manager noch ein weiterer, ungleichmächtigerer Auftraggeber stehen musste. Es ärgerte ihn nur, dass er immer noch nicht herausgefunden hatte, um wen es sich dabei handelte. Er vermutete einen Oligarchen der ersten Stunde aus der Jelzin-Klicke. Und es gab einen Namen, besser gesagt einen Decknamen, der immer wieder auftauchte und der selbst Thomas Eisler noch in seinem Alter und bei seiner Erfahrung einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Das Biest. Ein Phantom. Also, Eisler, was haben Sie mir mitgebracht? Eisler zog einen dicken braunen Umschlag aus seiner Ledertasche und räusperte sich. Nun, Mr. Rakow, wie ich Ihnen schon bei unserer letzten Besprechung angekündigt habe, sind die Vorbereitungen fast abgeschlossen. Ich habe insgesamt acht Ziele aus Ihrer Liste ausgewählt, wie gewünscht mit Schwerpunkt Frankreich, Deutschland, Schweden und England. Er reichte ihm den Ausdruck einer Wikipedia-Seite, auf der einige Kernkraftwerke mit Kuli markiert waren. Obwohl er wusste, dass die Behörden heutzutage Papier kaum jemals kontrollierten, hatte er dennoch darauf geachtet, nicht mit verfänglich aussehendem Material zu reisen. Den Zugang zu den jeweiligen Zielen erreichen wir über mehrere Methoden, deren genaue Funktionsweise ich Ihnen lieber nicht erläutern würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wann schützen Sie, können Sie anfangen? Das, bemerkte Thomas Eisler und faltete die Hände vor seinen knochigen Knien, hängt sehr davon ab, wann wir endlich das Virus von Ihnen bekommen. Anatoly beugte sich nach vorn. »Sie können es mitnehmen.« Er warf einen Blick auf seinen viel zu protzigen Breitling-Chronografen. »Es kann sich nur noch um Minuten handeln.« Eisler ließ die Hände gefaltet und starrte ihn an. Das war allerdings eine wirklich große Überraschung. Er war davon ausgegangen, dass Anatoly nichts als einen weiteren Zwischenbericht von ihm wollte. Doreen und Tanja würden sich beeilen müssen, von den anderen Teams, die in die Kraftwerke einbrechen sollten, ganz zu schweigen. Er war noch nicht bereit, noch nicht ganz. Und wenn Anatoly wirklich heute schon die Sachsenhead-Variante liefern würde. Ein junger Mann betrat den Raum. Eisler erkannte den Freund des Sohnes wieder, der ihm auf der Nacht vorgestellt worden war. Er fischte einen USB-Stick aus der Tasche und schob ihn quer über den Tisch in Anatolis Richtung. »Und da ist alles drauf,« wollte Charkov wissen. Der Junge nickte. »Und das funktioniert.« »Ich kann nur für meinen Teil sprechen. Die Subroteinen für die Anlagensteuerungen kommen von ihrem Kontakt in der Ukraine, aber soweit ich das überblicken kann, sieht auch das sehr professionell aus.« »Die Ukraine ist kein Problem,« lächelte Eisler, der den Kontakt vermittelt hatte. »Dann wird es funktionieren,« sagte Dimitri. Eisler bekam von Anatoly den Stick über den Tisch geschoben wie den schwarzen Peter beim Kartenspiel. Er ließ den Speicherchip in den Umschlag fallen und verschloss ihn mit einem Klebestreifen. »Fangen Sie an, Eisler! Machen Sie ihnen Feuer unter dem Arsch!« Thomas Eisler nickte nachdenklich und begleitete ihn zum Ausgang. Als Thomas Eisler ins Freie trat, schirmte Anatoly die hochstehende Sonne mit seinem Handrücken ab und blickte ihn fragend an. Eisler beugte sich zu ihm vor und raunte, »Der Junge ist nicht mehr bei uns. Er ist ein Sicherheitsrisiko. Sie werden sich um ihn kümmern müssen. Überwachen Sie ihn, er darf jetzt nicht ausschüren.« Anatoly nickte, als habe er nichts anderes erwartet. »Ich weiß,« seufzte er, »obwohl es mir immer leidtut um die jungen Leute.« Als Thomas Eisler in den SUV stieg, den er vor dem Tor geparkt hatte, schlich sich das Biest zurück in seine Gedanken. Der Hintermann, das Phantom. Er erinnerte sich an die Gerüchte, die sich um ihn rankten. Angeblich war seine Frau kurz vor seinem Abtauchen verschwunden, an einem schönen Sommertag. Einfach so. Spurlos. Daher sein Spitzname, der in den Wirren der Finanzkonstruktion von Jelzins Russland zum Pseudonym geworden war. Wie konnte jemand, der so reich war, auf einmal abtauchen, fragte er sich. Er würde noch einmal versuchen, seine alten Quellen beim FSB anzuzapfen, nahm er sich vor, als er wendete. Kurz nachdem er sich in den Verkehr auf der A105 Richtung Moskau eingefädelt hatte, waren die Sorgen um Dimitri Bodonin verschwunden. Zumindest vorläufig. Teil 2 Amsterdam, Niederlande. 12. Dezember 2012, 10.21 Uhr. Eine Woche später. Solvay saß an ihrem Schreibtisch und brütete über den Analysen, die Dominique mit der Statistikerin Dr. Gladgi angefertigt hatte. Sie fand keinen logischen Fehler in der Formel, aber das Ergebnis konnte sie dennoch kaum glauben. Aber was, wenn die beiden recht hatten? In diesem Moment klopfte es an der Tür, und ohne eine Antwort abzuwarten, steckte Dominique den Kopf herein. Solvay warf einen Blick auf die Uhr ihres Computers. Sie hatten noch über eine halbe Stunde Zeit bis zu ihrer Lagebesprechung. »Du bist nicht überzeugt, Slang?« fragte Dominique ohne jede Spur von Verärgerung. »Na ja, mal ganz ehrlich, und wir sind ja jetzt unter uns. Ich habe mir die Sicherheitsbestimmungen von den Kernkraftwerken angeschaut. Die haben überall Kameras und Sensoren, meterdicke Betonwände, teilweise sogar versteckte Flugabwehrbatterien, was immer dir einfällt. Da kommt doch niemals ein Terrorist auch nur in die Nähe.« »Ja, das ist schon richtig, Solvay,« erklärte Dominique. »Aber das müssen sie doch auch gar nicht.« »Wegen dieser Software, schon klar. Und wie sollen sie die da reinbekommen?« »Okay, stell dir so ein Kraftwerk einfach mal vor wie den Tresorraum einer Bank.« »Gut?« Solvay nickte. Auch Eddie hatte jetzt aufgehört zu tippen und hörte interessiert zu. »Im sichersten aller Räume, dem Tresor, ganz unten im Keller, dort, wo die Schließfächer sind, befindet sich der Reaktor, in dem die Atomkerne gespalten werden. Das ist der am besten abgeschirmte Bereich des Kraftwerks. Direkt vor der Tür, auch noch im Keller und gesichert von mehreren Stahltüren, befindet sich der Leitstand. Hier wird das Kraftwerk gesteuert. Im Stockwerk darüber befindet sich die Verwaltung unserer Bank genauso wie bei dem Kraftwerk. Hier gibt es auch noch einen abgesicherten Bereich, in dem nur Leute vorgelassen werden, die Berechtigungen haben, den Tresorkeller zu betreten, in unserem Fall wären das die Techniker und Ingenieure. In den weniger gesicherten Bereichen, zu denen man zwar immer noch nur mit einer Code-Karte Zutritt erhält, arbeiten die Leute, die die Schichtpläne erstellen, die Sekretärinnen, der Betriebsrat, das Management. Selbst in einem mittelgroßen Kernkraftwerk arbeiten um die tausend Personen, bis hin zum Tellerwäscher in der Kantine.« »Okay, das verstehe ich«, unterbrach Solvay ihn. »Aber der Koch kann ja auch nicht einfach die Bank ausrauben, oder?« Dominique lächelte. »Nein, vermutlich nicht. Aber deswegen heißt Schadsoftware ja auch umgangssprachlich Virus. Sie verbreitet sich fast von alleine gewissermaßen durch die Luft.« Eddie lachte kehrlich. »Okay«, gab Dominique zu. »Vielleicht nicht gerade durch Luft, aber beinahe.« »Eddie, erinnerst du dich an das Virus bei diesem Automobilhersteller?« »Oh ja, die Story ist gut. Irgendein Oberprogrammierer hat einen PC aus einem der Greifroboter am Fließband ausgebaut, um die Software zu aktualisieren. Dazu hat er ihn einen Raum weiter an seinen eigenen PC angeschlossen. Nachdem er ihn freudestrahlend wieder in den Greifarm eingebaut hatte, stand eine Viertelstunde später die gesamte Produktion still. Er hatte unwissentlich einen ganz einfachen Wurm eingeschleppt, ein lächerlich unkompliziertes Programm, das einfach nur alles tump abschaltete. Über vier Stunden haben die Experten gebraucht, um die Fabrik wieder zum Laufen zu kriegen.« Solvay starrte ihn an. »Aber doch nicht in einem Atomkraftwerk. Das ist doch lächerlich.« Eddie zog eine Augenbraue hoch und deutete mit ausgebreiteten Handflächen zu Dominique. »Deine Schau, Kumpel.« »Ja, wir denken, dass es keineswegs unwahrscheinlich ist. Unsere Simulation zeigt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,86 Prozent der eine oder andere systemische Kontakt zwischen den Computern im Tresorraum und denen in der Verwaltung besteht. Pro Tag wohlgemerkt. Ihr dürft nicht vergessen, das sind Industrieanlagen, die von einfachen Angestellten der Privatunternehmen gewartet werden. Wir reden hier nicht über Langstreckenraketen mit Abschusscodes oder ähnliches.« Eddie, der schneller im Kopfrechnen war als Solvay, pfiff durch die Zähne. »Das bedeutet, dass die Chance nach nur einem Monat auf 25 Prozent angewachsen ist, dass das Virus bis in den Leitstand vorgedrungen ist.« »Ja, exakt,« pflichtete Dominique ihm bei. »Und diese Analyse beinhaltet auch den Tellerwäscher, der das Virus im Küchencomputer einschleust. Ich rechne persönlich eher mit 55 Prozent im Monat, wenn die Russen sich etwas Mühe geben.« Solvays Mund blieb offen stehen, nachdem sie diese Zahlen gehört hatte. Mittlerweile war auch sie überzeugt, dass die Bedrohung real war. »Und wir sind mittendrin,« dachte sie noch, als Eddies und ihr Rechner gleichzeitig eine als besonders dringlich und vertraulich eingestufte E-Mail ankündigten. Synchron drehten sie sich zu ihren Monitoren. »Geh deinen Rollstuhl holen, Kumpel. Es geht los. Fayta will uns in fünf Minuten im Konferenzraum sehen.« Im Konferenzraum war der Grund ihres Meetings für jeden auf dem großen Monitor ersichtlich. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten über ihren Fall abgestimmt. Der Bildschirm zeigte eine Europakarte, auf der die Länder, die Wills Antrag stattgegeben hatten, grün und die restlichen rot eingefärbt waren. Soweit Dominique sehen konnte, hatten nur zwei Länder gegen ihre Ermittlungen gestimmt, England und Italien. Er schob seinen Rollstuhl neben den von Eddie und klappte seinen Laptop auf. Sie sahen aus wie zwei Musterschüler einer Behindertenklasse, fand Dominique. Will Thater klopfte wie so oft mit seinem Stift auf die Tischplatte und wartete, bis alle Eingeladenen versammelt waren. Als Letzte öffnete Solvay schwungvoll die Tür und setzte sich auf einen freien Platz am Tischende. »Ihr könnt wohl gerade nicht anders, oder, Will?« fragte sie nach einem kurzen Blick auf das Abstimmungsergebnis. »Sehr witzig, Slang«, sagte der Engländer. »Aber wahrscheinlich hast du recht. Europa ist nicht gerade Mode im Unterhaus.« Solvay grinste. »Aber lassen wir das.« Er war nicht in der Laune für Witze, bemerkte Dominique. Ob es klug war, ihn in dieser Stimmung zu fragen? Immerhin ging es um etwas, das ihm wichtig war, wie er in den letzten Wochen erkannt hatte. »Die EU-Kommission hat uns offiziell das Mandat erteilt, die drohende Anschlagsserie auf die Energieinfrastruktur Europas zu verhindern und aufzuklären. Damit können wir anfangen. Ich bin mir sicher, ihr habt Vorschläge.« Solvay nickte Eddie zu, erhob sich von ihrem Stuhl und trat an den Monitor, auf dem jetzt ihr vorläufiger Schlachtplan zu sehen war. »Wir werden als erstes eine Analyse erstellen, wie das Virus in die Kernkraftwerke eingeschleust werden kann. Unserer Meinung nach ist das die grösste Schwachstelle des Plans unserer Gegner.« Dominique atmete hörbar ein. »Auch wenn«, fuhr Solvay nach einem Seitenblick fort, »wir nicht unbedingt alle einer Meinung sind.« »Eddie?« »Uns bleibt im Moment schlicht keine andere Wahl. Da wir nicht wissen, wo die Täter zuschlagen, sondern nur mit was, nämlich mit einer neuen Variante von Stuxnet, die wir noch nicht kennen, ist dies unser bester Ansatz. Ihr knöpft euch die wichtigsten Anlagen vor, die wir nach ihrem Schadenspotenzial für die Bevölkerung und ihrer Auswirkung auf die Stromversorgung bei einem Störfall aussuchen. Wir drehen jeden Stein um. Könnten die Terroristen dort eindringen? Wen könnten sie bestechen? Einfach alles.« Feiter schaute zu Dominique, der frustriert nickte. Ihm fiel im Moment auch kein besserer Plan ein, auch wenn er sich sicher war, dass die Täter so kaum zu stoppen sein würden. »Okay. Und welche Einheit soll dich unterstützen? Du wirst für die Einbruchsszenarien doch sicher einen von den Special Forces dabei haben, oder nicht?« »Ehrlich gesagt, ich hab mich schon darum gekümmert, und ich hätte gerne dieses Mal keinen von den üblichen Verdächtigen wie KSK oder SES.« »Und wieso nicht, wenn ich fragen darf?«, ätzte Theiter, dem der britische Special Air Service immer besonders am Herzen lag. »Die Ausbildung ist doch bei allen europäischen Einheiten fast dieselbe. Ich hätte gerne jemanden von einer etwas kreativeren Truppe.« »Und an wen hättest du da so gedacht, Slang? Die Schweizer Garde vielleicht?« »Nein. Viel exklusiver. Jarl hat mir versprochen, jemanden zu schicken. Von der Scheite 13.« Theiter, der breitbeinig auf seinem Stuhl saß, als wäre er bereit, jederzeit aufzuspringen, tippte noch einmal mit dem Kugelschreiber an die Tischplatte. Dann wurde es still. »Die Special Forces der israelischen Navy.« »Mein Gott,« dachte Dominique. Er wusste, dass sie häufig mit den Seals trainierten, die Osama Bin Laden getötet hatten, eine der exklusivsten Einheiten der Welt. Und ihnen eilte tatsächlich ein Ruf voraus, den man als kreativ bezeichnen könnte oder unkonventionell. Dominique wusste, dass Solve hier ein großes Kaliber auffuhr, zumal es sich nicht um eine Einheit aus dem Euroraum handelte. »Aber wenn es nützte?« »Okay. Deine Entscheidung,« sagte Theiter nach einer kurzen Pause. Keine zwei Minuten später waren die Aufgaben verteilt, und die Runde löste sich auf. Nur Sir William saß immer noch auf seinem Stuhl und hatte sich keinen Zentimeter bewegt, seit Solve von ihrem Plan mit der Scheihe Ted 13 erzählt hatte. Er starrte gedankenverloren ins Nichts, als Dominique neben ihn rollte. Theiter zuckte beinahe zusammen, als Dominique sich räusperte, um sich Gehör zu verschaffen. Dann drehte Theiter sich aber zu ihm um und lächelte. »Was gibt's, Dominique?« »Ich habe gehört, du läufst wieder.« Der alte Mann hatte wirklich überall seine Quellen, vermerkte Dominique und nickte. »Ich versuche es zumindest.« »Es klingt aber nicht sehr zuversichtlich,« zweifelte Will. »Nein, das ist es nicht,« beeilte sich Dominique zu versichern. »Es ist nur, ich meine...« »Spuck's aus, mein Lieber. Wir haben hier keine Geheimnisse, das weißt du. Und ich helfe dir, wenn du etwas auf dem Herzen hast. Das ist mein Job, okay?« Dominique, der mit einem überehrgeizigen Vater aufgewachsen war, konnte die Führungsqualitäten von Theiter immer noch kaum fassen. Für die Schwäche, die er im Begriff war, zu gestehen, wäre er zu Hause für einen Tag in die Besenkammer gewandert, wenn nicht Schlimmeres. Und Theiter begegnete ihm nicht nur Verständnis, sondern auch noch respektvoll. Dominique bewunderte ihn aufrichtig, auch wenn einem seine snobistische Gutsherren Art im Tagesgeschäft gehörig auf die Nerven gehen konnte. Wenn es darauf ankam, konnte man sich aber auf Theiter verlassen. Meistens jedenfalls. Und heute war es Dominique wirklich wichtig.« »Ich habe lange nachgedacht in den letzten zwei Monaten, und ich denke, dass ich noch eine ganze Weile brauchen werde, bis meine Beine auch nur halbwegs wieder zu gebrauchen sind, und es ist mehr als fraglich, ob ich jemals wieder für einen Außeneinsatz geeignet sein werde. Thanatos war eine Ausnahme, und ich danke Ihnen dafür, aber wir beide wissen, dass es ein Risiko war, dass wir nicht wieder eingehen sollten.« Theiter nickte nachdenklich. »Ich hatte mir schon gedacht, dass dir das klar ist. Aber es gibt genügend Aufgaben hier in der Zentrale für dich, bis du komplett wiederhergestellt bist. Oder kannst du dich über zu wenig Arbeit beklagen?« »Nein, natürlich nicht, aber, Will, ich bin dafür nicht ausgebildet. Ich war ein Cop für die Straße, nicht fürs Büro. Und ich bin nicht so gut ausgebildet wie Eddie mit der IT, werde ich auch niemals sein. Natürlich könnt ihr mich weiterhin mit ein paar Analysen beauftragen, die ich dann mit externen Experten durchführe, und mich trotzdem zu euren Sitzungen mitnehmen, aber ich denke, wir alle wissen, warum ihr das macht, oder? Sonst hab ich doch niemals einen Analysten dort gesehen.« Theiter nickte erneut, sagte jedoch nichts. Was hätte er auch dazu sagen sollen? Es war die nackte, unbequeme Wahrheit, nicht mehr und nicht weniger. »Aber ich denke, ich habe einen Vorschlag. Bei beinahe jedem Auftrag spielt Dr. Glatki eine entscheidende Rolle, oder nicht?« »Natürlich. Sie ist unsere Statistikerin. Fast täglich basieren unsere Entscheidungen auf ihrer Mathematik. Wohin würde sich ein Täter wenden, was sind die logischen nächsten Ziele? Atomkraftwerke oder vielleicht doch nur die Produktion von Daimler?« »Aber worauf willst du hinaus?« »Dr. Glatki hat mir angeboten, bei ihr zu studieren. Ich bekomme viele von meinen früheren Scheinen angerechnet, und sie nimmt mich unter ihre Fittiche. Sie schätzte, ich könnte in zwei bis drei Jahren zurück sein.« »Du willst Mathematik studieren?« »Ich hatte das schon mal angefangen, neben Jura, das mir meinen Vater aufgezwungen hatte.« Theiter blickte ihn skeptisch an. »Und danach?« »Komme ich zurück, kann wieder laufen und werde der erste Risikomathematiker der ECSB. Als Unterstützung für Solve und Eddie.« Eine ganze Weile saß Theiter stumm da. Dominiques Magen krampfte sich zusammen. Er wollte unbedingt seine Zustimmung für das Studium haben. Er hatte keinesfalls vor, die ECSB zu verlassen. Er wollte nur die Jahre, die er ohnehin mehr Last als Nutzen war, zu etwas Sinnvollerem verwenden, als Arbeiten, die auch einer der unzähligen anderen Mitarbeiter gut erledigen konnte. Er wollte etwas leisten. Endlich wieder.« »Also gut, Dominique.« »Aber ich habe eine Bedingung.« Dominique blickte ihn gespannt an. »Eine Bedingung?« »Wenn ich dich zum Studieren schicke, um dich als Vollzeitmathematiker zurückzubekommen, dann wüsste ich gerne, dass es einen Vorteil bringt.« »Also tretet den Beweis an. Beweist mir bei unserem aktuellen Fall, dass die Statistik den Unterschied macht.« »Dann kriegst du dein Studium.« »Und die Stelle.« London, England. 14. Dezember 2012. 22.49 Uhr. Zwei Tage später. Das Biest blickte aus dem bodenlangen Fenster seines Apartments in the Canary Wharf über die Themse und die glitzernden Lichter von London. Hinter seinem Rücken stand einer von zwei Männern, denen er vollends vertraute, obwohl oder vielleicht gerade, weil seine Gegenwart selbst ihn schaudern ließ. Der Engländer trug einen roten Rollkragenpullover unter einem feinen Mantel aus Kamelhaar. Seine Haare waren nach hinten gegelt und umrahmten ein kantiges Gesicht mit einer wulstigen Stirn, unter der stark hervortretende Augäpfel lagen. »Sie haben neue Anweisungen für mich, Sir.« Er fragte es wie ein Anfänger in Spencers Butler School. Nicht neutral und bei weitem nicht freundlich genug. »Sind Sie mit unseren Plänen in Moskau vertraut?« »Selbstverständlich.« »Europa würde nicht mehr lange tanzen,« vermutete das Biest. »Brennen Sie die Brücken hinter uns ab. Moskau ist überflüssig geworden.« »Meinen Sie das wörtlich? Oder darf ich das als Metapher verstehen?« fragte der Mann in dem Kamelhaar-Mantel. Das Biest spürte, wie seine Augen verquollen auf seinen Rücken starrten. »Leblos.« »Verstehen Sie es, wie Sie es für richtig halten.« »Aber vor allem meine ich, vollständig.« Der Engländer betrachtete seine graue Haut im Spiegel auf der schäbigen Tankstellen-Toilette. Drei Menschen mussten ausgeschaltet werden. Anatoly und Viktor Charkov. Laut seiner Liste Vater und Sohn. Die dritte Person auf der Liste war ein gewisser Dimitri Bodonin. Der Mann startete den Motor seines alten Laders, den er bei einer kleinen Autovermietung bestellt hatte, und rollte vom Hof der Tankstelle. Über eine halbe Stunde später erreichte der Mann den überdimensionalen Parkplatz der Filiale eines schwedischen Möbelhauses im Süden von Moskau. Er bahnte sich seinen Weg zwischen Palettenwagen mit überlangen Schrankwänden darauf und Müttern, die Toppflanzen vor dem Bauch und ihre Kinder auf dem anderen Arm trugen, hindurch bis zu der Abteilung für Haushaltswaren. Es war gar nicht so einfach, wie es sich Laien oft vorstellten, sich in einer fremden Stadt eine Waffe zu besorgen, es sei denn, man kannte sich mit Messern aus und wusste, sie zu benutzen. In der Hand des richtigen Mannes konnte auch ein einfaches Küchenmesser zur tödlichen Waffe werden. Er wog einige der angebotenen Varianten auf dem Zeigefinger seiner rechten Hand. Dazu wählte er ein zweites Messer mit sehr langer, schmaler Klinge, das normalerweise zum Filetieren von Fischen verwendet wurde. Der Engländer hatte jedoch nicht vor, angeln zu gehen. Zumindest nicht in den nächsten drei Tagen. Heilbronn, Deutschland, 28. Dezember 2012, 8.34 Uhr, sechs Tage später. Peter Bausch lenkte seinen Passat-Kombi über den Bürgersteig auf den Parkplatz der Bäckerei Huck und stieg aus. Schon von außen sah er sie, die neue aus der Trattoria, die in letzter Zeit öfter da gewesen war. Bei seinem Stamm Italiener fielen ihm Frauen, die alleine Rotwein tranken, immer auf, zumindest wenn sie aussahen wie diese. Blonder Pagenkopf, ein talliert geschnittener Mantelstiefel. Als er die Tür zur Bäckerei öffnete, drehte sie sich zu ihm um und lächelte. Er wollte zurücklächeln, aber sie schlug zu schnell die Augen nieder und bezahlte. Beim Gehen lächelte sie wieder und lief über den Parkplatz. Ihre Stiefel knirschten auf dem Streugut. Sie lief beschwingt, fast fröhlich. Er wollte ihr nachrufen, ob sie mal mit ihm in die Trattoria gehen würde, statt alleine mit ihrem Buch, aber da war sie schon um die Ecke gebogen. Eine knappe Woche später saß er trotzdem mit ihr in der Trattoria, weil er sie fast jeden Morgen beim Bäcker traf und sich nach drei Tagen doch ein Herz gefasst hatte, sie anzusprechen. Sie hieß Doreen, war ungebunden und neu in der Stadt, und aus der Nähe sah sie noch viel besser aus, als er gedacht hatte. Er konnte es sich nicht erklären, aber ihre Bewegungen waren irgendwie anmutig. Beim Dessert, einem Tiramisu, erklärte sie ihm offen, dass sie noch nicht wisse, wozu sie nach ihrer Trennung schon bereit sei. Er sprach von seiner eigenen, und sie stellten fest, dass sie beide theoretisch frei wären, aber nicht recht wussten, was sie mit dieser Freiheit anstellen sollten. Sie lächelten beide und versprachen sich gegenseitig, es langsam angehen zu lassen. Als er ihr in den Mantel half und ihren schlanken Hals betrachtete, als sie zufällig den Pagenkopf zur Seite wandte, war er nicht mehr ganz so sicher, ob er dieses Versprechen würde einhalten wollen. Moskau, Russland, 7. Januar 2013, 19.52 Uhr, eine Woche später Am Anfang waren es nur Kleinigkeiten, aber seit Dimitri darauf achtete, häuften sich die Anzeichen, dass etwas nicht stimmte. Er wurde beschattet und vermutlich überwacht. Und alles hatte begonnen, nachdem er das Virus bei Anatoli abgeliefert hatte. Und bei dem Deutschen. Hinzu kam, dass er Viktor seit gestern nicht mehr erreichen konnte. Noch einmal wählte er seine Nummer. Es klingelte. Aber niemand hob ab. Er hätte sich niemals auf diese Leute einlassen dürfen mit ihrem Geld und den verlockenden Versprechungen. Seit er die Subroutinen des Programmierers aus der Ukraine gesehen hatte, wusste er auch, dass es kein dummer Jungenstreich war, zu dem sie ihn angestiftet hatten, sondern Industriesabotage. Mindestens. Wenn nicht Schlimmeres. Die Wohnung war dunkel. Maya war nicht da. In der Küche hing ein Zettel, dass sie mit einer Freundin ins Kino gefahren war und dass er nicht mit dem Essen auf sie warten solle. »Hessen«, dachte Dimitri. »Es ist nun wirklich das Letzte, wonach mir der Sinn steht.« Er stellte die Tasche auf den Boden und öffnete mit einem lauten Klack die beiden Schlösser. Das Gerät, das er im Internet unter Mayas Namen bestellt hatte, sah unscheinbar aus. Es bestand lediglich aus einem LCD-Monitor und einer kurzen, dicken Antenne, die an einem Drehgelenk aus der Seite ragte. Dimitri versicherte sich, dass der Ton abgestellt war und schaltete es ein. Dimitri hatte sich die Beschreibung genau durchgelesen. Im Grunde ging es darum, die falschen Signale zu identifizieren. Er fing in der Nähe seines WLAN-Modems mit der Messung an und arbeitete sich über die Fenster vor, bis er in etwa einordnen konnte, welche Strahlung die Handymasten in der Umgebung und sein Funknetz aussendeten. Als er am Bücherregal vorbeilief, schlug plötzlich einer der Balken aus. »Also doch«, dachte Dimitri und hielt die Luft an. Eine Stunde später hatte er fünf Ausschläge gefunden und er war sich sicher, dass es sich um Wanzen handelte. Zwar hatte er keine einzige gefunden, aber er hatte auch gar nicht die Absicht, sie zu entfernen. Wenn sie ihm folgten und jeden seiner Schritte überwachten und jetzt auch noch seine Wohnung abhörten, dann konnte das nur eines bedeuten. Anatoly vertraute ihm nicht mehr. Und wozu würde das am Ende führen? Er würde ihn umbringen, da war sich Dimitri sicher. Wahrscheinlich wartete er nur auf eine günstige Gelegenheit, einen Streit zwischen ihm und Maya zum Beispiel. Er musste sich etwas einfallen lassen. Aber nicht hier. Er packte das Gerät wieder in seine Aktentasche und fuhr in die Tiefgarage. Ob sie sein Auto auch verwandt hatten? Auszuschließen war es nicht. Er konnte sich nirgendwo mehr sicher sein. Und er musste es irgendwie Maya beibringen. Nur, was er ihr beibringen sollte, das wusste er selber noch nicht so genau. Zwei Stunden und einen langen Spaziergang durch die bitterkalten Straßen Moskau später hielt Dimitris BMW vor dem Kino, in dem Maya mit einer Freundin den neuesten Streifen mit Johnny Depp ansah. Er hatte ihr eine Nachricht auf dem Handy hinterlassen, dass es etwas zu feiern gebe und dass er sie noch ausführen wolle. Er hatte angekündigt, dass er hier auf sie warten würde. Maya erschien kurz nach dem Ende des Films mit Freude strahlender Miene und sprang in den Wagen. Sie trug einen Mantel mit Pelzkragen und sah aus, als käme sie von irgendeiner Modenschau, was Dimitri ausnahmsweise sehr recht war, denn er hielt nach halbstündiger Fahrt vor einer der exklusivsten Cocktailbars der Stadt. Als er dem Mann vor der Tür seinen Autoschlüssel in die Hand drückte, erhackte sich Maya bei ihm unter und fragte, »Nun sag schon, Demi, warum führst du mich aus? Was gibt's denn Tolles zu feiern?« »Maya, ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht.« Sie starrte ihn verständnislos an. »Was meinst du damit?« »Ein Fehler. Unser Leben könnte doch kaum besser sein, Dimitri. Was ist los?« Er schaute ihr tief in die Augen und versuchte es mit der Wahrheit. »Maya, Anatoly ist ein Terrorist. Er plant einen Anschlag auf den Westen. Ich weiß nicht genau was, aber es hat mit dem zu tun, was ich programmiert habe, und ich habe Wanzen bei uns in der Wohnung.« »Psst«, sagte Maya und legte ihm ihren Zeigefinger über die Lippen. Sie sah auf einmal gar nicht mehr aus wie das Modepüppchen, das sein Geld aus ihr gemacht hatte. Sie hatte den Ernst in seinem Gesicht gesehen und die Angst in seiner Stimme gehört. »Ich liebe dich, Maya, aber wenn wir zusammenbleiben wollen, müssen wir uns etwas überlegen. Vielleicht sollten wir besser weg aus Moskau.« Erneut bedeutete sie ihm, still zu sein, und deutete mit ihrem Finger einen Kreis an, als ob sie sagen wolle, dass auch hier Wanzen versteckt sein könnten. »Ich liebe dich auch, Dimitri Sergejevic, aber ich will nichts davon hören.« Er schluckte. Sie nippte an ihrem Drink und sagte, »Küss mich, Dimitri Sergejevic, bevor ich es mir anders überlege.« Als ihre Lippen sich trafen, flüsterte sie, »Wir fahren nach diesem Drink und machen noch einen kleinen Spaziergang durch den Park.« Er legte eine Hand in ihren Nacken und schüttelte den Kopf. »Sie verfolgen dich sogar.« »Okay.« »Dann fahr nach Hause. Wir werden so unauffällig wie möglich in den nächsten Tagen ein paar Sachen ins Auto schaffen, ohne dass sie es mitkriegen, und dann sehen wir weiter.« Ihre Reaktion und ihre Souveränität überraschten ihn. Es schien, als würde sie in Problemsituationen größer statt kleiner, als wüsste sie genau, was zu tun war. »Wieso kannst du das?« fragte er in ihre Haare. »Woher weißt du, was wir tun müssen, und stellst nicht dieselben tausend Fragen, die mir im Kopf herumschwirren?« Maja lachte leise. Ihre Lippen waren immer noch nur Zentimeter voneinander entfernt. »Ich bin Jüdin, Dimitri. Flucht liegt mir im Blut.« Moskau, Russland, 7. Januar 2013, 22.52 Uhr, am gleichen Abend. Unbemerkt war der Engländer in Charkovs Villa eingedrungen. Er stand in der Mitte des Wohnzimmers. In der linken Ecke bemerkte er einen übertrieben dekorierten Weihnachtsbaum, der schon den größten Teil seiner Nadeln verloren hatte. Auf dem Couchtisch waren ein Aschenbecher mit zwei Stumpen einer teuren Zigarrensorte und mehrere leere Flaschen Wein übrig geblieben. »Das war gut«, vermerkte der Engländer. Alkohol ließ sie ruhig schlafen. Vermutlich hätte er die Musikanlage einschalten und einen gepflegten Charzen aufs Parkett legen können, ohne dass sie davon etwas mitbekamen. Leise schlich er in den ersten Stock, wo er die Schlafzimmer der Familie vermutete. Er zog das Santoku-Messer und legte den Griff in die Innenfläche seiner Hand, nicht wie wenn man damit Gemüse schnitt, sondern als Verlängerung seines Unterarms. Dann öffnete er die erste Tür. Erst bei Nummer vier fand er sich in einer Art Gästezimmer wieder. Der Sohn lag beuchlings auf einem Doppelbett, sein Atem ging ruhig. Der Engländer trat mit zwei schnellen Schritten seitlich neben das Bett, dann packte er seine Haare und riss seinen Kopf nach hinten. Wie jeder Mensch, der brutal geweckt wird, folgten wenige Sekunden der Orientierungslosigkeit. Der Engländer kniete sich hinter ihm auf das Bett. Noch bevor der Junge schreien konnte, schnitt ihm der Engländer mit einer schnellen, fließenden Bewegung die Kehle und die Stimmbänder durch. Das Blut gurgelte aus dem tiefen Schnitt und spritzte auf das weiße Bettlaken. Das Herz hatte den unausweichlichen Tod noch nicht akzeptiert und pumpte es aus seinem Körper. Als der Russe erschlaffte, ließ der Engländer den Leichnam aufs Bett sinken. Sein Tod war kaum lauter als ein Husten gewesen. Die Eltern hatten nichts bemerkt. Noch zwei, dachte der Engländer, als er sich aufrichtete. Das Kernkraftwerk Isar 2 lag am Rande des kleinen Städtchens Essenbach, keine Viertelstunde nordöstlich von Landshut, den Fluss hinauf. Solvay nahm die Ausfahrt von der A92 und suchte die Tankstelle, an der sie den Kontaktmann von Jael treffen sollte. Es war nicht das erste Mal, dass sie Mitglieder von militärischen Spezialeinheiten zu Gesicht bekam, einige hatten sie in Nahkampf und an der Waffe ausgebildet, aber die Chayetet 13 war trotzdem etwas Besonderes. Die Luft auf dem großen Parkplatz vor der Tankstelle roch nach Benzin und Diesel. Als sie sich dem Restaurant näherte, kam ihr ein Mann entgegen, etwa in ihrem Alter, der eine Sporttasche über die Schulter geworfen hatte und nur ein offenes Hemd über einem dünnen T-Shirt trug. »Hey«, sagte er schlicht, als er an ihr vorbeilief. Solvay blieb stehen. Er sah nicht eben aus wie jemand von einer Spezialeinheit. Zwar war sein Haarsoldaten kurz geschnitten, aber er war kleiner als sie, und seine Augen wechselten sekündlich zwischen tiefer Melancholie und angriffslustigem Flirt. Sie machten keineswegs einen aggressiven Eindruck. Angesichts seines Aufzugs musste Solvay bei dem Erkennungssatz, den er Jarl mit auf den Weg gegeben hatte, schmunzeln. »Wieso haben Sie kein Schlauchboot dabei?« Seine Augen funkelten. »Ein Schlauchboot hat ein Loch und liegt im Keller«, antwortete er. Also war er es doch. Und er spazierte einfach so über den Parkplatz, als wäre nichts gewesen. Solvay hatte sich das Ganze irgendwie konspirativer vorgestellt. Aber natürlich hatte er recht, warum auch? Warum sollten Sie den Aufwand betreiben auf einem Parkplatz mitten in der bayerischen Provinz, zumal Sie nichts zu verstecken hatten? Sie gab ihm die Hand. »Solvay Lang von der ECSB. Freut mich.« »Sie können Aaron zu mir sagen. Aus Israel. Freut mich auch.« Ohne ein weiteres Wort steuerte er auf ihren Wagen zu und warf die Tasche auf den Rücksitz, nachdem sie den Türöffner betätigt hatte. Er setzte sich auf den Beifahrersitz und wartete, bis Solvay ebenfalls eingestiegen war. Sie setzte sich auf die Fahrerseite und musterte ihn. Er war locker, wirkte komplett entspannt. Er war ihr sympathisch. »Man hat mir gesagt, Sie benötigen Informationen über einen möglichen Angriff von Spezialkräften auf eine Industrieanlage, sagte er, als Sie auf die Bundesstraße abbogen. Und man hat mich angewiesen, vollständig mit Ihnen zu kooperieren, was, verzeihen Sie mir, doch einigermaßen ungewöhnlich ist.« »Gewissermaßen ja. Aber es handelt sich nicht um eine einfache Industrieanlage, wie Sie gleich sehen werden. Und was unsere Zusammenarbeit angeht, so haben unsere Organisationen wohl zur Zeit die gleichen Interessen, sonst hätte Feinblatt sie wohl kaum hergeschickt.« Bei der Erwähnung des Namens Feinblatt zog Aaron eine Augenbraue hoch. Nach einer Weile nickte er. »Also gut, Solvay. Womit kann Ihnen der Stadt Israel helfen.« Am Horizont war schon der Kühlturm des Kernkraftwerks zu sehen. Solvay deutete mit dem Finger in seine Richtung. »Ich möchte, dass Sie mir erklären, wie man da einbrechen könnte.« Aaron pfiff durch die Zähne und knackte mit den Fingern. »Ich hoffe, Sie haben viel Zeit mitgebracht«, bemerkte er schließlich, als Sie an den hohen Zäunen des Umspannwerks vorbeifuhren. Zwei Stunden später hatten Sie das Gelände viermal umrundet. Solvay hielt an, ließ den Motor laufen und blickte zu Aaron, der sich viele Notizen in einem kleinen roten Buch gemacht hatte. »Und? Wäre es möglich?« »Natürlich wäre es möglich. Es ist eine Industrieanlage. Klar haben Sie Zäune und Kameras und diverse Sicherheitsschleusen, aber es handelt sich nun einmal nicht gerade um Fort Nax. Sehen Sie den Telefonmast da, der die beiden Häuser auf der anderen Straßenseite versorgt?« Solvay nickte. »Aber was hatte das mit dem Kastwerk zu tun?« »Das wäre unsere normale Vorgehensweise. Wir würden einen Mast herstellen, der exakt genau so aussieht wie dieser. Eine genaue Replik, bis hin zur Maserung des Holzes und irgendwelchen Schnitzereien, die jemand im Vorbeigehen hineingeritzt hat. Und dann würden wir ihn in einer Nacht austauschen, nur dass der neue, ein leistungsfähiges Kamerasystem im oberen Drittel enthält. So würden wir das Kraftwerk auskundschaften, ohne ständige persönliche rumzulungern, was ja irgendwann auffallen würde.« Solvay verstand. Eine clevere Taktik und vor allem absolut unauffällig. Solange der Mast nicht von einem Sturm umgerissen wurde, gäbe es keinen Grund, ihn zu überprüfen. Schließlich stand er schon Jahre an derselben Stelle. »Als nächstes würden wir die Schwachstellen identifizieren. Wo haben die Kameras einen toten Winkel? Wird manchmal nachts ein Fenster offengelassen in der Verwaltung? Welche Türen dürfen aus Feuerschutzgründen nicht abgeschlossen werden? Und dann bauen wir das Modell.« »Was für ein Modell?« »Ich bin sicher, Sie wissen das, aber Spezialeinheiten funktionieren gänzlich anders als der Rest des Militärs. Wir sind, wie der Name schon sagt, Spezialisten. Wir würden die Zäune und das Verwaltungsgebäude, für das wir uns entscheiden, nachbauen und dann den Einsatz hundertfach proben, bevor wir wirklich hier reinmarschieren.« Solvay war ob der Einfachheit des Planes beeindruckt. »Keine aufwendige Technik, keine Spionage-Gimmicks, nur eine gute Aufklärung und hartes Training.« Solvay startete den Wagen. »Fahren wir zum Kraftwerk. Ich habe für uns einen Termin mit dem Sicherheitschef gemacht.« Als sie das Gaspedal durchtrat, spürte sie plötzlich eine aufsteigende Übelkeit. Ihr Magen krampfte sich zusammen. Sie stieg auf die Bremse und atmete tief durch. Was war nur mit ihr los? Ihr Körper war nicht gerade ihre stärkste Waffe, auch wenn sie das bei der ECSB bisher immer erfolgreich verheimlicht hatte. Den Cluster-Kopfschmerz, der sie binnen Sekunden komplett außer Gefecht setzen konnte, wenn sie ihre Tabletten nicht nahm, hatte sie dank letzterer weitestgehend im Griff. Aber Übelkeit? Ihr Körper schien ihr in diesem Moment fremd. Solvay schloss die Augen und versuchte flach zu atmen. Sie spürte, wie sich das flaue Gefühl legte. Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie, wie Aaron sich stumm anstarrte. Sie winkte ab. »Es geht schon, Aaron. Fahren wir.« Dann legte sie den Hebel auf Drive und bog auf die Zufahrtsstraße zum Kernkraftwerk ab. Moskau, Russland, 8. Januar 2013, 16.04 Uhr, am selben Tag. Auf gepackten Koffern sitzend, hatten Dimitri und Maya am vergangenen Abend beschlossen, noch eine letzte Nacht in ihrer Wohnung zu verbringen. Dann hatten sie sich geliebt, so leise wie noch nie. Er hatte sie dabei im Arm gehalten und angeschaut. Sie war ihm noch nie so schön vorgekommen, wie in dieser letzten Nacht in der Wohnung, die sie wahrscheinlich nie mehr betreten würden. Als Dimitri am nächsten Morgen seinen Wagen aus der Tiefgarage lenkte, bemerkte er im Rückspiegel wieder den Ford Focus, den er sich schon mehrfach notiert hatte. Er hoffte, dass seinen Verfolgern die Koffer entgangen waren, die er zuvor in der Tiefgarage ins Auto geladen hatte, und er betete inständig, dass Maya an ihrem Treffpunkt auftauchte. Was würde er tun, wenn sie einfach ihr Leben weiterleben wollte? Als eine Ampel direkt vor ihm auf Rot wechselte, versuchte er sein Glück und drückte das Gaspedal bis zum Boden durch. Der BMW machte einen Satz und überquerte die Kreuzung gerade noch rechtzeitig, während der Ford hinter ihm bremsen musste. Er warf einen Blick auf die Uhr, als er plötzlich einen Lieferwagen bemerkte, der sich drei Autos hinter ihm in den Verkehr einfädelte. Sie waren wieder da. Noch zwanzig Minuten bis zu seinem vereinbarten Treffen mit Maya. Er musste unbedingt Victor erreichen. Zitternd wählte er dessen Handynummer. Es klingelte. »Ja«, sagte eine unbekannte Stimme am anderen Ende der Leitung. »Wer spricht?«, fragte Dimitri. »Ich versuche dringend, Victor zu erreichen.« »Wer versucht dringend, Victor zu erreichen?« Die Stimme klang kalt und autoritär, als ob sie es gewohnt wäre, Fragen zu stellen. Ihm schwarnte, was jetzt kommen würde. »Hier spricht Dimitri Bodonin. Ich bin der Geschäftspartner von Victor. Wer sind Sie?« »Hauptmann Volkov von der Kriminalmiliz. Es gab einen Unfall. Wir müssen mit Ihnen reden.« Dimitri schluckte und legte auf. Das Herz schien seinen Brustkorb sprengen zu wollen, so heftig pumpte es. Er wusste, dass Victor nicht mehr lebte und dass es alles andere als ein Unfall gewesen war. Eine Viertelstunde später raste er über die Rampe in das Parkhaus des Ritz-Karten in unmittelbarer Nähe des Roten Platzes. Die Reifen quietschten auf dem glatten Beton im Untergeschoss des Luxushotels, aber wenigstens konnte ihm der Lieferwagen hierher schlecht folgen, obwohl er bezweifelte, dass dieses Manöver seine Verfolger nachhaltig abschütteln würde. Es waren einfach zu viele. Und eindeutig Profis. Ganz im Gegensatz zu ihnen. Und vermutlich hatten sie den Auftrag, ihn zu töten. Wie Victor. Mein Gott, worauf hatte er sich nur eingelassen. Er parkte in unmittelbarer Nähe des Aufzugs und zerrte seinen Rollkoffer hinter sich her. Mayas Tasche hatte er sich über die Schulter geworfen. Als er fünf Minuten später das Hotel durch einen Seiteneingang verließ, konnte er keine Verfolger entdecken. Er und Maya würden trotzdem noch einige Haken schlagen müssen, bis sie sich sicher sein konnten. Er allte Richtung Roter Platz, wo glücklicherweise selbst um diese Uhrzeit noch viele Touristen unterwegs waren, zwischen denen er mit seinem Gepäck kaum auffiel. Den Treffpunkt mit Maya, das Kaufhaus Gum, der ehemals staatliche und heute eher stattliche Konsumtempel Moskaus, erreichte er keine zehn Minuten später, und er hatte immer noch keinen Verfolger ausgemacht. Schon von Weitem konnte er sie sehen. Seine Angst, dass Maya nicht auftauchen würde, war unbegründet gewesen. Sie lehnte an einer Säule und las in einem Prospekt. Als er sie erreichte, umarmte sie ihn und flüsterte ihm ins Ohr. »Sie folgen mir auch. Siehst du den Mann da hinten mit dem braunen Mantel? Wir müssen uns beeilen.« Sie gingen nicht zurück zum Auto, sondern zur Metro. Die Station Platz der Revolution lag ganz in der Nähe, und sie hatte Recht. So bequem das Auto ihnen auch erscheinen mochte, es war nicht das richtige Fluchtfahrzeug. Falls er noch einen Beweis dafür gebraucht hätte, wäre es eine eigene Unfähigkeit gewesen, auf der Fahrt zum Ritz seine Verfolger loszuwerden. Dimitri stolperte hinter ihr her und blickte sich immer wieder hektisch um. Der Mann in dem braunen Kamelhaarmantel war keine dreißig Schritte hinter ihnen. Und er kam näher. Sie mussten ihn abhängen, koste es, was es wolle. Als sie die steile Rolltreppe hinunter in die prachtvolle Welt der Moskauer Metro erreichten, war der Kamelhaarmantel immer noch nicht verschwunden. Maya drückte sich an Touristen und Pendlern vorbei immer tiefer in den Schacht, und als sie die Halle mit den Bronzefiguren, den Spitzbögen und dem Schachbrettboden erreichten, begann sie zu rennen. Auf dem Bahnsteig fuhr gerade ein Zug mit atemberaubendem Tempo ein, die Bremsen der alten Wagen quietschten. Als sich die Türen hinter ihnen schlossen, berührte Maya sein Gesicht und nickte. Sie hatten ihren Verfolger abgeschüttelt. Sie kauften am Leningrader Bahnhof zwei Tickets nach St. Petersburg für den Sapsan-Hochgeschwindigkeitszug, der um 19.45 Uhr abfahren sollte. An einem Kiosk erstanden sie als Wegzehrung zudem zwei große Sandwiches und zwei Becher Kaffee, bevor sie sich auf den Weg zu ihrem Gleis machten. Knapp zehn Meter davor bedeutete Maya Dimitri, hinter einem schweren Stahlträger stehen zu bleiben. »Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie hier nach uns suchen. Ich halte es für besser, wenn wir uns trennen,« raunte sie ihm zu. Maya gab ihm einen Kuss auf die Wange. Nach einem flüchtigen Blick auf ihr Ticket fügte sie hinzu, »Wir sehen uns gleich, Wagen 17, Platz 104.« »Wahrscheinlich bin ich nur paranoid, macht ihr keine Sorgen, okay?« Nach einer kurzen Berührung an der Wange lief Maya los und wurde keinen Augenblick später von der Menge verschluckt. Dimitri wartete eine Minute und schnappte sich dann den Griff seines Koffers. Hektisch warf er einen Blick auf die große Uhr über der Wagenstandsanzeige. Noch acht Minuten. Wär's nicht besser? Er traf eine Entscheidung, noch bevor er den Satz zu Ende gedacht hatte, und zwängte sich an einer Gruppe Soldaten vorbei zum Zug. Als er seinen Koffer die steile Treppe hinaufwuchtete, stellte er fest, dass es einen weiteren Vorteil bot, schon hier einzusteigen, obwohl sein Wagen noch mindestens achtzig Meter entfernt war. Er konnte den Anfang des Gleises im Auge behalten. Zufrieden bezog er einen Platz zwischen zwei Waggons, von dem aus er durch die Türöffnung schauen konnte. Immer wieder drängten sich Reisende fluchend an ihm vorbei, die er einfach ignorierte. Als er den Pfiff des Schaffners hörte, atmete er durch und lehnte sich gegen die Plastikverkleidung. Aber keine fünf Sekunden später gefroh ihm das Blut in den Adern. Hinter dem Fenster der Tür stand der grauhaarige Mann in dem braunen Kamelhaarmantel und starrte ihn aus hervorquellenden Augen an. Dimitri starrte zurück, unfähig, sich zu rühren. Die Sekunden vergingen wie in Zeitlupe. 21, 22. Der starre Blick des Kamelhaars wurde wütend, dann listig. 23. Mit einem Quietschen der sich lösenden Bremsen setzte sich der Zug in Bewegung, scheinbar Millimeter für Millimeter. 24. Der Mann griff in seine Manteltasche und zog ein Telefon hervor. 25. Dann verschwand er aus seinem Blickfeld. Als Dimitri den Platz 104 in Wagen 17 erreichte und Mayas erleichterten Gesichtsausdruck sah, ärgerte er sich, dass er nicht weiter hinten eingestiegen war. Es war ihm nicht einmal in den Sinn gekommen, dass es, wenn er den ersten Gleisabschnitt im Auge behalten konnte, auch für die Gegenseite die Chancen erhöhte, ihn zu entdecken. Frustriert ließ er sich in den Sitz fallen und beichtete Maya seinen Fehler. Sie nahm es erstaunlich gelassen hin und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht, während sie, gedankenverloren, an ihrem Portemonnaie nestelte. Ich glaube, es ist Zeit für Babuschka. Was willst du von deiner Großmutter? Maya zog einen scheinbar uralten, vergilbten 100-Dollar-Schein aus ihrem Portemonnaie. Der ist von Babuschka. Sie hat ihn mir vor über 15 Jahren gegeben, und ich musste ihr versprechen, nur in höchster Not von ihm Gebrauch zu machen, und ich denke, als solche könnte man das hier wohl bezeichnen, oder meinst du nicht? Aber ich hab noch genug Bargeld, protestierte Dimitri und zog ein Bündel Geldscheine aus der Hose. Das hier ist ja auch keine einfache Banknote. Schau auf die Vorderseite. Unter dem Porträt von Benjamin Franklin stand in einer zittrigen, aber feinen Handschrift eine Telefonnummer mit einer Vorwahl, die Dimitri noch nie gesehen hatte. Die Nummer soll ich anrufen, wenn ich in ernsthaften Schwierigkeiten bin und nicht mehr weiter weiß, hat sie gesagt. Und da sie ja jetzt eh schon wissen, in welchem Zug wir sitzen, können wir auch gleich das Handy benutzen. Maja schaltete das Gerät ein, ohne eine Antwort abzuwarten. Dimitri schluckte. Nach einem Seitenblick zu ihm wählte sie die lange Nummer, die auf dem Geldschein stand. Sie beugte sich zu ihm herüber, sodass er mithören konnte. Das Freizeichen hörte sich fremdländisch und furchtbar weit weg an, es rauschte in der Leitung. »Feinblatt«, meldete sich nach dem fünften Klingeln eine Frauenstimme, die älter und gleichzeitig hoffnungsverheißender klang als alles, was Dimitri je gehört hatte. »Berlin, Deutschland. 16. Januar 2013, 10.04 Uhr.« Thomas Eisler öffnete das Schließfach beim renommierten Bankhaus Loebbeck an der französischen Straße in Berlin-Mitte im Beisein einer schmallippigen Bankangestellten. Nur ein dünner, preußisch-blauer Vorhang schützte ihn vor ihren neugierigen Blicken. Wobei es keine Rolle gespielt hätte, wenn sie hätte sehen können, wie er einen dicken, braunen Manila-Umschlag in den Metallbehälter legte, um ihn danach wieder zu verschließen. Seine Lebensversicherung, die jetzt neben etlichen Reisepässen und Geldbeständen ihre Bestimmung entgegenschlummerte. Es war nicht Eislers einziges Schließfach bei dieser Bank, wenn auch das für ihn persönlich Wichtigste, und jetzt beinhaltete es neben einer Kopie des Virus etliche Beweise für Anatoli Charkovs Beteiligung an ihrem Terrorplot. Er verließ das Institut durch die Schalterhalle wie ein ganz gewöhnlicher Kunde. Im Gegensatz zu Anatolis schlechter Meinung von ihm hatte er den Auftrag nicht aus finanziellen Gründen übernommen. Wenn er jetzt helfen konnte, Europa und Deutschland eine weitere Lektion zu erteilen, würde ihm das nicht nur persönlich eine Genugtuung sein, sondern ihm zudem einen ewigen Platz in der Halle der Legenden sichern. Die ganze Straßenbahnfahrt lang dachte er darüber nach, und als er die Wohnung am Alexanderplatz aufschloss, sinnierte er noch immer über die weitreichenden Konsequenzen, die die Kehrseite ihrer Anschläge bedeutete, die Toten, die auf Jahrzehnte verstrahlten Landstriche. Andererseits war Anatolis Ziel, die westlichen Demokratien zu einem überhasteten Ausstieg aus der Atomenergie zu bewegen, aus seiner Sicht nur der erste Dominostein in einer Kette höchst erfreulicher Ereignisse der nächsten Monate und die Opfer kalkulierbar, wenn auch nicht bis ins letzte Detail. Nach Eislers Einschätzung würde Europa in seinen Grundfesten erschüttert. Die Finanzkrise würde sich für die Bürger harmlos anfühlen, wenn erst allen klar würde, dass es einen Terroranschlag mitten in Europa gegeben hatte. Wie nach dem 11. September wäre die Folge erst Lähmung und dann die Lust auf Rache. Als Folge würden die Extremisten an Einfluss gewinnen, die Mitte der Gesellschaft würde kleiner werden. Thomas Eisler hielt sogar eine komplette Verschiebung der Machtverhältnisse für denkbar und das würde eine Chance bedeuten. Zwar konnte niemand wirklich voraussagen, wo eine solche Entwicklung enden würde, aber jedes Chaos bedeutete für seinesgleichen einen Wettbewerbsvorteil. Als er mit einer Tasse Kaffee in seinem Arbeitszimmer saß, betrachtete er die Wände, die mittlerweile mit Fotos, Einsatzplänen und Balkendiagrammen übersät waren. Sein Handy klingelte. »Anatoli«. Nur er kannte diese Nummer. Thomas Eisler seufzte, wenn ihn der Russe nur endlich in Ruhe arbeiten ließe. Milde Lächeln setzte er die Tasse ab und griff zum Telefon. Doch am anderen Ende der Leitung hörte er nur ein Rauschen. Jemand atmete. »Anatoli«, fragte Eisler. Dann legte er auf und war froh, das Telefonat nicht weiterführen zu müssen. Erst Tage später begann er sich Gedanken zu machen, warum er seinen Auftraggeber nicht mehr erreichen konnte. Brüssel, Belgien. 16. Januar 2013, 12.17 Uhr. Am gleichen Tag. Das Centre de Conferences Albert-Bochette in Brüssel bestand hauptsächlich aus Glas und Beton. Beide Materialien hatten schon bessere Zeiten gesehen. In der Eingangshalle drängten sich die Teilnehmer der Notfallkonferenz der ENSREC, der European Nuclear Safety Regulator Group, die Will Theiter über den Europarat hatte anberaumen lassen. Solveig streckte sich und versuchte, Will zu finden, konnte aber weder ihn noch Dominique irgendwo entdecken. Der Sitzungssaal, einer der kleineren im Albert-Bochette, war schmal und bot für etwa hundert Personen Platz an vier langen Tischreihen, gesäumt von zwei großen Glasfronten, hinter denen die Simultandolmetscher saßen wie Hennen in einer Legebatterie. Am Kopfende des Saals befand sich der Tisch für die Vortragenden, an dem Dominique gerade seinen Laptop verkabelte. Will stand telefonierend in einer Ecke und winkte. Im Grunde lag glasklar auf der Hand, was zu tun war. Die EU musste beschließen, alle digital geschalteten Atomkraftwerke voruebergehend vom Netz zu nehmen. Aber genau hier lag das größte aller Probleme. Die Vertreter der Atomaufsichtsbehörden aus siebenundzwanzig Ländern saßen nun fast vollständig auf ihren Plätzen. Das Gemurmel ebbte ab, als Will Theiter, der mittlerweile nicht mehr telefonierte, die Anwesenden begrueßte und noch einmal den Ernst der Lage unterstrich. Die Präsentation der Zahlen und Statistiken übernahm Dominique, der seinen Auftritt sehr souverän absolvierte. Als er zu den Schlussfolgerungen kam, bemerkte sie auf ihrem Computer eine eingehende Textnachricht über das interne Kommunikationssystem der ECSB. Sie klickte das Icon des Programms an. Die Nachricht war von Marcel. At Slang, Private, 16. Januar 2013, 14.39 Uhr. Hast du die Nachrichten gesehen? Warum halten sie ausgerechnet jetzt ein Geheimtreffen ab? Offenbar war das außerplanmaessige NSREC-Zusammentreffen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch an die Presse durchgesickert. Typisch Brüschel. Und Marcel wusste davon. Die große Frage war, was wusste er sonst noch? Über Weihnachten hatten sie alle beruflichen Themen ausgeblendet und einfach die gemeinsame Zeit genossen. Während Dominique die Empfehlungen der ECSB zur Schließung der betroffenen Atomkraftwerke präsentierte, tippte sie eine Antwort. At Marcel L., Private, 16. Januar 2012, 14.42 Uhr. Glaubst du ernsthaft, ich würde das einem Reporter verraten? Bist du noch in Paris? At Slang, Private, 16. Januar 2013, 14.44 Uhr. Nein, in München, bei einer Sicherheitsfirma, die mir bei meinen Recherchen begegnet ist. Hat diese Sitzung vielleicht irgendetwas mit Stuxnet zu tun? Ein Schuss ins Blaue, da war sie sich sicher, und dennoch ein Treffer ins Schwarze. Er wusste mehr, als sie geahnt hatte. Aber wie viel? Sie hatte ihm bei ihrer improvisierten Weihnachtsfeier nur mitgeteilt, dass sie nach München fliegen würde. Oder hatte sie doch Landshut erwähnt, und er hatte daraus seine eigenen Schlussfolgerung gezogen? Verriet Jael ihm den Rest? Schlief er immer noch mit ihr? War sie vielleicht jetzt gerade bei ihm? Plötzlich wurde ihr schlecht. Sie blickte auf. Will Theta hatte mittlerweile das Zepter übernommen und beantwortete Rückfragen des Energiekommissars, der beinahe mit jeder zweiten Vokabel vollkommen daneben lag. Die EU würde keine Meiler abschalten. Schon gar nicht die neuen Leistungsstarken, die besonders gefährdet waren, weil sie von Computerprogrammen gesteuert wurden. Maximal wäre wohl das Herunterfahren der alten analogen Meiler als Kompromiss zu erzielen. Die hatten auch schon während des Atommoratoriums nach Fukushima stillgestanden, weitestgehend ohne Folgen für die Stromversorgung. Aber in dieser Situation würde genau das überhaupt nichts bewirken. Die Fronten verhärteten sich immer mehr, bis Will Theta schließlich entschied, dass die Sache gelaufen war. Er legte den Stift beiseite und schob die Unterlagen zusammen. Sie hatten verloren. Blieb nur zu hoffen, dass sie Unrecht hatten mit ihrem Pessimismus oder dass das Computervirus nicht funktionierte. Eine Menge Variablen für Solvays Geschmack, und wenn sie ehrlich zu sich selbst war, glaubte sie nicht daran. Im Kopf ging sie noch einmal die von Dominique als besonders gefährdet eingestuften AKWs durch. Isar 2 schoss es Solve in den Kopf. Marcel ist in München. Ich muss ihn warnen. Noch einmal klickte sie auf das Icon für die Textnachrichten. Marcel wurde nicht mehr als anwesend angezeigt. Er war offline. Sie musste es trotzdem probieren. Edmarcel L., Private, 16. Januar 2013, 15.28 Uhr. Du musst da weg. Sofort! Pack deine Sachen und verschwinde da. Am besten nach Irland. Erklärung folgt. St. Petersburg, Russland, 16. Januar 2013, 20.14 Uhr. Am Abend desselben Tages. Nachdem sie die Nummer angerufen hatten, die Mayas Großmutter ihr gegeben hatte, war alles ganz schnell gegangen. Die Frauenstimme hatte versprochen, dass sich jemand bei ihnen melden würde, und keine halbe Stunde später hatte das Telefon tatsächlich geklingelt. Mit sehr ruhiger Stimme war ihnen von dem anonymen Anrufer nahegelegt worden, den Zug an der übernächsten Haltestelle zu verlassen und sich für sieben Tage eine Pension zu suchen, die sie bar bezahlen sollten. Maya und Dimitri hatten sich daran gehalten, ebenso wie an die Anweisung, möglichst wenig Zeit außerhalb des Hotelzimmers zu verbringen und den Namen der Pension von einem neutralen Telefon durchzugeben. Am Morgen des achten Tages bekamen sie in ihrem Zimmer einen weiteren Anruf. Die Stimme verlangte von ihnen, einen Wagen zu mieten und nach St. Petersburg zu fahren. Sie nannte ihnen außerdem eine Adresse, an der sie um 22 Uhr desselben Tages erwartet würden. Und nun fragte Dimitri Maya, als sie ihr Ziel schließlich erreicht hatten. Sie zuckte mit den Schultern und zog das Handy aus der Tasche. »Nicht«, zischte er. »Damit können Sie uns orten.« Maya steckte das Handy wieder in die Tasche, als sich aus dem Schatten der Mauer hinter dem Zorn eine dunkle Gestalt löste. »Dimitri und Maya?« fragte die Gestalt hinter dem Tor. Das Gesicht war nicht zu erkennen, aber die Stimme klang definitiv weiblich. Sie traten etwas näher und Maya bestätigte die Frage mit einem vorsichtigen »Ja?« Die eisernen Torflüge quitschten leise, als sie von innen geöffnet wurden. Die Gestalt winkte sie hinein und schloss die Tür direkt hinter ihnen wieder. Das Gesicht der Frau, die sie eingelassen hatte, lag im Mondlicht. Sie war überaus hübsch. Große Locken umspielten ihre hebräischen Züge, ihre Augen waren groß und dunkel. Sie sagte kein Wort, sondern bedeutete ihnen, ihr zu folgen. Nach einer Folge von Irrwegen landeten sie im auffallend sauberen Keller eines Hauses, das gegenüber der Synagoge liegen musste, die sie zuvor passiert hatten. Gemeinsam stiegen sie die Stufen eines schmucken, aber durchaus gewöhnlichen Treppenhauses hinauf bis zu einer Wohnung im vierten Stock. Die Frau öffnete mit einem weiteren Schlüssel und bedeutete ihnen einzutreten. Sie lächelte zum ersten Mal seit ihrem Zusammentreffen. Die Anspannung schien von ihr abgefallen zu sein. Die Wohnung entpuppte sich als Altbau mit dunklen Antiquitäten und schien aus einer anderen Zeit zu stammen. Die Holzböden knarzten und im Kamin des Wohnzimmers brannte ein Feuer. Ein Mann stand vor dem Bücherregal und beobachtete Dimitri und Maya mit verschränkten Armen. Dimitri stellte die Koffer neben den Eingang und zog seine Jacke aus, als die Frau ihnen ein Zeichen gab, sich zu setzen. »Ich bin Jail«, stellte sie sich vor, während sie sich ihres Mantels entledigte und die Locken schüttelte. Maya und Dimitri gaben ihr die Hand. »Und das ist«, sie deutete zu dem Mann, »arm«, gewissermaßen ihr Ticket nach draußen. »Sie müssen Gideon Feinblatt wirklich nahestehen bei dem, was er für sie mobilisiert hat.« Der Mann nickte ihnen zu. »Meine Großmutter hat mir die Nummer gegeben. Ich glaube, von einer Bekannten aus dem Warschauer Ghetto.« »Mhm. Feinblatts Mutter«, nickte Jail. »Dann verstehe ich.« Dimitri blickte ihr starr in die Augen und warf dann einen Blick auf den jungen Mann, der immer noch vor dem Bücherregal stand. »Und Sie können uns helfen, das Land zu verlassen?« »Unter Umständen«, mummelte Jail. »Besonders schöne Umstände sind es ja nicht«, mischte sich Aaron ein und lachte. »Was meinen Sie damit?«, fragte Dimitri und nahm Mayas Hand. »Ich denke, Sie sollten uns jetzt die ganze Geschichte erzählen, bevor wir uns mit Ihrer Flucht befassen. Meinen Sie nicht?« Die Frau mit den hebräischen Gesichtszügen klang sehr bestimmt. Dimitri seufzte. Er hatte geahnt, dass die Israelis ihnen nicht so ohne weiteres helfen würden, wer immer dieser Gideon Feinblatt auch war. Also begann er zu erzählen und keine Minute später war ihm die Aufmerksamkeit aller Anwesenden sicher. Bis auf Jail, die einmal zwischendurch rausging, um zu telefonieren, hingen zwei Augenpaare die ganze Zeit über an seinen Lippen. Heilbronn, Deutschland, 28. Januar 2013, 19.48 Uhr, zwölf Tage später. Doreen Kaiser öffnete die Haustür, als Peter noch im ersten Stock war, um ihn zu empfangen. Er hatte einen Strauß Blumen dabei, wie jeden Freitag seit vier Wochen. Er lächelte, als er ihr die Blumen überreichte und gab ihr einen Kuss auf den Mund. Spitz und wenig intim. Während des Essens dachte sie immer wieder an das Paket, das sie schon vor drei Tagen für ihn gepackt hatte und das seitdem wie ein damokles Schwert über ihren Gedanken und ihrer Beziehung hing. Öfter als einmal hatte sie davon geträumt, wie sich ihr Verhältnis hätte entwickeln können, wenn es nicht ihren Auftrag gäbe. Das Paket lag in der Küchenschublade und es schien sie aus dem Dunkel anzuschreien. »Tu's nicht, Doreen. Lass mich hier und geh mit ihm weg. Nimm ihn mit, solange du noch kannst.« Als er ihre Wange berührte und sie fragte, was sie so beschäftigte, war die Hoffnung verflogen. Es ging nicht. Natürlich nicht. Nichts, Peter. Wirklich. Sie nahm seine Hand und küsste sie. Sie stand auf und er zog sie an sich. Beinahe wäre sie auf seinem Schoß gelandet, aber sie drehte sich einmal um die eigene Achse, lachte und verschwand Richtung Küche. »Warte kurz, ich hab noch ein Geschenk für dich. Aber du musst versprechen, es erst morgen bei der Arbeit aufzumachen,« rief sie aus der Küche und zog die Schublade auf. »Weißt du noch, was morgen für ein Tag ist?« »Ja, natürlich,« antwortete Peter. »Unser erstes kleines Jubiläum. Ein Monat.« Das Paket starrte sie an. Grünes Papier mit einer roten Schleife aus Seide, die sie doppelt geknotet hatte. Doreen starrte zurück in die Schublade. Sie trug das Paket wie ein Messdiener ins Wohnzimmer, in dem auch ihr Esstisch stand. »Ein kleiner Beweis dafür, wie sehr ich dich liebe, mein Schatz. Und es ist wirklich wichtig, dass du es erst in der Mittagspause aufmachst.« Peter nickte und drehte das Paket. Er schüttelte es und grinste. »Es tickt nicht. Also keine Bombe.« Doreen lachte. »Ich liebe dich auch, Schatz,« sagte er. »Du machst mich sehr glücklich,« antwortete sie und fügte in Gedanken hinzu. »Und vielleicht hätte ich dich sogar wirklich lieben können.« »Verzeih mir, mein Liebster. Für alles, was hätte sein können.« Er strich ihr eine Strähne aus dem Gesicht, bevor er sie umarmte. Sonthofen, Deutschland. 29. Januar 2013, 7.56 Uhr. Am nächsten Morgen. Normalerweise mochte es Solvee nicht besonders, mit dem Wagen zu fahren, aber heute war ihr die Zeit alleine hinter dem Lenkrad gerade recht. Die zwei Stunden vom Flughafen München bis zur südlichsten Stadt Deutschlands hatten ihr ein wenig Zeit zum Nachdenken gegeben. »Sie haben ihr Ziel erreicht,« tönte es aus den Lautsprechern, als sie die Generaloberst Beck-Kaserne erreichte. Solvee bremste vor einem zweistöckigen weißen Gebäudekomplex mit roten Dächern, der sich nur aufgrund seiner Größe nicht ganz nahtlos in das Ortsbild einfügte. Sie musste zweimal an dem Gebäude vorbeifahren, ehe sie eine Parklücke fand, in die sie ihren Mietwagen quetschen konnte. Der Zutritt zum Kasernengelände wurde ihr dank einer Voranmeldung ohne Zwischenfälle gewährt, und so wartete sie zwei Minuten später am Ehrenmal der ABC-Abwehr, genauer gesagt der ABC-Abwehr-Nebel- und Werfertruppe, auf ihren Kontaktmann. Drei Minuten nach der verabredeten Zeit kam ein Mann im vollen Tarnfleckfeldanzug der Bundeswehr auf sie zu, kompletiert von einem roten Barrett. »Mayor Aydin?«, fragte Solvee und streckte ihm die Hand hin. Er war groß, hatte volles dunkles Haar mit grauen Strähnen und sah nach türkischer Herkunft aus. Sie fand ihn ziemlich attraktiv. »Sie müssen Solvee lang sein. Von der Euratom habe ich recht?« »Wenn es in ihren Papieren so steht, wird es wohl stimmen«, sagte sie undurchsichtig. Major Aydin lächelte verbindlich. »Mir wurde gesagt, dass Sie wegen einer Expressschulung gekommen sind?«, fragte der Soldat. Solvee nickte. Er musterte sie ausgiebig und blickte dabei derart gelangweilt rein, dass Solvee einige Fragezeichen hinter die angebliche Disziplin deutscher Soldaten setzen musste. Es amüsierte sie durchaus, dass er sie offenbar für eine lästige Politikerin aus Brüssel hielt. »Aber dass Sie mich für die Schulung einer Zivilistin wirklich hierher in die Schule holen, ist schon ein starkes Stück,« echauffierte er sich auch verbal. »Sie sind hier gar nicht stationiert,« kontete Solvee vorgeblich irritiert. Er schüttelte den Kopf. »Nein, beim siebenhundertfünfzigsten«, er nickte Richtung Norden, in Bruchsal. »Nun«, antwortete Solvee, »vermutlich haben die in der Zentrale sich gedacht, etwas mehr Praxisbezug könnte nicht schaden.« Sie grinste ihn an und schob das Revair ihres Mantels zur Seite. »Aber was die Zivilistin angeht, kann ich ihre Soldatenehre beruhigen.« Er warf einen Blick auf die Jericho mit dem Spezialschlitten, die man nicht gerade als dezente Waffe für eine Frau bezeichnen konnte. Er zog die Augenbrauen hoch und wirkte schon etwas neugieriger auf ihre Begegnung, als er sie aufforderte, ihm zu folgen. Im Gehen sagte er, »Praxisbezug? Wo sollen wir anfangen? Kosovo? Afghanistan? Das siebenhundertfünfzigste wird bei so ziemlich jedem bewaffneten Konflikt angefordert. Wie er von der ABC-Abwehr sogar besonders häufig«, vermerkte er nicht ohne einen Anflug von Stolz. »Unsere Methoden sind sogar bei den Amerikanern Standard, und die können sonst nun wirklich alles besser.« Er lachte. Solve tat ihm den Gefallen und stimmte mit ein. Als sie den Schulungsraum erreicht hatten, den der Major ihnen besorgt hatte, lehnte sich Solve an eine Tischplatte in der ersten Reihe und bemerkte, »Sie haben gefragt, wo wir anfangen sollen, Major. Wie wäre es mit Deutschland?« »Sie meinen, einen Angriff mit chemischen, biologischen oder atomaren Kampfmitteln?« »Hier bei uns?« »Also nicht, dass uns das unvorbereitet treffe. Wir hatten sogar genau dazu eine Lykex-Übung. Die Ergebnisse habe ich.« Noch während er in seiner Tasche kramte, unterbrach Solve ihn leise. »Ich dachte eigentlich weniger an eine kleine schmutzige Bombe mit ein bisschen strahlenden Teilchen, Major Aydin.« Der attraktive Türke blickte auf. »Nein? Woran denn dann?« Ich dachte eher an eine Gruppe von Terroristen, die mithilfe eines Computervirus ein Atomkraftwerk sabotiert. »Heilige Scheiße. Haben Sie konkrete Hinweise auf eine solche Aktivität bei Euratom?« »Ich bin nicht von Euratom, Major. Ich komme von einer Einheit, die es offiziell nicht einmal gibt. Genauso wenig, wie es die konkreten Hinweise seit der Ensreck-Sitzung der vorletzten Woche noch gibt.« Der Adamsapfel des Majors zuckte beim Schlucken. »Politik?« Solve nickte. »Und trotzdem muss ich alles über atomare Strahlung nach einem Unfall wissen. Auswirkungen, Schutzmaßnahmen, die Kontamination. Und die Planung der Bundesregierung für den Fall der Fälle. Welche Stellen werden hinzugezogen? Was wird von wem abgeregelt? Einfach alles. Und wir haben nur neun Stunden, Major.« Der Soldat schüttelte bedächtigt den Kopf, sagte dann aber, »Sie haben die Genehmigung. Sie bekommen Ihre Informationen. Und ich werde mir alle Mühe geben, mich kurz zu fassen.« In dem Moment spürte Solve ein leichtes Kribbeln in der Manteltasche. Sie bekam einen Anruf, der warten musste. Erst drei Stunden später fand Solve eine Gelegenheit, ihre Mailbox abzurufen. Sie hatte die ersten zwei Stunden zur Wirkweise von Strahlen auf den menschlichen Körper ihr Verhalten in der Natur, sei es als Wolke, Niederschlag oder in Lebensmitteln, absolviert. Jetzt stand ein technisches Dekontaminationstraining auf dem Programm, inklusive Einweisung in die Schutzkleidung. Major Aydin hatte sich als guter Lehrmeister erwiesen, der sein Tempo ihrer schnellen Auffassungsgabe angepasst hatte. Sie liefen in Richtung eines Gerätehauses, als sich die erste Gelegenheit ergab, ihn um eine kleine Pause zu bitten. Als sie auf dem Display die Nummer sah, die sie angerufen hatte, zog sie eine Schachtel mit Zigaretten aus der Manteltasche, von denen sie sich maximal noch eine am Tag erlaubte. Jetzt war dieser Moment. Dr. Prinz hatte angerufen. Sie wählte die Nummer zum Abhören der Mailbox, als sich Major Aydin, der weitergelaufen war, um sie nicht zu stören, noch einmal umdrehte. »Damit sollten Sie schleunigst aufhören, wenn Sie es mit Strahlung zu tun bekommen. Das Inhalieren in verseuchten Gebieten kann sehr schädlich sein.« Er lachte, hatte es wohl als Witz gemeint. Solve lachte nicht. Sie wandte sich ab und drückte sich mit dem Rücken gegen einen Spürpanzer, der verlassen vor der Halle geparkt war und sie vor seinem Witz und seinen neugierigen Blicken abschirmte. Während sie der ruhigen Stimme von Dr. Prinz lauschte, rutschte sie an dem kalten Stahl hinunter, bis sie schließlich neben den riesigen Rädern hockte. Eine einzelne Träne kämpfte sich durch ihre Fassade bis auf ihre Wange. Und ein einziger Satz aus dem Vortrag des Majors brannte vor ihrem inneren Auge. Besondere Risikogruppen, Kinder und Schwangere. Es musste irgendwann um Silvester herum passiert sein. Sie war in der siebten Woche. Neckarwestheim, Deutschland. 29. Januar 2013, 8.24 Uhr, zur selben Zeit. Als Peter Bausch seine Bürotür aufschloss, erfüllte ihn schon die Vorfreude auf das Mittagessen. Und natürlich auf das Geschenk von Doreen, das sie ihm am Morgen neben die Tasse mit dem Frühstückskaffee gestellt hatte. Als ob er es je vergessen könnte. Vorsichtig öffnete Peter den Knoten, löste das sorgfältig in kleine Quadrate geschnittene Klebeband und zog eine kleine Pappschachtel hervor. Er schob den inneren Teil heraus und fand eine Karte. Mein Schatz, jetzt sind wir schon ein Monat ein Paar. Ich freue mich so, dass ich dich gefunden habe. Schau dir die Nachricht auf dem Stick an. Sie ist wohl das Wichtigste, was ich in den letzten zehn Jahren zu jemandem gesagt habe. Ich liebe dich, Doreen. Peter schluckte vor Rührung und angesichts der Tatsache, dass sie ihm einen USB-Stick mit zur Arbeit gegeben hatte. Natürlich war das nicht erlaubt, genau genommen sogar streng verboten. Er hob die Karte an und fand ein ledernes Etui, das ihm seltsam dick vorkam, und darin den angekündigten Speicherchip. Er drehte ihn in der Hand und überlegte, was er damit machen sollte. Einfach wieder mit nach Hause nehmen? Aber was würde er denn Doreen sagen? Sie erwartete einen Anruf von ihm, das hatte sie ihm gesagt. Und wenn der nicht käme? Wenn die Antwort auf das Wichtigste, was sie seit zehn Jahren zu jemandem sagen wollte, einfach ausbliebe? Und was konnte schon passieren? Sein Rechner stand in der Verwaltung, und hier waren immerhin auch Mobiltelefone erlaubt, im Gegensatz zu dem zweiten Sicherheitsbereich, dem Leitstand. Nein, ein einfacher USB-Stick wäre sicher kein Problem, sagte sich Peter. Ohne weiter darüber nachzudenken, beugte er sich hinter seinen Monitor und stöpselte den Stick an den dafür vorgesehenen Port. Sein Computer begann leise zu summen, als er das Gerät erkannte, und auf dem Bildschirm öffnete sich der Videoplayer mit einem Bild von Doreen. Erleichtert atmete er aus, nur eine ganz normale Videodatei, und schalt sich im gleichen Moment, dass er überhaupt etwas anderes hatte in Betracht ziehen können. Sie saß vor einer Kerze an ihrem Esstisch und lächelte ihn aus einem Standbild an. Peter lehnte sich zurück und drückte die Starttaste. Ebenso wie das Metall in dem Lederetui, das den USB-Stick auf dem Monitor des Scanners aussehen ließ wie einen einfachen Horstierschlüssel, entging Peter auch die Aktivität auf seinem Computer, die in diesem Moment begonnen hatte. Ein kleines Programm entschied, dass dieser Computer noch nicht der richtige war, und schickte ein Signal durch das Netzwerk an einige nahegelegene Drucker, auch an den Vergilten auf seinem Schreibtisch. Peter Bausch, der sich nun den Videoclip zum zweiten Mal ansah, lächelte. Der unsichtbare Feind lag auf der Lauer. Sankt Petersburg, Russland, 1. Februar 2013, 16.12 Uhr, drei Tage später. Heftiger Schneefall und Turbulenzen hatten Marsels Landung auf dem Pulkovo Airport in Sankt Petersburg zur Zitterpartie werden lassen. Nach Jahels Anruf vor zwei Wochen hatte er noch einmal versucht, den Bleistift beim Echo von seiner Theorie zu überzeugen, ohne Erfolg. Und dann hatte er entschieden, es auf eigene Faust zu probieren. Er erreichte das kleine Café, in dem sie verabredet waren, in der anonymen Häuserzeile am Rand der Innenstadt nach weniger als einer halben Stunde. Als Marcel die Tür öffnete, ertönte das Klingeln mehrerer kleiner Glöckchen, wie er es aus dem Dorfladen seiner Kindheit kannte. Ein alter Mann blieb gefühlte Zentimeter vor ihm stehen und musterte ihn eindringlich. Erst jetzt fiel Marcel auf, dass er eine schlichte Kippa trug, die Kopfbedeckung gläubiger Juden. Seine Augen lagen dunkel in faltigen Höhlen und starten ausdruckslos geradeaus. »Wer sind Sie?«, fragte der Mann. Es konnte ebenso gut »Was wollen Sie?« geheißen haben. Schließlich beherrschte Marcel kein Russisch, aber in diesem Kontext war sein Begehr in Verbindung mit dem sich hebenden Satzende einer Frage universell verständlich. »Marcel es well«, er versuchte es auf Englisch, »I'm looking for y'all.« Über sein Gesicht huschte ein kurzer Ausdruck der Erinnerung. Er nuschelte etwas für Marcel komplett Unverständliches, aber deutete gleichzeitig mit dem Finger zu einer Hintertür, bevor er sich wieder den feuchten Kreisen seines Feudels zuwandte. Die einfache Holztür war nicht verschlossen und Marcel stolperte in einen zweiten, deutlich kleineren Gastraum ohne Fenster. Nur von einer einzelnen Lampe beleuchtet saßen drei Gäste an dem einzigen eingedeckten Tisch vor dampfenden Tassen mit Tee. Sie beugten sich über eine Karte und einige Fotos in der Mitte des Tisches. Keiner blickte auf, als er den Raum betat. Marcel hielt noch die Klinke in der Hand, als er spürte, dass noch jemand im Raum war, wie man es spürt, dass man beobachtet wird, ohne dass man sagen kann, warum. Rechts von ihm. Die drei Personen am Tisch schienen immer noch nichts bemerkt zu haben, und er vermutete, dass es sich bei der, die mit dem Rücken zu ihm saß, um Yael handelte, die ihre Haare unter einem dicken Pullover und eine Wollmütze verbarg. Doch noch bevor er etwas sagen konnte, spürte er den runden Lauf einer Pistole an seiner Halsschlagader. Der kalte Lauf presste sich auffordernd gegen das weiche Gewebe. Marcel schluckte und hob die Hände. »Ach, Schaf«, sagte eine emotionslose Stimme knapp neben seinem Ohr. Sie hielt die Pistole. Und die Aufforderung war nicht für ihn bestimmt. Der Pullover stand auf und kam durch das Halbdunkel des Raums auf ihn zu. »Ist okay, Aaron, das ist wirklich Marcel.« Sie strahlte ihn an, als hätte sie ihm gerade ein Geburtstagsgeschenk überreicht. Sie sah noch besser aus, als er sie in Erinnerung hatte. Trotz Wollmütze und dem etwas unförmigen Pullover. Mit einer schnellen, präzisen Bewegung richtete der Mann neben ihm die Pistole gegen die Decke, um sie dann zurück in ein Schulterholster zu stecken. Jael nahm ihn bei der Hand und bedeutete ihm, sich neben sie zu setzen. Der Mann, der ihm mehr oder weniger als Aaron vorgestellt worden war, nahm am Kopfende des Tisches Platz. »Sind die beiden die Story?« fragte er, als ihm Jael Tee aus einem Samoa einschenkte. Jael nickte, aber Aaron unterbrach sie überraschend heftig. »Die Story ist im Moment wirklich nicht unser Problem. Das können wir auch alles unterwegs noch klären. Deswegen machen wir ja den ganzen Aufriss hier mit vier statt mit drei Leuten.« Marcel entging nicht der leichte Vorwurf, der in seiner Stimme in Richtung Jael mitschwang. Vielleicht war sie seine einzige Fürsprecherin in dieser Runde, in der zudem jeder außer ihm Bescheid darüber zu wissen schien, worum es hier ging. Er musterte seine beiden Tischnachbarn, seine Story. Ein etwas durch den Wind geratener junger Mann und eine junge Frau, die offenbar seine Freundin war. Trotz des verärgerten Einwurfs von Aaron stellte er sich den beiden vor und fand heraus, dass sie Maya und Dimitri hießen. Als er sie fragen wollte, was sie hierher an einen Tisch mit einer Agentin des Mossad geführt hatte, legte Imjal die Hand auf den Arm und schüttelte den Kopf, als er zu ihr herübersah. »Nicht jetzt«, flüsterte sie mit einem Seitenblick auf Aaron. »Können wir also endlich weitermachen?« fragte dieser sichtlich genervt und breitete einen weiteren Stapel Fotos in der Tischmitte aus. Marcel betrachtete die Bilder ohne jede Ahnung, wohin das führen sollte. »Das ist die HMS Haaland«, setzte Aaron eine Diskussion fort, die offensichtlich schon einige Zeit vor seiner Ankunft begonnen hatte, wenn er die Anzahl der Fotos als Maßstab nahm. »Eines der modernsten U-Boote der Svenska Marinen, der schwedischen Marine. Die Haaland ist unser Ticket in die Freiheit.« »Und wie kommen wir an Bord?«, fragte Jahl. »Das Ding wird ja wohl kaum in einem russischen Hafen anlegen.« »Ich weiß«, seufzte Aaron, »und glaub mir, das ist doch die größte Herausforderung bei der ganzen Operation. Feinblatt hat mich angewiesen, euch unter allen Umständen in einem Stück aus Russland herauszubekommen, und er hat über irgendeine europäische Sondereinheit, die in der ganzen Sache mit drin hängt, auch das U-Boot organisiert. Allerdings hat er mich auch eindringlich vor Charkovs Verbindungen zum FSB gewarnt. Und ich hatte nur eine Woche für die Planung. Beim Chaitet nehmen wir uns dafür normalerweise Monate Zeit.« Marcel jubilierte innerlich. Er hatte doch recht gehabt mit der russischen Spur und dem FSB, die er von Anfang an hinter der ganzen Sache vermutet hatte. Keine der ganz großen Nummern, eher zweite Reihe. Aber nicht weniger smart und dafür umso nationalistischer. »In der Armee, sagen wir«, fuhr Aaron fort, »dass ein Plan nur funktioniert, wenn er idiotensicher ist. Und mit dreieinhalb Zivilisten«, erzwinkerte Jael zu, »werden wir das in diesem Fall ja wohl herausfinden.« Er sagte es mit einem Seitenblick zu Marcel. »Danke schön«, dachte dieser. »Na ja, wird schon schiefgehen«, murmelte der Israeli. »Was willst du denn damit sagen?«, fragte Jael irritiert. »Ich meine, was bleibt uns für eine Möglichkeit, wenn wir nicht vom Land auf das U-Boot kommen?« »Ein Zodiac«, schlug Marcel vor. Aaron horchte auf. »Aha, der Herr Journalist hat eine Idee.« Und gar nicht mal eine so schlechte. »Aber weißt du, was so ein Ding wiegt? Also eins, mit dem wir auch weit genug rauskommen? Und hast du eine Ahnung, wie groß so ein U-Boot eigentlich ist und wie lange es der Kapitän riskieren würde, aufgetaucht zu fahren? Und was ist mit dem Wellengang? Hast du schon mal probiert, bei Windstärke 7 auf ein verdammtes U-Boot zu klettern? Beim ersten Mal fällt fast jeder ins Wasser. Und das heißt, aus und vorbei. Euch ist doch bestimmt etwas eingefallen, monierte Jael mit einem Augenzwinkern, als energisch an die Tür geklopft wurde. Fünf Augenpaare wanderten zu dem alten Mann, der im Türrahmen stand. »Vor der Tür parkt ein Auto mit Mann. Er telefoniert.« Jael sah ihn fragend an. »Und?« »Er telefoniert jetzt nicht mehr.« Marcel zweifelte an der Zurechnungsfähigkeit des Wachpostens. Ein Mann, der mit seinem Wagen angehalten hatte, um zu telefonieren? Er hat zwanzig Minuten telefoniert. Und er ist ein Spitzel. Ich erkenne Spitzel. Aaron begann die Karten und die Fotos in einen Rucksack zu stopfen. »Diese Leute bringen nichts Gottes,« fuhr der Alte ungerührt fort und stützte sich dabei auf seinen Schubber. »Ihr müsst weg. Ihr könnt meinen Lieferwagen nehmen. Er steht hinter dem Chaos.« Jael ging zu ihm hinüber und umarmte ihn. »Danke für alles, Eli.« Er ließ einen Schlüssel von seiner knorrigen Hand baumeln. »Fahrt vorsichtig,« ermahnte er sie mit einem Lächeln und deutete auf die Hintertür. Als Marcel auf den Rücksitz des alten Fiat Ducato kletterte und neben der Freundin des Russen platznahm, fragte er sie. »Warum ist er hinter euch her?« »Das ist eine lange Geschichte,« entgegnete sie. »Und ich hoffe inständig, dass wir dazu kommen, sie ihnen zu erzählen. Sie sind nämlich ungefähr unsere letzte Rettung vor einer sehr langen Haftstrafe. Oder Schlimmerem.« »Und wie haben die uns gefunden?«, fragte Marcel. »Das,« antwortete Jael vom Vordersitz, während sie ihre Pistole entsicherte und in das Seitenfach ihrer Tür gleiten ließ, »wüsste ich auch nur, allzu gerne.« Ihm war, als traute sie ihm nicht. »In letzter Zeit traut niemand mehr irgendjemandem,« dachte Marcel. »Er selbst am allerwenigsten.« Besigheim, Deutschland. 2. Februar 2013, 23.55 Uhr, am nächsten Tag. Das Team, das für das AKW Neckar-Westheim zuständig war, bewohnte seit Wochen eine Lagerhalle in einem Industriegebiet am Rande der Stadt. Das größte Problem der sechs Männer war es, die Langeweile und den Lagerkoller zu bekämpfen. Für ihren Plan war es entscheidend, dass niemand von ihrer Existenz Wind bekam. Das hatte ihnen der alte Mann aus Berlin in ihrem Ausbildungslager eingeschärft. Der Mercedes-Van stand mit der Bombe im Kofferraum abfahrbereit auf dem Parkplatz vor der Lagerhalle. Um 0.05 Uhr rollte der Wagen vom Parkplatz. Sein Ziel? Das acht Kilometer entfernte Neckar-Westheim. Genauer gesagt, ein Zwischenlager für zum Abtransport vorgesehenen, mittelstark strahlenden Atommüll. Zusammen mit dem radioaktiven Material, das in ihrem Semtex-Sprengstoff steckte, käme es einem Super-GAU-Light gleich. Oder würde zumindest für alle Beteiligten danach aussehen. Vor allem für die Bevölkerung. Neckar-Westheim, Deutschland. 2. Februar 2013, 22.55 Uhr. Eine Stunde zuvor. Die Nachtschicht im Leitzentrum des Kernreaktors Neckar-Westheim 2 arbeitete konzentriert und hatte bereits die Hälfte ihrer acht Stunden hinter sich gebracht. Um 23.08 Uhr bemerkte der Ingenieur, der für die Überwachung der Kühlsysteme zuständig war, einen seltsamen Messwert an einem der Sensoren. Er zeigte einen plötzlichen Anstieg der Reaktortemperatur. Bei weitem nicht genug für einen Alarm, zumal es sein konnte, dass die Fühler defekt waren. Schließlich meldete das Hauptsystem keinerlei Störung. Er führte eine Überprüfung des Primärsystems durch, die bestätigte, dass keinerlei Fehlfunktion vorlag. Dennoch informierte er seinen Vorgesetzten über den Vorfall und der Schichtleiter entschied, einen Techniker zu entsenden, um dem Problem auf den Grund zu gehen. Es vergingen 15 Minuten, bis die Meldung eintrudelte, dass nach dem ersten Augenschein auch bei dem vermeintlich defekten Sensor kein Fehler festzustellen war. In diesem Moment klingelte das Telefon des Ingenieurs. »Wieso haben Sie die Kühlpumpen heruntergefahren?« fragte die ruhige Stimme eines Kollegen. »Habe ich nicht«, antwortete der Ingenieur, der langsam unter seiner weißen, papierdünnen Haube zu schwitzen begann. »Laut meinen Anzeigen laufen die Pumpen im Normbereich.« »Ich stehe daneben, Ansgar, und ich sage dir, das tun sie nicht.« Der Ingenieur runzelte die Stirn und nahm die Checkliste für Störfälle zur Hand. Er wusste, dass sein Körper zu Unrecht vor Stress schwitzte. Jedes wichtige Sicherheitssystem in ihrem modernen Reaktor war mindestens doppelt redundant vorhanden. Kein Grund zur Panik. Aber irgendetwas stimmte nicht. Stimmte ganz und gar nicht. Er warf einen Blick auf die defekte Temperaturanzeige. 378 Grad Celsius, circa 50 Grad höher als üblich. Aber bei weitem noch nicht bedenklich. Auf seinem Computer rief er das Steuerprogramm für den Kühlkreislauf auf. Alles in Ordnung. Die Pumpen arbeiteten wie vorgesehen. »Bist du dir sicher, dass sie nicht rundlaufen? Hier ist alles normal. Ich meine, das ist doch gar nicht möglich, oder?« »Ich bitte dich, Ansgar. Ich warte die Pumpen seit 15 Jahren und ich sage dir, dass sie nie und nimmer in der Norm sind.« Okay, ich prüfe das, antwortete der Ingenieur und legte auf. Was sollte er tun? Wieder ein Blick auf die beiden unterschiedlichen Temperaturanzeigen, die maximal eine Abweichung von ein paar Grad hätten anzeigen dürfen. Und selbst das wäre höchst ungewöhnlich. Jetzt 327 Grad Celsius zu 398 Grad Celsius. Wenn der Kollege recht hatte, dann hatten sie ein ernstes Problem. Aber wenn er empfahl, den Reaktor herunterzufahren, bedeutete das einen Verlust von etwa anderthalb Millionen Euro am Tag für den Betreiber. Sein Arbeitgeber. Und ein AKW ließ sich nicht so einfach aus- und wieder anschalten. Das hieß, es würde nach einem Störfall mindestens eine Woche keinen Strom produzieren. 424 Grad Celsius. Nur weil er einen defekten Temperaturfühler als möglichen Super-GAU interpretiert hatte und dem Gefühl eines Kollegen mehr glaubte als der millionenschweren Sicherheitstechnik. Scheiß drauf, so geht das nicht, dachte der Ingenieur und hob die Hand, das Zeichen für den Schichtleiter zu ihm zu kommen. Fahr ihn ab, entschied dieser, nachdem er ihm das Problem geschildert hatte, und wählte die Handynummer des Betriebsleiters. Es war Standard, dass er über eine solche Unregelmäßigkeit informiert wurde, und er würde nicht erfreut sein. Der Ingenieur aktivierte die Notabschaltung, woraufhin die Regelstäbe zwischen die Brennelemente gefahren und im Kühlwasser große Mengen Bohrsäure beigefügt wurden, beides Neutronengifte, die die Kettenreaktion unterbrechen würden. In dieser Sekunde brach in dem klinischen Leitstand die Hölle los. Wenige Millisekunden nach dem Notaus begannen etliche Warnsignale zu blinken und dunkle und hohe Alarmsignale ertönten. Der Ingenieur wurde hektisch und griff nach dem Sicherheitsprotokoll. Der Druck im Reaktor war viel zu hoch, und offenbar hatte die sekundäre Temperaturanzeige nicht gelogen, denn plötzlich zeigte auch das Hauptsystem einen viel zu hohen Wert von 482 Grad Celsius an. Was war hier los? Wie konnte das möglich sein? Von einer Sekunde auf die andere? Sein Telefon klingelte. Der Schichtleiter erteilte ruhig Anweisungen. Wie konnte er so ruhig bleiben? Er fragte nach den Meinungen der Kollegen, woraufhin eine gedrückte Hektik entstand, wie sie nur jahrelanges Sicherheitstraining hervorbringen konnte. Niemand schrie. Jeder, der meinte, etwas beitragen zu können, sagte seine Meinung, die anderen schwiegen. Ob aus Professionalität, vor Respekt oder vor Angst, vermochte später niemand zu sagen. Sein Telefon klingelte immer noch. Er nahm ab und bekam von dem Kollegen an der Pumpe bestätigt, dass diese wieder arbeitete. Die große Frage war, zu spät? Die Temperatur im Reaktor lag immer noch im kritischen Bereich. Wenn sie nicht schnell genug Wasser hineinpumpen konnten, würden sie etwas tun müssen. Jeder im Raum beobachtete jetzt die Temperaturanzeigen, und jeder einzelne von ihnen hatte einen Schweißfilm auf der Stirn. Ihre Familien lebten allesamt in der Umgebung des Kraftwerks, und auch wenn sie davon überzeugt waren, dass sie die Technik im Griff hatten, standen sie heute so nahe vor der unvorstellbaren Katastrophe wie noch niemals zuvor. 480 Grad Celsius. Der Schichtleiter wischte sich mit einer Hand die Tropfen von der Stirn und blickte zu seinem Ingenieur. 475 Grad Celsius. Sie sinkt, schrie er, genau eine Sekunde bevor ihn eine laute Explosion übertönte. Wenige Sekunden später begann das laute Heulen der Sirenen, die ankündigten, dass Radioaktivität ausgetreten war. Der Schichtleiter beugte sich unglaublich nach vorne. Aber das ist doch vollkommen unmöglich! Wir hatten ihn doch im Griff! Was zum Teufel ist da explodiert? Er hatte die Frage noch nicht zu Ende gesprochen, als vier Telefone gleichzeitig zu klingen begannen. Ab jetzt konnten sie nichts mehr vertuschen. Er konnte es sich zwar nicht erklären, aber es war eine signifikante Menge an Radioaktivität freigesetzt worden, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Frage, ob sein eigenes Leben in Gefahr war, stellte er sich erst 20 Minuten später. Bundesautobahn 81, Deutschland. 3. Februar 2013, 4.57 Uhr. Dieselbe Nacht. Solve hielt das Steuer ihres Wagens fest umklammert und raste über die linke Spur vorbei an den endlosen Kolonnen der Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und THW. Zumindest schienen die Notfallpläne zur Mobilisierung zu greifen. Etwas zittrig vor Aufregung tastete sie mit der rechten Hand im Ablagefach der Mittelkonsole nach den Tabletten. Sie drückte die 65 Milligramm Kalium-Jodid aus dem Blister und schraubte die Wasserflasche auf. Eine Maßnahme gegen den Schilddrüsenkrebs, weil es verhinderte, dass sich radioaktives Jod ablagerte. Wenigstens etwas. Eddie rief an. Um sechs Uhr tritt der Ministerpräsident vor die Presse. Die Sender sind vorbereitet. Er wird sagen, dass für Stuttgart keine Gefahr besteht, was effektiv nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch ist. Der Wind weht aus Nordwest, und das soll auch für die nächsten Tage halten, aber es war schon verdammt knapp. Wenn ich Familie in Stuttgart hätte, ich würde ihnen sagen, Fahrt. Und ich glaube, das werden auch mindestens 20 Prozent der Leute machen. Glücklicherweise regnet es nicht. Verdammt, war Solveys einziger Kommentar. Einerseits war es natürlich gut, dass die Wolke nicht Richtung einer Großstadt trieb, aber die Panik würde sich trotzdem in die Köpfe der Leute schleichen. Und was ist eure Empfehlung? fragte sie. Abregeln. Mit allem, was sie haben. Sofort. Solveys schluckte. Das Abregeln einer Großstadt wie Stuttgart wäre in Deutschland ein einmaliges Ereignis. Die Polizei würde Straßensperren errichten müssen und notfalls … Sie verbot sich weiter darüber nachzudenken. Sie haben es sich nicht leicht gemacht, Slang. Ich weiß, seufzte Solveys und überholte den Krankenwagen, der endlich eine Lücke auf der rechten Spur gefunden hatte. In unmittelbarer Umgebung des Kraftwerks wurden vereinzelt stark erhöhte Bereiche gemessen, aber noch nicht zwingend lebensbedrohend. Über die Wolke wissen wir noch nichts Genaues. Das wird stark davon abhängen, wo sie abregnet. Wenn Deutschland pechert, trifft sie München, wenn Österreich pechert Salzburg. Wie viel Millisievert am Kraftwerk? fragte sie. Der Höchstwert lag bei 10 Millisievert, der niedrigste bei 1,5, antwortete Eddie, der die Daten offensichtlich von seinem Computer ablas. Solveys atmete auf. Sie waren noch einmal glimpflich davongekommen. Pro Stunde, setzte Eddie hinzu. Du bist gleich am Autobahnkreuz Weinsberg. Es wäre eine gute Idee, jetzt deinen Schutzanzug anzulegen. Solveys hörte ihn kaum noch. Eine knappe halbe Stunde später stand Solveys vor der Pumpanlage, die laut dem Schichtleiter die erste gewesen war, die Probleme gemacht hatte. Der Mann schwitzte noch mehr als sie und seine Nervosität hatte sich auf seine Mitarbeiter übertragen. Ich brauche den Steuerungskomputer, beharrte Solveys. Sofort! Aber der ist ein integraler Bestandteil des Systems, antwortete der Schichtleiter gedämpft hinter seiner Maske. Wir können den nicht einfach ausbauen. Wir müssen zusehen, dass wir so schnell wie möglich wieder ans Netz kommen. Solve starrte ihn fassungslos an. Meinte der Mann das wirklich ernst? Oder musste man ihm zugestehen, dass sein Gehirn auf eine Art Autopilot geschaltet hatte, der vergaß zu bremsen, bevor er mit 140 Sachen eine Betonmauer traf? Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten. Aber Sie haben gerade vier Arbeiter verloren. Ihr Reaktor ist undicht. Und Sie reden davon, ihn wieder anzufahren? Sind Sie noch ganz bei Trost? Solve versuchte, möglichst flach zu atmen, obwohl sie die Maske trug. Sie musste so schnell wie möglich weg von hier. Der Reaktor ist nicht undicht. Das ist vollkommen unmöglich. Und außerdem hat sich die Explosion in einem Lager ereignet und möglicherweise ist viel weniger Radioaktivität ausgetreten, als die ersten Messwerte vermuten lassen. Natürlich, dachte Solve. Und die Messinstrumente der Messstationen, die nach Tschernobyl in ganz Deutschland installiert worden sind, spielen auch alle verrückt. Erstens, begann Solve noch einmal von vorne, bauen Sie jetzt diesen Computer aus. Ich habe mich erkundigt, es spricht nichts dagegen, die Einheit auszubauen. Sie haben doch sicher einen Ersatz, oder nicht? Natürlich, echauffierte sich der Mann, als hätte sie ihm einen Vorwurf gemacht. Vermutlich hörte er seit Stunden nichts anderes als Vorwürfe. Na also, sagte Solve und deutete auf die graue Plastikabdeckung. Seufzend gab er einem Kollegen das Zeichen. Es dauerte keine zwei Minuten, bis Solve das Gerät in den Händen hielt. Und jetzt, sagte sie, möchte ich, dass Sie mir dieses Lagerhaus zeigen. Absolut unmöglich, schnappte der Mann nach Luft. Er war jetzt wirklich aufgebracht. Seine Körperhaltung verriet Solve, dass mehr dahinter steckte. Er wollte etwas vertuschen oder zumindest nicht an die große Glocke hängen. Sie beschloss, nicht auf ihn zu hören. »Eddie, besorg mir den Kraftwerksplan und markiere mir die Lagerhalle, die in die Luft geflogen ist.« Eddie, der die gesamte Zeit über in der Leitung gewesen war, für den Fall, dass sie Hilfe brauchte, reagierte prompt. Auf dem Display ihres Handys erschien ein dreidimensionaler Grundriss. Der Schichtleiter starrte sie an. »Sie können da nicht hin,« sagte er. »Und warum nicht, wenn ich fragen darf?« »Weil...« Er beendete den Satz nicht. Solve machte sich auf den Weg und folgte der Route, die Eddie eingezeichnet hatte. Der Schichtleiter folgte ihr auf dem Fuß. »Hören Sie,« rief er hinter ihr her, als sie eine Metalltreppe erreichte. »Da... da ist alles verstrahlt, das ist viel zu gefährlich. Wir wissen auch nicht, warum, aber...« Solve hielt inne und wartete, bis er sie eingeholt hatte. »Was wollen Sie damit sagen?«, fragte Solve. »Zwei der Männer sind durch die Explosion gestorben. Soweit stimmt die offizielle Variante, aber die anderen beiden...« »Sind verstrahlt worden,« beendete Solve den Satz. Ein weiterer Blick auf das Dosimeter. Der Strahlungswert hatte sich kaum verändert, was ihr sehr eigentümlich vorkam. Der Schichtleiter nickte. »Und die Strahlung da draußen ist viel höher, als sie eigentlich sein sollte bei dem, was wir hier lagern. Zu dem stimmen die Isotope nicht. Ich weiß, das hört sich seltsam an, aber...« »Sie stehen vor einem Rätsel,« bemerkte Solve. Ein erneutes Nicken. »Eddie,« sagte Solve zu ihrem Kollegen, »irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht.« Und zu dem Schichtleiter. »Bringen Sie mich so nah wie möglich ran.« Als sie die Treppe hinaufstiegen, behielten sie den Wert auf ihrem Dosimeter genau im Auge. Aber sie mussten herausfinden, was es mit dieser Explosion auf sich hatte. Berlin, Deutschland. 3. Februar 2013, 5.59 Uhr. Am selben Tag. Das blaue Flimmern des röhren Fernsehers spiegelte sich in den Augen des alten Mannes, der von übergebeugt auf dem dunklen Sofa saß. Kein Gesichtsmuskel verriet, dass in seinem Kopf Stolz und Anspannung um die Vorherrschaft rangen, während der Moderator eine Ansprache des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg ankündigte. Natürlich war längst durchgesickert, dass es in Neckarwestheim einen Störfall gegeben hatte. Die Nachrichtensender zeigten ohne Unterbrechung Bilder der Feuerwehr und des Reaktors, der friedlich im Morgengrauen lag, als wäre nichts gewesen. Und jetzt der Ministerpräsident. Das konnte nur bedeuten, dass das Virus und seine Männer ihre jeweiligen Aufgaben ordnungsgemäß verrichtet hatten. Im Bildhintergrund war eine Karte von Süddeutschland eingeblendet, die den wahrscheinlichen Verlauf der radioaktiven Wolke zeigte. Sie steuerte auf München zu. Thomas Eisler freute sich schon auf den Rest des Vormittags, als er in die Küche ging, um sich eine weitere Kanne Kaffee aufzubrühen. Außerhalb von Murmansk, Russland, 3. Februar 2013, 13.40 Uhr. Derselbe Tag. Immer weiter hatte der Flüchtlingstrupp sich gen Norden vorgearbeitet. Nachdem sie einige Stunden im Schutz eilig über den Lieferwagen gezerrter Zweige ausgeruht hatten, erreichten sie die Ausläufer der Küstenstadt Murmansk am frühen Nachmittag des nächsten Tages. Sie umfuhren das Zentrum weiträumig und hielten sich in Richtung Nordosten. »Das hier«, eröffnete Aaron ihnen schließlich, als sie eine Baracke auf einer kleinen Landzunge östlich der Kolabucht erreicht hatten, »ist eine ehemalige Wetterstation des Militärs, deren weitere Nutzung die Stadtverwaltung zur Freude unseres jungen Freundes hier«, er nickte über eine Karte gebeugt in Richtung eines Mannes, der sie in die Hacke gelassen hatte, »immer noch nicht entschieden hat.« Marcel stellte sich neben Yael und roch die dunkle Note ihres subtilen Parfums, der sich mit dem Schweiß ihrer Flucht gemischt hatte. Er erinnerte sich an die Nacht in Israel, in der sie ihn hinters Licht geführt hatte, weil sie Informationen brauchte, nur um ihm dann ein paar Monate später den entscheidenden Tipp für die Story seines Lebens zuzuspielen. »Unsere Route führt direkt von hier nach Norden.« Sein Zeigefinger malte einen Weg durch ein unübersichtliches Gewirr aus Zahlen, Linien und amorphen Kreisen, »hinein in die Barentsee, bis zu unserem Rendezvous-Punkt. Hier.« Der Finger deutete auf einen Fleck mitten im Nichts. Natürlich gab es auch dort einige Zahlen, aber die Linien führten allesamt in gebührendem Abstand daran vorbei, und das Festland schien endlos weit weg. Marcel schluckte. »Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten,« verkündete Aaron, lief zu einer erstaunlich kleinen Plastikplane und zog sie in einem Rutsch von dem Objekt, das sie bisher verborgen hatte. »Darf ich vorstellen?« fragte er in die Runde und grinste dabei, als spielte er ihnen einen übeln Streich. »Unser Boot.« Marcel schwankte, und er sah in den Augen der beiden anderen Zivilisten, dass es ihnen nicht anders erging. Mit dieser Nussschale sollten sie aufs offene Meer fahren. Er hatte zwar selbst die Idee mit dem Zodiac gehabt, aber irgendwie hatte er es sich trotzdem größer vorgestellt. Natürlich war es nicht mit einem Schlauchboot für den Baggersee zu vergleichen, und es besaß sogar eine Art Führerstand mit einer Plexiglasscheibe, aber es erinnerte in der Grundform immer noch in fataler Weise an die Spaßvariante. Aaron klopfte auf die Motoren, die wie riesige Nüsse zwischen den zwei spitz zulaufenden Schläuchen am Heck saßen. »Doppelmotor. Ohne wäre ja auch Wahnsinn,« bemerkte Aaron, der sich anhörte wie ein schlechter Gebrauchtwagenhändler auf einem Privatsender, der einen Wagen mit kapitalem Motorschaden als »kaum gelaufen« bezeichnete. »Und jetzt«, begann er, als er wieder am Kartentisch stand, »kommt der schwierige Teil.« Marcel, Maja und Dimitri sahen ihn neugierig an, und nur Jarl lächelte fast ein wenig traurig, als wüsste sie, was nun auf sie zukäme. »Wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Auch unsere Gegner wissen, dass eine Flucht übers Meer die logische Antwort auf unsere Probleme ist. Dennoch müssen wir unsere Chancen maximieren, und wir haben Zivilisten an Bord. Dreieinhalb, um genau zu sein.« Er warf einen Seitenblick zu Jarl. »Hatte ich das schon erwähnt?« »Und was soll das bedeuten?« »Was ich damit sagen will, ist, dass wir keine Zeit haben, euch die wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche Exfiltration bei stürmischer See und vier Grad Wassertemperatur zu erklären. Und deshalb werde ich jedem von euch einen Teil beibringen, je nach euren Fähigkeiten.« »Und wozu soll das gut sein?«, fragte Marcel. »Sie sind doch bei uns, und ihre Erfahrungen werden wir wohl kaum an einem Abend nachholen, selbst wenn wir uns aufteilen.« Aaron lächelte. »Natürlich nicht. Aber ich hatte euch doch versprochen, dass immer etwas schief geht. Und wenn nun ich mit dem, was schief geht, etwas zu tun habe? Auch ich kann über Bord gehen. Wir reden hier nicht von einem kleinen Angeltrip über die Ostsee bei gutem Wetter, sondern übers offene Meer, möglicherweise meterhohem Wellengang. Ich brauche einen für die Kommunikation, einen für die Navigation, einen Steuermann und einen für die Motoren. Kasper hat das alleine aus. Ich muss mal was Dringendes erledigen, was wir einem selbst bei der Scheite 13 nicht abgewöhnt haben.« Er ließ sie allein am Kartentisch stehen, und Marcel glaubte wieder ja als Parfum zu riechen. Er trat neben sie. »Wir trainieren also für den Fall, dass er uns nicht helfen kann,« fragte er. »Wir trainieren für den Fall, dass er stirbt, Marcel.« Er starrte sie an. »Und das ist so ziemlich das einzig Professionelle an dieser ganzen Mission bisher?«, fügte sie leise hinzu. Zentrale der ECSB, Amsterdam, Niederlande. 3. Februar 2013, 17.38 Uhr, zur selben Zeit. Der große Konferenzraum war zu einer Einsatzzentrale umfunktioniert worden, und die wichtigste Frage, die jetzt noch im Raum stand, lautete, wer war für all das verantwortlich. »Unsere Experten glauben zu wissen, wer hinter den Attentaten steckt. Zumindest die Motivation scheint eindeutig. Wir haben es mit einem der typischen postterritorialen Konflikte zu tun, die die Terroranschläge vom 11. September eingeläutet haben und die unser nächstes Jahrhundert prägen werden,« sagte William Thater. »Sie wissen ja, Gideon, es geht nicht mehr um Landbesitz oder die Eroberung von Bodenschätzen. Und damit bleiben prinzipiell zwei Interessensgruppen übrig, Fanatiker oder russische Nationalisten mit knallharten Wirtschaftsinteressen. Für religiöse Überzeugungstäter wie Al-Qaida scheint uns die Nummer mit Stuxnet allerdings doch ein paar Schuhe zu groß, und wenn wir den Besuch unseres ehemaligen Stasi-Offiziers in Israel hinzurechnen, brauchen wir nicht viel mehr, um zwei und zwei zusammenzuzählen. Wir glauben, dass wir es mit dem weltweit ersten Fall von Wirtschaftsterrorismus zu tun haben. Allein die Wirtschaftsspionage ist ein boomender Faktor auf der weltpolitischen Karte. Es war doch nur eine Frage der Zeit, bis sich eine Gruppierung findet, die auch vor Terror nicht zurückschreckt, um wirtschaftliche Interessen durchzusetzen.« »Interessant. Sie vermuten Russland hinter dem Anschlag?« fragte Gideon Feinblatt, der per Video zugeschaltet war. »Nicht den Staat und keineswegs offiziell. Wir glauben, dass eine Gruppe sehr einflussreicher Ultranationalisten dahinter steckt, mit weitreichenden politischen Verbindungen und dem nötigen Kapital, um die Stuxnet-Variante zu produzieren. Dafür spricht auch, dass der Russe aussagt, er habe das Virus umprogrammiert.« »Nun, das klingt plausibel«, kommentierte Feinblatt und drückte seine Kippa zurecht. »Aber Sie haben die Hintermänner bisher nicht identifizieren können, oder?« »Nein«, antwortete Theiter. »Unglücklicherweise nicht. Wir hoffen, über die exfiltrierten Russen mehr darüber zu erfahren. Umso wichtiger ist es, dass es Ihrem Agenten gelingt, das Treffen mit der Haaland einzuhalten. Glauben Sie, dass er es hinbekommt?« Die Augen des alten Israelis blickten stumm geradeaus, als erinnerte er sich an ein Ereignis in der Vergangenheit. »Wenn es einer hinbekommt«, sagte er schließlich, »dann er. Ich vertraue ihm, und ich rate Ihnen, das Gleiche zu tun.« Daraufhin wurde der Bildschirm schwarz. Der Israeli hatte einfach aufgelegt. William Theiter beendete die Verbindung, um einen Blick auf die aktuelle Lage in Deutschland zu werfen. Die Bildschirme zeigten, dass die Wolke vom Wind weiterhin Richtung Südosten getrieben wurde. Die Messstationen, die nach der Tschernobyl-Katastrophe überall in Deutschland installiert worden waren, zeigten am Boden bisher zwar erhöhte, aber keine unmittelbar bedrohlichen Werte. Sie lagen weit unter dem, was der saure Regen in den Tagen nach Tschernobyl auf bayerische Waldböden und Äcker gespült hatte. Aber auf dem Weg der Wolke lag der Großraum München mit über drei Millionen Einwohnern. Wenn sie ausgerechnet dort abregnete, würde es hunderttausend Geschädigte geben. Und statt ein paar tausend Quadratkilometer gesperrte Landwirtschaft und Waldgebiete wären möglicherweise ganze Stadtteile auf Jahrzehnte unbewohnbar. Außerhalb von Murmans Großland, 3. Februar 2013, 22.25 Uhr, am Abend desselben Tages. Als sie das Boot zum Strand trugen, schien die Nacht ihnen gewogen. Die Wellen schwappten seicht gegen den schmalen Sandstreifen und klangen wie ein monströses Ungetüm, das sich in Zeitlupe an der Küste verköstigte. Es war still, unendlich viel stiller, als sich Marcel es jemals von einem Strand hätte träumen lassen. Sechs Stunden später war von der anfänglich beinahe aufgekommenen Romantik unter den Insassen des Schlauchboots nichts mehr zu spüren. Die See war inzwischen deutlich rauer geworden, und das Boot kämpfte sich in immer gleichen Abständen durch die Wellentäler. »Wir sind da«, bemerkte Aaron nach einer Ewigkeit und stellte den Motor ab. »Zumindest in etwa.« »Kein GPS«, ächzte Jarl und drehte sich auf die Seite. »Doch, aber auf See ist das alles nicht ganz so exakt, vor allem wenn es darum geht, ein U-Boot auftauchen zu lassen, möglichst auf einem ganz bestimmten Punkt. Wir reden ja hier nicht davon, ein Auto einzuparken.« Der Schluss seines Satzes ging im Piepsen seines Funkgerätes unter. Die HMS Holland. Es konnte nur die HMS Holland sein, dachte Marcel und schöpfte Hoffnung. »Sie tauchen auf. Wir sind noch etwa zwei Seemeilen zu weit östlich«, sagte Aaron und warf die Motoren an. »Haltet euch fest!« Er drehte das Boot in Richtung der Wellen und drückte den Gashebel nach vorne. Der Bug hob sich, und Marcel wurde gegen den Schlauch geworfen. Er ahnte, dass diese zwei Seemeilen nichts mit der vergleichweise ruhigen Fahrt aus offenem Meer zu tun haben würden. Plötzlich packte Jarl ihn am Ärmel seiner Jacke und deutete über die Gischt, die das Boot hinter sich herzog. Am Himmel sah er einen kleinen weißen Punkt, der in einiger Entfernung schräg auf sie zuzufliegen schien. Ein Flugzeug. »Woher wissen die, dass wir hier sind?« Keine zweihundert Meter vor ihnen nahm Marcel plötzlich eine sonderbare Bewegung im Wasser wahr. Wie der gebogene Rücken eines Wals ragte zunächst der Turm des U-Boots aus dem Wasser, mattschwarzes Metall, das er in der Dunkelheit kaum erkannt hätte, wenn er beim Auftauchen nicht Wasser verdrängt hätte, das hellweiß aufschäumte. Es war viel größer, als Marcel gedacht hatte. Allein ihr Schlauchboot würde zigfach in den Turm passen, und er wusste, dass der größte Teil noch immer unter Wasser lag. Auch ihrem Steuermann war das auftauchende Monstrum nicht entgangen und er lenkte das Zodiac in eine leichte Linkskurve. »Wir versuchen, hinter den Turm zu kommen, bis uns das Flugzeug erreicht«, rief er nach hinten. »Haltet euch fest! Es wird eine knappe Angelegenheit!« Mittlerweile war auch ein Teil des Rumpfes zu sehen, und Marcel bekam eine Ahnung davon, wie groß die Halland wirklich war. Obwohl sie zu den kleineren U-Booten gehörte, mutete sie hier draußen und von einem Sechs-Personen-Schlauchboot aus geradezu riesig an. Und dunkel, wie ein düsteres Monster aus der Tiefsee. Langsam begriff Marcel, warum Aaron so große Bedenken gehabt hatte, diese Aktion mit Zivilisten durchzuführen. Bei dem Gedanken daran, auf das rundliche Deck zu steigen, wurde ihm schlecht, und er war sicher, dass es Yael, Maya und Dimitri nicht anders erging. Sie befanden sich mittlerweile mit ausreichendem Abstand zur Schraube hinter der Halland. Auch das Flugzeug war jetzt deutlich zu erkennen. Es hatte seine Flughöhe verringert und kam wie eine aggressive Wespe auf sie zu. »Bieber ruft Sperling«, quäkte es aus dem kleinen Lautsprecher. Marcel blickte zu Aaron. »Was soll ich ihm antworten?« Auf dem Turm des U-Boots waren mittlerweile zwei Männer zu sehen. »Einstieg in zwei Minuten an der hinteren Luke«, schrie Aaron. Er hatte Mühe, das Zodiac auf exakt der gleichen Geschwindigkeit wie das U-Boot zu halten. Offenbar wurde das Schiff zunehmend langsamer. Dann tauchte eine Aluleiter über ihren Köpfen auf. Sie bog sich wie von selbst um die Röhre und rastete ein. Aber kommunizieren konnten sie mit ihren Rettern auf Deck nicht. »Dimitri, du zuerst«, brüllte Aaron. Der bleiche, immer noch von der Seekrankheit gezeichnete Russe griff nach der Leiter. Er konnte kaum auf zwei Beinen balancieren, aber es gelang ihm schließlich doch, sich an den Seilen nach oben zu ziehen und einen Fuß auf die unterste Sprosse zu setzen. Keine zwanzig Sekunden später verschwand er über die gewölbte Bugform aus ihrem Blickfeld. Sie hatten die Reihenfolge der Evakuierung vorher festgelegt, und so stand Maya bereits unter der Leiter, als ihr Aaron den Befehl gab. Sie hatte keine Mühe, sich hochzuschwingen, und kletterte Behände in Richtung rettendes Oberdeck. Bevor Marcel nach der Leiter griff, drückte er Aaron das GPS und das Funkgerät in die Hand. Er nickte, und Marcel machte sich an den Aufstieg. Als er die dritte Sprosse erklommen hatte, hörte er, wie das Funkgerät quäkte. »Sperling, Ihre Zeit läuft ab!« »Ich weiß«, hörte Marcel den Israeli mit zusammengebissenen Zähnen antworten, bevor er außer Hörweite war. Der Flugzeuglärm war nun beinahe ohrenbetäubend. Es musste fast über ihnen sein. Zwei ungleiche Kriegsgegner. Auf ihrer Seite der leise, schleichende Attentäter, auf Seite der Russen der schnelle, aggressive Raubvogel. Die Russen waren keine hundert Meter mehr entfernt, und langsam dürften sie begriffen haben, dass es sich bei ihrem Manöver um eine Exfiltration handelte. Kaum hatte er den Gedanken zu Ende gedacht, begannen die Russen zu feuern. Marcel stolperte eine kurze Metallleiter hinab und landete auf dem Boden eines mit Rohren und Leitungen vollgestopften Raums. Eine Alarmsirene schrillte, nicht einmal besonders laut. Offenbar begann das Boot bereits wieder zu tauchen. Dann erwischte ihn ein Schwall eiskalten Seewassers von oben und ein nasser Körper in einem ihrer schwarzen Thermoanzüge fiel neben ihm auf den Boden. Dann hörte er, wie die Luke von innen geschlossen wurde, und der Seemann von Deck kam in seinem Ölzeug die Leiter heruntergestiegen. Einer von ihnen hatte es nicht geschafft. Mit zitternden Händen griff Marcel nach der schwarzen Sturmhaube und zog sie vom Kopf. Heilbronn, Deutschland. 4. Februar 2013, 6.38 Uhr. Am nächsten Morgen. Betonen, dass derzeit weder von der ausgetretenen Strahlung am Atommeiler Neckar-Westheim-2 noch von der radioaktiven Wolke über Süddeutschland eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht. Leif Schüller ist Strahlenexperte bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Herr Schüller, wie bewerten Sie den schwersten Atomunfall in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland? Nun, es ist mehr als verständlich, dass die Regierung in der jetzigen Situation versucht, die Lage zu beschönigen. Nichtsdestotrotz muss ich darauf hinweisen, dass es genau ein solcher Unfall war, vor dem wir in den letzten Jahrzehnten gewarnt haben. Ich denke, die Regierung weiß überhaupt noch nicht, welchen Risiken sie die Bevölkerung mit ihrer voreiligen Entwarnungstaktik aussetzt. Die aktuellsten Messwerte liegen zumindest in der Nähe des Kraftwerks sehr hoch. Peter stellte das Radio ab. Vor seinem Mund bildete sich eine kleine weiße Wolke. Er atmete flach, und Doreen wurde sich darüber im Klaren, dass er alles wusste. Sein Kopf fiel nach vorne in den Kragen seiner Daunenjacke. Doreen rutschte auf ihrem Autositz ganz nach rechts, um sich ihm besser zuwenden zu können. Sie blickte einem Mann auf die rechte Schläfe, den sie belogen und missbraucht hatte. Ich schuldete einem Menschen aus meiner Vergangenheit Loyalität. Ich weiß, du kannst es nicht verstehen, Peter. Unvermittelt schlug er mit einem lauten Knall die Faust aufs Lenkrad. Und was ist mit mir? Was ist mit deiner Loyalität mir gegenüber? »Glaub mir, Peter. Wenn ich gewusst hätte, was ich damit anrichte, dann hätte ich mit ihm gebrochen.« »Es sieht ganz danach aus, als hättest du dich für den falschen Mann entschieden«, flüsterte er plötzlich wieder ganz leise. In seinem Blick lag jetzt nicht mehr Wut oder Enttäuschung, sondern nur noch grenzenlose Trauer. Doreen sagte nichts mehr. »Gehen wir ein Stück«, sagte er merkwürdig bestimmt. Er war schon aus der Tür, als Doreen zögerlich den Hebel betätigte und aus dem Wagen stieg. Der Wagen stand auf einem menschenleeren Waldparkplatz. Niemand, der bei Verstand war, dachte im Moment daran, einen Spaziergang zu machen. Der Morgen brach gerade an und leichte Schneeflocken tanzten ihr um die Nase. Peter war vorausgelaufen und sie musste rennen, um ihn einzuholen. Als sie sich bei ihm unterhakt fragte, fragte sie, »Glaubst du, der Schnee ist radioaktiv verseucht?« Den Vögeln jedenfalls schien die Strahlung nichts auszumachen. Er blieb stehen. Wäre nicht die Welt um sie herum zusammengebrochen, hätte es ein schöner, fast ein romantischer Moment sein können. »Glaubst du wirklich, dass das jetzt noch eine Rolle spielt?«, fragte er so nahe an ihrem Gesicht, dass sie die Wärme seines Atems in den Poren ihrer Haut spürte. Er warf einen Blick auf die Uhr und ging weiter. »Was hast du vor, Peter?«, fragte sie leise, obwohl sie es längst wusste. Sie fragte sich, ob sie bereit dazu war. Aber wer war schon jemals bereit dafür? »Das einzige Richtige, Doreen. Und du weißt längst, dass wir nicht anders können, oder? Ich habe es in deinen Augen gesehen.« Doreen lehnte den Kopf an seine Schulter, und gemeinsam liefen sie über den knirschenden Schnee. Hinter der sanften Biegung klaubte sie einige lockere Eiskristalle vom Boden und warf sie nach oben. Zum ersten Mal seit dem Zwischenfall lachten sie in einem kurzen Moment des Glücks zweier Liebenden, die sich trotz allem nicht verloren hatten. Teil 3 Heilbronn, Deutschland, 5. Februar 2013, 7.12 Uhr, einen Tag später Mit dem größten Kloß im Magen, den sie je gespürt hatte, betrat Solve am Mittag die Polizeidirektion von Heilbronn. Sie erinnerte sich nur dunkel an die Ereignisse der letzten Stunden. Eddie hatte sie abgeholt bei Dr. Prinz, ihrer Gynäkologin, nach der schlimmsten Nachricht, die sie je bekommen hatte. Und er hatte ihr zugehört, obwohl im Krisenzentrum die Hölle losgebrochen war. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren hatte sie einem Kollegen gegenüber geweint, dann hatte er die sie zum Flughafen gebracht. Hatte sich geduldig immer wieder dieselbe Frage anhören müssen. War es ihr Fehler? Obwohl Frau Dr. Prinz gesagt hatte, dass man das nicht wissen könne, es könne auch einfach ein natürlicher Abbruch gewesen sein. Man wisse nicht, warum ein Fötus in einer so frühen Schwangerschaftsphase aufhört zu wachsen. Eine Störung in der Blutgerinnung, das Erbgut? Oder hatten eben doch die Strahlen die Zellteilung gestört? Die Polizeidirektion glich einem Bienenstock. »Ich möchte zu Polizeihauptmeister Tauschek. Ich bin angemeldet«, sagte Solveig. »Treppe hoch, zweiter Stock links. Gang durch bis ganz nach hinten, vorletztes Zimmer auf der linken Seite.« PHM Tauschek war nicht da. Ohne Zeit zu verlieren, begann sie die Unterlagen auf seinem Schreibtisch nach dem Selbstmord zu durchsuchen. Sie war nicht gekommen, um lange zu fackeln. Leider war Tauschek unordentlich, die Papiere lagen ohne erkennbare Zusammenhänge durcheinander. Kein Glück. Auf dem Bildschirm seines PCs drehte sich ein Bildschirmschoner mit dem Logo der baden-württembergischen Polizei. Sie bewegte die Maus. Passwortgeschützt. Solveig setzte ihre Brille auf und wollte gerade Eddies Nummer wählen, als sich laut polternd die Tür öffnete. Ruhig blickte sie auf und in die fassungslosen Augen eines Mannes in der Uniform eines Polizeihauptmeisters. Tauschek wollte in sein Büro zurück. Sein Gesichtsausdruck wandelte sich von erstaunend zu Wut. »Was zum Teufel machen Sie da?« brüllte er. »Ich durchsuche Ihren Schreibtisch nach Informationen über den Fall Bausch-Kaiser. Gerade wollte ich Ihren Computer knacken, aber jetzt sind Sie ja da,« fiel Solveig mit der Wahrheit ins Haus. Damit brachte sie Tauschek aus der Fassung. »Herrgott, Stunawälder, was?« stammelte er. »Wer sind Sie?« fragte er schließlich. »Mein Name ist Solveig Lang. Und hätten Sie während der letzten zwei Stunden Ihre E-Mails abgerufen, dann hätten Sie festgestellt, dass mich das Bundeskriminalamt angekündigt hat. Ich würde Sie bitten, das direkt jetzt nachzuholen, ohne weiter wertvolle Zeit zu verschwenden.« Jetzt hatte sie Tauschek da, wo sie ihn haben wollte. »Also gut, Frau Lang. Wie kann ich Ihnen helfen?«, gab sich der Beamte schon deutlich kooperativer. Dass sie seinen Schreibtisch durchwühlt hatte, schien vergessen, zumindest für den Moment. »Ich brauche alle Informationen zum Fall Bausch-Kaiser. Wenn ich richtig informiert bin, gehen Sie bisher von einem Selbstmord aus?« »Allah, dann will ich Ihnen mal erzählen, was der Tauschek weiß,« begann er. Und Solveig ordnete ihn schon jetzt als Schwätzer ein. »Es kann ja heiter werden.« Umso überraschter war sie, dass sich seine nachfolgende Schilderung als durchaus präzise herausstellte. Tauschek schlug die Akte auf. Gestern Morgen meldete Regionalexpress 23401 von Heilbronn nach Schwäbisch Hall um 7.23 Uhr einen Unfall mit Personenschaden. Der Zug war zu diesem Zeitpunkt mit etwa 95 Stundenkilometern auf zweigleisiger Strecke unterwegs. Der Unfall ereignete sich hinter einer Kurve. Geschädigte waren Bausch-Peter, wohnhaft im Stahlbühl 4, 74074 Heilbronn, sowie Kaiser-Doreen-Wohnhaft Eduard-Bader-Straße 18, ebenfalls Heilbronn. Die Polizei traf um 7.31 Uhr ein, der Staatsanwalt eine Viertelstunde später. Nachdem keinerlei Anzeichen für Fremdeinwirkung festzustellen waren, wurden die Leichen in die Gerichtsmedizin überführt und die Strecke um 9.04 Uhr wieder freigegeben. Kapitel geschlossen. Partnerschaftlicher Suizid. Tauschek schloss die Akte mit einem überlegenen Lächeln. Und was hat die Obduktion ergeben? Der Beamte schlug die Akte wieder auf und blätterte. Noch nichts. Sie ist noch nicht vorgenommen worden. In diesem Moment klingelte Solvys Telefon. Sie warf einen Blick auf die Nummer, Eddie, und signalisierte Tauschek, dass es nur einen Moment dauern würde. »Slang?« Er machte eine kurze Pause. »Schlechte Nachrichten,« wusste Solvys. »Ja, er ist tot,« fuhr Eddie fort. »Sie wurde beim Rendezvous mit der Haaland aus seinem Flugzeug erschossen.« Solvys schluckte. »Und Marcel?« fragte sie mit leicht zittriger Stimme, als sie an den Vater ihres Kindes dachte. Beinahe Kindes. Marcel ist wohl auf, ebenso wie der vermeintliche Stuxnet-Programmierer seine Freundin und Aaron. Die Haaland überführt sie nach Tromsø in Norwegen, was nicht länger als drei Tage dauern sollte, sofern das Wetter und ihre russischen Verfolger mitspielen. »Okay, Eddie, bring mich auf schnellstem Weg nach Tromsø, vor allem bevor die Haaland eintrifft.« »Da ist noch etwas Slang.« Eddie machte eine Pause, was sehr untypisch für ihn war. Solvys ahnte, dass es keine guten Nachrichten sein würden. »Es gab ein weiteres Todesopfer unter den Ersthelfern am Kraftwerk.« »Strahlung.« »Tut mir leid, Slang.« »Verstanden,« antwortete Solvys mit trockener Kehle. »Bei dir alles okay, Slang,« fragte Eddie ehrlich besorgt. »Halt mich auf dem Laufenden in Ordnung,« verlangte Solvys und legte auf. Sie wandte sich an den Polizeihauptmeister. »Herr Tauschek, ich brauche Ihre Hilfe.« »Der Tauschek ist ganz ohr.« »Wie Sie an meiner Autorisation durch den Präsidenten des BKA sicher erahnen können, arbeite ich für die Behörde, die den Vorfall im AKW Neckar-Westheim II untersucht.« »Wollen Sie damit sagen, dass Sie gar nicht von einem Unfall ausgehen?« »Das habe ich nicht gesagt, Herr Tauschek, aber lassen Sie es mich so ausdrücken. Wir schließen im Moment keine Möglichkeit aus. Und deshalb brauche ich von Ihnen eine komplette Obduktion der beiden Selbstmörder, das volle Blutbild, die ganze Palette. Des Weiteren benötige ich eine vollständige Überprüfung der beiden Geschädigten, Peter Bausch und Doreen Kaiser. Sie wissen, dass Peter Bausch im AKW gearbeitet hat?« Der PHM nickte. »Mit wem hatte er Kontakt? Seit wann kannten sich Doreen Kaiser und Peter Bausch? Waren die beiden ein Paar? Wie haben sie sich kennengelernt? Wo gingen die beiden einkaufen? Welche Hobbys hatten sie? Einfach alles. Soweit klar?« Der Beamte nickte. Was sie im Begriff war, ihm abzuverlangen, ging weit über seinen Dienstgrad hinaus. Aber sie hatte einfach keine Zeit, jemanden anderen anzufordern. Und er würde Unterstützung bekommen. Aber sie wollte demjenigen, der die Untersuchung für sie übernahm, in die Augen geschaut haben. Und so bekam PHM Tauschek eine einmalige Chance, sich zu beweisen. Normalerweise, so die Ratio der ICSB, kann man in solchen Fällen mehr Engagement erwarten als vom Beamtenestablishment mit den üblichen Karrieristen. Ich möchte, dass Sie für mich diese Untersuchung koordinieren. Ich fordere für Sie Unterstützung von der Kriminalpolizei oder dem LKA an. Aber ich möchte, dass Sie mein Ansprechpartner sind, der jederzeit Zugriff auf alle Informationen hat. Können Sie das für mich übernehmen?« »Natürlich, Frau Lang.« »Ihnen werden möglicherweise Kollegen zugeteilt, die im formalen Rang deutlich über Ihnen stehen. Denen wird Ihre Rolle erklärt werden, aber Sie selbst müssen Sie auch effektiv führen. Trauen Sie sich das zu, Herr Tauschek.« Er nickte erneut. Solveig speicherte seine Handynummer in Ihrem Telefon und gab ihm sowohl Ihre eigene als auch Eddies Durchwahl. »Eddie Rames wird sich bei Ihnen melden, wenn er das Team zusammen hat. In Ordnung?« Sie gab ihm die Hand und warf ihm einen letzten prüfenden Blick zu. »Er würde Sie nicht enttäuschen, der Tauschek. Zumindest hoffte sie das. Aber ihr blieb keine Zeit. Sie musste nach Tromsø, um die Halland mit dem Russen abzufangen.« »Viel Glück, Herr Tauschek. Sie werden es brauchen.« »Das werden wir alle brauchen,« fügte sie in Gedanken hinzu. »Schose, Frankreich. 5. Februar 2013, 11.08 Uhr. Vier Stunden später. Dominique Lagrand gehörte zur Abordnung für die französischen AKWs. Obwohl sie immer noch nicht wussten, wie es dem Virus gelungen war, die Explosion auszulösen und tatsächlich eine anscheinend beträchtliche Menge Radioaktivität freizusetzen, hatten sie mittlerweile zumindest eine Idee davon, wo es als nächstes zuschlagen könnte. Wenn man, wie Dominique und Dr. Gladgay, davon ausging, dass es sich auf bestimmte Steuerungskomputer konzentrierte. Die Abordnungen waren dann Wills Idee gewesen, um wenigstens den kleinen Strohhalm, der sich uns darbietet, zu ergreifen. Er hatte zu den wichtigsten Kraftwerken jeweils einen Agent der ECSB geschickt, der versuchen sollte, die Betreiber zum Abschalten zu bewegen, zumindest bis sie wussten, wie das Virus genau funktionierte und wie es die Explosionen auslöste. Auf der politischen Ebene waren bisher alle Initiativen ins Leere gelaufen. Niemand wollte gerade einmal zwei Tage nach einem Störfall entscheiden, die Stromversorgung in Europa zu gefährden. Zwar war ein Super-GAU bei den modernen Kraftwerken in Westeuropa nicht zu erwarten, aber es brauchte kein Tschernobyl und auch kein Fukushima, um gefährlich zu werden, insbesondere in den Ballungsräumen. Trotzdem hegte Dominik insgeheim Zweifel an seiner eigenen Analyse. Jedes Mal, wenn er die zugrunde liegenden Werte anschaute, wollten sie einfach nicht zueinander passen. Die Strahlungswerte waren einfach viel zu niedrig und nahmen außerhalb des Explosionsherdes viel zu schnell ab. Sein Handy klingelte. »Ja, Eddie, was gibt's?« »Du hattest recht mit der Analyse. Wir haben einen neuen Zwischenfall in Schweden. Forschmark. Sie haben es wohl im Griff, aber vier Arbeiter wurden getötet, als sie versuchten, ein Feuer im Umspannwerk zu löschen, das durch die Explosion ausgelöst worden war.« Dominik lief ein kalter Schauer den Rücken hinunter. Forschmark stand an Platz acht seiner Statistik, von neunundvierzig, seine Todesstatistik. Tromsø, Norwegen. 7. Februar 2013, 7.55 Uhr, am uebernächsten Morgen. Die Sonne ließ nach einer langen Nacht immer noch auf sich warten, obwohl der Februar immerhin schon sechs helle Stunden versprach. In einem dicken Wollmantel gehüllt stand Solvee an der Spitze des Piers und wartete auf die Haaland. Sie erkannte den Turm eines U-Boots und einen seltsam geformten Rumpf, der ein wenig aussah wie ein Löffelbiskuit. Die Haaland war leise, gespenstisch leise. Männer kletterten aus einer Luke und postierten sich auf dem Deck, als die Haaland langsam an den Pier glitt, wo sie schon von weiteren Soldaten erwartet wurde, die sofort begannen, das Boot zu verteuen. Zwei weitere Männer legten eine wackelig aussehende Metallbrücke an das Oberdeck. Der erste Offizier geleitete eine Gruppe von drei Menschen in dicken Windjacken ueber das rutschige Deck bis zur Bruecke. »Allo, Marcel«, sagte sie, als er an ihr vorbeiging. »Solve?« Ihr Herz machte einen Sprung. »Ist er das?«, fragte sie mit einem Nicken in Richtung des jungen Mannes, der ebenso stehen geblieben war wie die junge Frau, die nur seine Freundin Maja sein konnte. Der Kommandant der Haaland hatte die wichtigsten Informationen schon per Funk an die ECSB weitergegeben. Marcel nickte. »Dann lass uns gehen«, sagte sie, ohne den jungen Russen oder seine Freundin zu begrueßen. Stattdessen packte sie Dimitri am Arm und geleitete ihn ohne Gewalt, aber bestimmt in Richtung der Hafengebäude. Die norwegische Marine hatte ihnen einen Verhuerraum zur Verfügung gestellt, den Solve ausgiebig zu nutzen gedachte. Ohne eine Antwort abzuwarten, buxierte sie den jungen Russen, von dem sie wusste, dass er Dimitri Sergejevich Bodonin hieß, in das kleine Zimmer. Auch hier herrschte militärische Nuechternheit. Ein Tisch, zwei Stuehle, ein Mann im dunklen Anzug, der in der Ecke des Raumes auf sie wartete. Mehr brauchte sie nicht. Sie legte ihr Handy in die Mitte des Tisches und schaltete die Diktierfunktion ein. Der Anzugträger ergriff das Wort, was eine juristische Notwendigkeit darstellte, denn Norwegen gehörte nun einmal nicht zur Europäischen Union. Zeugenbefragung am 7. Februar 2013, Marinebasis Tromsø. Leitung der Befragung, Staatsanwalt Eirik Ulwang. Danke, Herr Staatsanwalt. Und an den Russen gewandt? Bitte nennen Sie uns Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihren Beruf. Ihre Stimme war schneidend und halte in dem leeren Zimmer nach. Dimitri Sergejevich Bodonin, geboren am 6. August 1984 in Kuybyshev, heute Samara, Russland. Ich bin Computerspezialist. Herr Bodonin, sind Sie mit dem Stuxnet-Computer-Virus vertraut? In groben Zügen, ja. Solve hob eine Augenbraue. Wollte er etwa einen Rückzieher machen? Ist es zutreffend, dass Sie Zugang zum Quellcode-Stuxnet-Virus hatten und dass Sie ihn so modifiziert haben, dass er Atomkraftwerke angreifen kann? Kommt darauf an. Wie meinen Sie das? Dimitri rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Solve ahnte, worauf das hinauslief. Er wollte einen Deal. Ich möchte Strafverfolgungsfreiheit seitens aller Länder der EU sowie das Zeugenschutzprogramm für Maya und mich. Alle europäischer Länder? Wie stellen Sie sich das vor? fragte sie aufgebracht, obwohl sie seine Amnestie längst in der Tasche hatte. Theiter hatte geahnt, dass er kaum mitspielen würde, wenn ihm eine lebenslange Haftstrafe wegen Massenmords drohte. Solve wog ihre Optionen ab. Gerechtigkeit gegen die Gefahr für Tausende, Hunderttausende. Sie betrachtete ihn, diesen Russen. Er war jung, aber trotzdem verströmte er eine beeindruckende Genialität. Er sah aus wie jedermann. Anonymous. Und doch hatte er einen der gefährlichsten Terrorakte der letzten Jahrzehnte mitzuverantworten. Natürlich hatte er nicht alles selbst erfunden. Die Basis seiner Arbeit war das Ergebnis staatlicher Geheimdienstarbeit, das Daxnet-Virus, das die USA und Israel mit Millionenbudgets entwickelt hatten. Aber in eine tödliche Waffe hatte es erst dieser unschuldig anmutende Student verwandelt. Er musste sehr talentiert sein und konnte auf der richtigen Seite vermutlich genau das Wunder bewirken, das sie so dringend brauchten. Konnte er das wirklich? Hatten sie eine Wahl? Ihr Wunder begann zu schwitzen. Also gut, Dimitri. Ich bin autorisiert, Ihnen Immunität anzubieten. Der Russe atmete erleichtert auf. Allerdings, fügte Solve hinzu, nur für den Fall einer vollständigen Kooperation und im Erfolgsfall. Was verstehen Sie unter einem Erfolgsfall? Ich meine, in diesem Fall. Plötzlich wurde Solve wütend und hieb mit der Faust auf den Tisch. Der junge Russe zuckte beim lauten Knall zusammen. Da ist keines dieser verdammten Kraftwerke mehr hochgeht und noch mehr Kinder verstrahlt, schrie sie ihn an. In diesem Moment brach die Fassade von Dimitri Bodonin zusammen, und Solve erkannte, was der Druck zum Vorschein brachte, einen zutiefst verstörten, ob der Ereignisse, die er mit ausgelöst, die er vielleicht sogar maßgeblich zu verantworten hatte, beinahe gebrochenen jungen Menschen, der in etwas hineingeraten war, über das er irgendwann die Kontrolle verloren hatte. Als sie sich in einer Pause 20 Minuten später an einem billigen Automaten einen Kaffee zog, wusste sie, dass er das Virus für einen Mann namens Kharkov programmiert hatte, den CEO einer Wodka-Fabrik, den er jedoch nicht für den Drahtzieher, sondern für eine billige Marionette hielt, womit er vermutlich richtig lag. Viel wichtiger war im Moment die einzig gute Neuigkeit des Tages. Dimitri hatte sich bei der Programmierung eine sogenannte Backdoor offengelassen, was bedeuten sollte, dass er das Problem an den Kraftwerken beheben könnte. Allerdings nur, wenn er eine Kopie des Virus hätte. Und die hatte er nicht. Nicht mehr. In der festen Überzeugung, dass er bei einer Mossad-Agentin am sichersten wäre, hatte er real gebeten, den USB-Stick an sich zu nehmen. Ihre Chancen, die Katastrophe zu beenden, waren mit ihr in der Barensee untergegangen. Ihr Handy klingelte. »Hallo, Frau Lang, hier spricht der Tauschek.« Und Schnaufen war zu hören. »Erinnern Sie sich an mich?« »Natürlich erinnere ich mich an Sie,« antwortete Solve und wählte eine Funktion, die ihr Gespräch mitschnitt und direkt im Anschluss als Audiodatei an Eddie sendete. »Wir haben eine Spur,« fiel er ihr ins Wort. »Ich habe alles erledigt, was Sie verlangt haben. Wohnungen, Melderegister, Verwandte, Bekannte, Freunde, Kollegen, einfach alles.« »Das ist gut, Herr Tauschek. Was haben Sie herausgefunden?« »Na, die Kaiser Doreen und der Peter Bausch kannten sich erst seit knapp über einem Monat. Er ist seit drei Jahren geschieden, seine Frau lebt mit einem gemeinsamen Sohn in Hannover. Es gibt noch eine Schwester, die ihm aber nicht sonderlich nahe zu stehen scheint.« »Tauschek, gibt es davon auch eine Kurzfassung?« rügte Solve mit leicht amüsiertem Unterton. Er sollte wissen, dass es ihr nur zu fünfzig Prozent ernst war mit dem Kommentar. »Tschuldig, Frau Lang.« »Also, bei der Kaiser Doreen ist alles viel seltsamer. Die zog vor knapp anderthalb Monaten nach Heilbronn, scheinbar aus dem nichts. Bei der vorherigen Adresse, die sie angegeben hat, ist sie unbekannt. Die Gehaltsnachweise für den Vermieter allesamt gefälscht.« Es begann interessant zu werden. Vielleicht hatten sie doch noch eine Chance, eine Kopie des Virus in die Hände zu bekommen. Wenn Solveys Vermutung stimmte und der Mann, den Dimitri auf einer Yacht in Dubrovnik und ein zweites Mal in Charkovs Villa gesehen hatte, wirklich Thomas Eisler war, dann handelte es sich bei ihm vermutlich um eine der zentralen Figuren dieses grotesken Plans. Und dann gab es vermutlich auch eine Verbindung zu Doreen Kaiser. Und so wie Solve einen Ex-Stasi-Offizier einschätzte, hätte der in jedem Fall eine Kopie des Quellcodes angelegt. Die Sammelwut der Stasi war legendär und jede Organisation prägte ihre Mitarbeiter. »Also wissen wir nicht, wo Doreen Kaiser zuletzt gewohnt hat.« Am anderen Ende der Leitung vernahm sie ein Räuspern. »Doreen Kaiser kam aus Berlin. Mit dem Zug. Zumindest laut den Daten, die bei ihrer Bahncard 25 hinterlegt waren.« Solveig grinste. Sie hatte sich in dem Beamten nicht getäuscht, mochte er auch noch so verschroben wirken. Das war nicht schlecht. Gar nicht schlecht. »Bietzke-Straße.« »Entschuldigung, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.« »Na, die Adresse von der Karte. Bietzke-Straße 18, Berlin, Kaiser, Doreen.« Solveigs Grinsen wurde noch ein wenig breiter, als er sich bei ihm bedankte und auflegte. London, England. 7. Februar 2013, 13.12 Uhr, fünf Stunden später. Im Kamin der Wohnung, im sogenannten London-Grad, dem Zentrum russischer Macht in Canary Wharf, brannte ein Feuer, obwohl es erst Mittag war. Das Biest blickte in die Flammen, während er die Regierungserklärung der deutschen Kanzlerin im Fernsehen verfolgte. »Nach der Atomkatastrophe von Fukushima haben wir gesagt, dieses Ereignis hat unsere Haltung verändert. Wir haben den Atomausstieg beschlossen. Die Katastrophe von Neckarwestheim hat uns in erschreckender Weise verdeutlicht, das war nicht genug. Das Moratorium hatte uns überzeugt, dass ein schrittweiser, kontrollierter Ausstieg möglich ja sogar geboten schien. Doch, und das sage ich Ihnen in aller Offenheit und Deutlichkeit, ich habe mich getäuscht. Und deshalb habe ich gemeinsam mit der Bundesregierung entschieden. Das Zeitalter der Atomkraft in Deutschland endet mit dem heutigen Tage.« Das Biest lächelte. Der Plan ging auf. Als die Gegensprechanlage seines Telefons summte, stellte das Biest den Ton des Fernsehers aus. Der Besuch war eingetroffen. Der Engländer würde erklären müssen, wie der junge Russe entkommen konnte und wie er die Situation wieder unter Kontrolle bekommen wollte. Es galt, eine weitere Brücke hinter sich abzubrennen, die letzte, die zu ihm führte. Und es war eminent wichtig, dass diesmal nichts schiefging. Er schauderte, als er den Kamelhaarmantel im Türrahmen erblickte. Flughafen Tegel, Berlin, Deutschland. 7. Februar 2013, 20.04 Uhr, sieben Stunden später. Die Bombardier Global, der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, landete kurz vor acht in Tegel. Die Besatzung des zweistrahligen Verkehrsflugzeugs hatte sich über den ungewöhnlichen Auftrag ebenso gewundert wie über ihre Passagiere. Ein Pick-up im äußersten Norden Norwegens und nach dem Auftanken sofort wieder zurück nach Berlin mit einer Frau und einem Mann, zwei Zivilisten, die jedoch nicht aussahen wie die Minister oder Staatssekretäre, die sie sonst beförderten. Ihre Limousine glitt durch die abendliche Hauptstadt, vorbei an Autohäusern und Möbelmärkten. Mitten in der Vorstadt bedeutete Solve ihrem Fahrer auf einmal rechts ranzufahren. »Wir müssen reden,« sagte sie zu Marcel. »Warten Sie bitte her, es dauert nicht lange,« bat sie den Fahrer und stieg aus der Limousine. Sie liefen schweigend auf der Straße nebeneinander, bis sie die Spree erreicht hatten. Der Wind wehte ihr eine geschwungene Locke ins Gesicht. Marcel bemerkte ein feuchtes Glitzern in ihren Augen. Ohne sich ihm zuzuwenden, begann sie mit nüchternen Worten alles zu erklären. Sie war schwanger. Gewesen. Natürlich von ihm. Ihr Kind hatte es nicht geschafft. Vielleicht war es ihre Schuld oder die ihres Jobs, aber sie hatte in das Kernkraftwerk gehen müssen. Er hielt sie im Arm, während sie erzählte, und ließ sie auch nicht los, als sie nach ihrem Geständnis verstummte. »Marcel«, sagte sie schließlich, »ich brauch deine Hilfe.« »Ja, natürlich, was immer ich tun kann.« »Du musst mich vertreten. Du musst alleine zur Wohnung von der Kaiser fahren und dich dort umsehen. Eddie wird dir helfen. Ihr müsst unbedingt herausfinden, wer sie auf den AKW-Mitarbeiter angesetzt hat. Und das, was jemand getan hat, daran durften kaum Zweifel bestehen. Und bitte, nur dieses eine Mal, vergiss den Journalisten. Keine Story, okay? Tu einfach, was ich tun würde, zusammen mit Eddie. Kannst du das für mich machen, Marcel?« »Na ja, ich kann's zumindest versuchen. Aber nur, wenn du mir erklärst, warum du das nicht selbst machen kannst. Ich muss noch woanders hin, um das Kapitel endlich abschließen zu können. Es gibt keine andere Möglichkeit, und Eddie hat sich um einen Termin noch heute Abend gekümmert, sie warten schon auf mich. Der Fötus ist noch in mir drin. Morgen früh bin ich wieder fit.« »Ich hol dich ab, okay?« versprach Marcel. Solvee nickte. Der Wagen setzte Marcel vor der Bietzke-Straße 18 ab. Die Tür zu Doreen Kaisers Wohnung stand offen, das Schloss war brutal aufgebohrt worden. Im Flur war es kalt und es wirkte, als hätte sie vor ihrem Auftrag noch einmal durchgeputzt. Marcel zog eine Schublade auf und begann, den Inhalt nach etwas Interessantem zu durchwühlen, als ihn plötzlich jemand ansprach. »Ach, und wer bitte schön sind Sie jetzt?« fragte ein Mann in grüner Polizeiuniform. »Ah, Marcel Lesual von der ICSB«, log er. »Ein Kollege von Solvee.« »Ah, Frau Lang«, sagte der Beamte, als wären sie gute Bekannte. »Ala, dann will ich Ihnen mal zeigen, was der Tauschheck gefunden hat. Kommen Sie mal mit.« Sie gingen ins Schlafzimmer. »Es gibt keine Jugendfotos, keine Zeugnisse, keine Dokumente von vor 1991. Nichts. Es ist, als habe Ihr Leben erst in diesem Jahr begonnen. Genauer gesagt am 18.09.1991 mit einer Arbeitslosenmeldung.« »Das war tatsächlich eigentümlich. Normalerweise bewahrt doch jeder irgendetwas aus seiner Vergangenheit auf, und sei es ein Impfpass.« »Und Sie haben wirklich alles gründlich durchsucht?« Tauschheck warf ihm einen tadelnden Blick zu. »Okay, okay«, wehrte Marcel ab. »Und in der näheren Vergangenheit?« »Die Steuererklärung. Sie hat sie aufgehoben wegen der ständigen Änderungen für die Fahrtkostenpauschale. Und damit haben wir einen Hinweis auf Ihren Arbeitsplatz.« »Und wo ist sie hingefahren?« »Mehringdamm. U-Bahnhof.« »Und was jetzt?« fragte Marcel. »Na hier, fertig machen. Obwohl ich nicht glaube, dass wir noch irgendetwas finden werden. Und ab morgen früh klinkenputzen am Mehringdamm.« »Ich hab morgen früh schon einen Termin. Schaffen Sie das alleine?« Erneut erntete Marcel einen tadelnden Blick von Tauschheck, der ihm sagen sollte, dass er es natürlich alleine schaffte. Marcel musste in die Charité, so schnell wie möglich. Nach sechs Stunden, die Marcel an ihrem Krankenbett gesessen hatte, verließ Solvay die Berliner Charité auf eigenes Risiko. Sie fühlte sich noch etwas wackelig auf den Beinen, aber es ging aufwärts. Jedem Tief folgt ein Hoch, erinnerte sich Solvay, als sie mit Marcel zusammen auf den Rücksitz des Audis glitt. Ab jetzt zählte nur noch der Fall. Und sie freute sich fast ein wenig auf die Ablenkung. Sie erreichten den Mehringdamm im Stadtteil Kreuzberg keine halbe Stunde später. »Zehn Beamte durchkämmen die umliegenden Geschäfte und Wohnhäuser. Alle haben ein Foto von Doreen Kaiser dabei. Ich warte jederzeit auf einen Anruf,« eröffnete ihnen dort Tauschheck. Wie auf Bestellung klingelte in diesem Moment das Handy. Das Telefonat dauerte keine drei Sekunden. Als er aufgelegt hatte, bedeutete er ihnen, ihm zu folgen. Im Gehen erklärte er ihnen, was die Beamten herausgefunden hatten. Solvay verstand nur drei Worte, Doreen, Casino und Arbeit. Es reichte aus, um zu verstehen, dass sie offenbar Doreens Wirkungsstätte gefunden hatten. Das Casino entpuppte sich als billige Spielhalle. Der Geruch von abgestandenem Bier, kaltem Altherrenschweiß und Kupfermünzen, ließ sie flach atmen. Das Trio, aus einer Frau im dunklen Kostüm, Marcel in einer modischen, petrolfarbenen Jacke und dem Polizisten mit dem Indianering, das man ohnehin als bunt bezeichnen durfte, wirkte hier doppelt deplatziert. Der Beamte, der die Befragung durchgeführt hatte, stellte ihnen den Besitzer als einen Robert Tucher vor, der darauf bestand, Robby genannt zu werden und dessen Schweißgeruch nach Solvays Nase zumindest für 50 Prozent des schlechten Raumklimas verantwortlich war. Sie erfuhren, dass Doreen Kaiser als Buchhalterin für ihn gearbeitet hatte und dass sie sehr zuverlässig gewesen war. Bis zum 15. September im letzten Jahr, an dem ein grauhaariger, dünner Rentner hier aufgekreuzt war, den sie zu kennen schien. Sie hatte noch am gleichen Tag ihre Kündigung eingereicht und, obwohl Robby nach eigener Aussage alles getan hatte, um das Mädchen zu halten, hatte er sie danach nie wiedergesehen. Auf einem Foto von einer Überwachungskamera in Haifa identifizierte er den Besucher als Thomas Eisler, den ehemaligen Stasi-Offizier. Sie hatten ihre Verbindung zu dem Fall gefunden. Doreen Kaiser hatte das Virus über ihre Bekanntschaft zu Peter Bausch in das Kraftwerk eingeschleust. Sie hatten eine Spur, eine ziemlich heiße sogar. Als sie das Casino verließen, zog Solvay ihr Handy aus der Tasche und wählte Addys Nummer. »Eddy, verschaff dir Zugang zu den Überwachungskameras in Berlin. Wir brauchen alles, was die Polizeilichen hergeben. Für die Nicht-Öffentlichen schicke ich dir gleich eine Liste.« »Aber Frau Lang«, mischte sich Tauschig ein, »ich habe das überprüft, bevor wir hier mit der Befragung begonnen haben. Es gibt keine Kameras hier in der Gegend, nur in der U-Bahn-Station, und das wird uns ja kaum etwas...« Solvay legte die Hand über das Mikrofon und grinste ihn an. »Das vielleicht nicht. Aber ich denke, ich habe da eine Idee. Sie können schon mal anfangen, mir Fotos von der Kleidung rauszusuchen, die Sie in der Wohnung in Heilbronn sichergestellt haben. Das haben Sie doch, oder?« Der Polizeihauptmeister nickte. »Und in Ihrem Bericht standen Marken wie Burberry und Tommy Hilfiger. Halten Sie es für denkbar, dass Sie diese Klamotten von dem Gehalt hätte kaufen können, das ihr dieser Halsabschneider Robby bezahlt hat?« Tauschig schüttelte den Kopf. »Also, irgendwo wird sie die Sachen dann doch wohl gekauft haben, zwischen dem 15. September und ihrer Ankunft in Heilbronn Mitte Dezember, oder nicht? Wenn ich in kurzer Zeit viele unterschiedliche Klamotten bräuchte, was glauben Sie, wo ich suchen würde? Ich wette darauf, dass sie auch in der Gegend um den Kurfürstendamm eingekauft hat. Und dort gibt es mehr Kameras als bei Wetten, das.« Tauschig grinste. »Berlin, Deutschland, 8. Februar 2013, 16.04. Sechs Stunden später.« In einem schäbigen Hotel in Moabit hängte der Engländer seinen Kamelhaarmantel in den Schrank und schlüpfte in eine schwarze Funktionsjacke. Die Makarov, eine alte, aber dennoch nicht weniger wirkungsvolle Schusswaffe, steckte im Schulterholster das Paket mit dem Sprengstoff in einer Plastiktüte des lokalen Supermarkts, eingewickelt in silbernglänzende Frischhaltefolie mit einem Etikett von heute »Lachsfilet frisch 2,5 Kilogramm«. Er hielt nichts von Aktenkoffern oder Geigenkästen, alles konnte verdächtig wirken in der Hand eines Mannes mit Lederhandschuhen und dunkler Kleidung. Plastiktüten hingegen machten aus jedem Terroristen einen Anwohner auf dem Weg an den heimischen Herd. Eine Flasche billiger Weißwein, eine Stange Lauch und eine Packung Parboid-Reis in Kochbeuteln rundeten das Bild ab. Zufrieden betrachtete er seine Erscheinung im Spiegel des Badezimmers und verließ das Hotel durch den Seiteneingang. Er kannte die Adresse von einem früheren Besuch in Berlin, die Wohnung lag in der Nähe vom Alex. Er hoffte nur, dass der alte Mann seine Routine nicht geändert hatte. Sonst würde er warten müssen und erwartete nicht gern, ebenso wenig wie sein Auftraggeber. Die Brücke abbrennen. Sein Plan sah nicht weniger vor. Amsterdam, Niederlande, 8. Februar 2013, 16.04 Uhr, zur gleichen Zeit In der Einsatzzentrale der ECSB herrschte konzentrierte Anspannung. Alle Anwesenden spürten, dass sie auf einen entscheidenden Punkt ihrer Ermittlungen zusteuerten. Ich will noch einmal kurz eure Herleitung sehen, Eddie, bat Sir William, der in konzentrischen Kreisen durch die Schreibtisch reinlief. Erster Kontaktpunkt mit der Zielperson, das Kaufhaus Klaas und Papenburg am 21. September 2012 um 11.49 Uhr. Doreen Kaiser bezahlt an der Kasse mit einer Prepaid-Kreditkarte auf den Namen Patricia Keller. Nicht rückverfolgbar? Nein, eine amerikanische Kreditkartengesellschaft, online ausgegeben und über mehrere Ebay-Verkäufer alter Autoprospekte aufgefüllt. Die angegebene Adresse der Karte und des Ebay-Kontos lautet Woodroad, New York. Holzweg. Sehr witzig, grummelte Thater, ohne seinen Marsch zu unterbrechen. Weiter im Text. Zweiter Kontaktpunkt. Kudamm, eine Überwachungskamera der Polizei. Sie läuft in Richtung U-Bahnhof U-Land-Straße. Als nächstes haben wir sie. Okay, okay, ich weiß. Vielleicht bin ich etwas nervös, unterbrach ihn Thater. Sir? fragte eine weibliche Stimme vollkommen unvermittelt und mit dringlichem Tonfall in den Raum. Thater wandte sich der Analyst hinzu. Golfech in Frankreich meldet multiples Versagen von Kühlpumpen über die Krisen-Hotline, die wir eingerichtet haben. Notfallmaßnahmen sind eingeleitet. Verdammt! fluchte Will und blieb zum ersten Mal seit einer Stunde ruhig auf einem Fleck stehen. Sir? sagte die Frau, die den Zwischenfall gemeldet hatte. Es werden immer mehr. Wenn wir nicht bald... Ich weiß, ich weiß, murmelte Sir William. Er sah müde aus. Sie alle sahen müde aus. Aber es nützte nichts. Also weiter im Text dachte Will und stellte seine nächste Frage, als ob es die drohende Katastrophe in Südfrankreich nicht gegeben hätte. Und ihr habt sie sicher bis zu dieser Wohnung verfolgt? Lückenlos. Eddie räusperte sich. Nun ja, so lückenlos das nun mal geht. Können wir sicher sein, dass sie irgendwo jemanden zwischendrin getroffen hat? Nein. Können wir nachweisen, dass sie an diesem Tag eingekauft hat und schließlich in dem Apartmentblock am Alex verschwunden ist? Ja, definitiv, ohne jeden Zweifel. Und wir glauben zu wissen, in welcher Wohnung sich Eisler auffällt? Ja, das glauben wir. Die Berliner Polizei hat eine sehr diskrete telefonische Befragung einiger Mieter durchgeführt und dabei sind wir auf die Spur eines gewissen Cornelius Henke gestoßen, der seit mehreren Jahren gleich zwei Wohnungen in dem Apartmentblock angemietet hat, direkt übereinander. Er bezahlt die Miete in bar bei der Hausverwaltung, angeblich wegen einer Pfändungsklage seiner Ex-Frau. Die Buchhalterin hat ihn eindeutig als Thomas Eisler identifiziert. Laut Zeugenaussagen steht die Wohnung im sechsten OG doch seit Jahren leer. Er wohnt also offenbar im siebten Stock, wobei wir annehmen, dass er die zweite Wohnung als Fluchtweg ausgebaut hat, weswegen wir in jedem Fall beide zugleich stürmen sollten. Okay, das muss uns reichen, befand Thater und fügte an das virtuelle Konterfei zweier Männer auf Bildschirmen gewandt hinzu. Was meinen Sie, Herr Oberstaatsanwalt? Der Kleinere der beiden nickte über den Rand seiner Lesebrille. Sie kriegen die Papiere. Wenn ich recht informiert bin, ist das SEK-Team bereits vor Ort? fragte er an seinen Kollegen gewandt. Berlin, Deutschland, 8. Februar 2013, 16.35 Uhr, kurz darauf. Solve Lang schwitzte unter der schweren Schutzweste. Sie gehörte zu dem Team, das im siebten Stock in einer kurzfristig geräumten Nachbarwohnung Stellung bezogen hatte. Die Männer mit Sturmhauben unter Helmen mit Schallschutz und integrierten Funkgeräten drängten sich in dem engen Flur, in dem es nach gebratenem Schollenfilet und Haarwasser roch. Solve zog eine Sturmhaube über den Kopf und setzte einen Helm auf. Das vertraute Geräusch eines aktiven Sprechfunks legte sich über ihre Ohren. »Also los«, sagte Reimers, der Einsatzleiter des SEK, und drückte sich an seinen Männern vorbei durch den Flur. Solve folgte dicht hinter ihm. Er nickte einmal in die Runde und überzeugte sich leise per Funk, dass Team 6 ebenso bereit war. Dann liefen sie das kurze Stück über den Flur bis vor die Wohnungstür der Zielwohnung. Schwere Stiefel klapperten leise über den abgenutzten Steinboden des Plattenbaus. Dann traten Solve und er zur Seite. Ein Team von zwei Männern schleppte einen schweren, eisernen Rambock vor die dünne Holztür. »Los«, flüsterte Reimers ins Mikrofon, und keine Sekunde später barst das einfache Türschloss und gab den Weg frei. Die schwarzgekleideten Männer verteilten sich effizient und schnell, die Mündungen ihrer Maschinenpistolen streiften jeden Raum der kleinen Wohnung, die geschulten Augen suchten nach Bewegungen, menschlichen Bewegungen. »Raum 1 gesichert«, hörte Solve, »die Küche.« »Raum 2 gesichert«, das Wohnzimmer. Solve und Reimers standen vor der Tür zum dritten Zimmer, in dem sie ihr Ziel von Anfang an vermutet hatten, das Zimmer, das wahrscheinlich eine Fluchttür zur Wohnung darunter besaß. Sie hielt die Maschinenpistole nach oben, keine Feuerbereitschaft. Dann blickte Reimers sie fragend an. Sie nickte. Er rammte die Tür mit der Schulter ein und senkte seine Waffe in derselben Bewegung. Solve folgte, und was sie sah, ließ ihr den Atem stocken. Reimers schrie, »Hände hinter den Kopf und dann ganz langsam hinlegen!« Die Bilder fanden wie in Zeitlupe den Weg in Solveys Gehirn, das versuchte, sich einen Reim darauf zu machen. Das Adrenalin. Er lag doch schon. Reimers meinte den zweiten Mann, der in der Ecke des Raumes stand und ein Handy in der Hand hielt. »Waffe fallen lassen!« schrie Reimers. Solveys Waffe zeigte auf den Mann am Boden. Sekundärziel, sichern, Vermutung bestätigen. Sie lief über den ausgetretenen Teppichboden über rote Pfützen aus Blut. Ein Mann in einer dunklen Jacke, dunkle Hose. Zivilist. Vermeintlich. Er lag auf dem Rücken. Die Maschinenpistole im Anschlag versuchte sie, seinen Kopf mit dem Fuß umzudrehen, was viel zu leicht gelang. Ein großer Schwall Blut ergoss sich aus seiner bis auf die Halswirbelsäule aufgeschlitzten Kehle auf den Teppich. Die Knochen leuchteten weiß im Meer aus Blut. Jemand hatte ihm eine Stange Lauch tief in den Rachen geschoben. Was hatte das zu bedeuten? Was hatte der Mann hier gewollt? Solvey beschlich ein ungutes Gefühl. Keine Zeit. »Sekundärziel tot«, sagte Solvey im Tonfall eines Nachrichtensprechers. Seltsamerweise schienen ihre Worte nicht der gleichen Zeitmessung zu unterliegen wie die Bilder, die auf sie einströmten. Sie hob die Waffe und zielte auch auf den Mann in der Ecke. Älter. Alt. Ein grauhaariges Männchen in einem guten Anzug. Feine Gesichtszüge unter den Falten. Sie hatten Thomas Eisler gefunden. »Fallen lassen«, schrie Reimers erneut. Weitere Männer stürmten hinter Solvey in den Raum. »Raum eins gesichert«, begann im Sprechfunk die Aktion einen Stock tiefer. »Wenn ich das tue, gehen wir alle drauf«, sagte der ehemalige Stasi-Offizier viel ruhiger, als man hätte erwarten sollen. »Raum zwei gesichert«. Was hatte der Alte in petto? Eine Waffe? Gehen wir alle drauf? Eine Handgranate? Die Möglichkeiten ratterten über das schwarze Brett. »Scharfe Zündvorrichtung in Raum neun, wiederhole! Scharfe Zündvorrichtung in Raum neun«, quäkte es aus dem Sprechfunk, die Etage drunter. »Der Albtraum. Eine Bombe.« Sie saßen auf einer Bombe. Auf einmal erkannte Solvey die Zusammenhänge glasklar. Der Anschlag, hätte Eisler eliminieren sollen. Sein Auftraggeber räumte auf, um die Spuren zu sich selbst zu verwischen. Erst Dimitris Geschäftspartner in Moskau, dessen Familie von einem Unbekannten regelrecht abgeschlachtet worden war, wie sie mittlerweile herausgefunden hatten, jetzt die Spur nach Europa. Der alte Mann lächelte. Reimers richtete langsam den Lauf seiner Waffe nach oben. Solvey zögerte, folgte aber seinem Beispiel wenige Sekunden später. »Okay. Ganz ruhig«, verlangte Reimers. »Wissen Sie, ich bin ganz ruhig. Und wissen Sie auch, warum?« »Weil ich alt bin und Sie nicht.« »Und weil ich etwas geschafft habe, das ich mir nach der unsäglich feindlichen Übernahme durch den Klassenfeind nicht mehr hätte träumen lassen.« »Ich bitte Sie, lassen Sie uns reden«, sagte Reimers ruhig, aber Solvey erkannte in diesem Moment, dass es zu spät war. Sie wusste, sie würde sterben. »In tiefer Verbundenheit zu meiner Heimat«, sagte der alte Mann und drückte eine Taste auf dem Handy in seiner Hand. London, England, 8. Februar 2013, 16.53 Uhr, zur selben Zeit. In der Schreibtischschublade klingelte eins der Prepaid-Handys, deren Nummern jeweils nur ein einzelner Mann kannte. Er drehte den Schlüssel der Schublade im Schloss und nach dem fünften Klingeln drückte er die Taste, um das Gespräch des Algeriers anzunehmen. Es gab keinen Grund, sich gegenseitig vorzustellen und einige, die dagegen sprachen, Höflichkeiten auszutauschen. Das Paket wurde von ihrem Bote nicht wie geplant ausgeliefert. Der Empfänger hat die Annahme unter Androhung von Gewalt verweigert, und wir können auch künftig nicht liefern, da er leider mittlerweile verschieden ist. Die Behörden sind bereits informiert, allerdings weiß ich nicht genau, welche zuständig ist. Das Biest betrachtete die Flammen im Kamin, sah zu, wie sie das Ende eines dünnen Holzscheids erst zum Glühen brachten, um es dann zu verzehren und schließlich zu verglimmen. Er wußte jetzt, dass die Zielperson und sein Attentäter ums Leben gekommen waren. Der Engländer hätte sich niemals durch Androhung von Gewalt einschüchtern lassen. Zäher alter Stasi-Bastard. Und der Algerier hatte mehrere Parteien ausgemacht, die den Vorfall untersuchten? Was zunächst nichts Ungewöhnliches wäre, sollte die Bombe tatsächlich explodiert sein. Dennoch hörte es sich für seinen Geschmack etwas zu geheimnisvoll an. Waren sie ihm doch näher gekommen, als er es jemals für möglich gehalten hätte? Dann brauchte er vor allem eines, mehr Informationen. Das ist überaus bedauerlich. Die Lieferung war mir und ihm sehr wichtig. Wäre es ihnen eventuell möglich, die nächsten Verwandten zu identifizieren? Und auch, welche Behörde für unsere Lieferung zuständig ist? Der Algerier, sein letztes Ass im Ärmel, würde jetzt höchstpersönlich besorgen müssen, was der Engländer verbockt hatte. Sie mussten es schaffen, die glimmende Lunte, die langsam in ihre Richtung abbrannte, zu kappen. Das wäre möglich, Sir. Die gesamte Gruppe um Eisler war getötet worden. Außer den Teams, die für die Explosionen verantwortlich waren, aber die kannten seine Identität nicht. Es sei denn, Eisler hatte noch eine Rückversicherung. Irgendjemanden, der Bescheid wusste und im Fall seines unerwarteten Ablebens auf den Plan trat. Einen Anwalt oder einen Kumpanen aus alten Zeiten. Ansonsten gab es nur noch einen Mann, der ihn identifizieren konnte. Und lebendig begraben kam dessen Schicksal noch am nächsten. Sie würden diese Verbindung niemals finden, und selbst wenn, wäre er einer der Ersten, der davon erführe. Nein, es war alles unter Kontrolle. Halten Sie sich bitte zunächst an seine Verwandten und die zuständige Behörde, und dann beratschlagen wir erneut, was zu tun ist. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und einen erfolgreichen Aufenthalt in Berlin, sagte das Biest und legte das Telefon zurück in die Schublade. Die verklausulierte Sprache ging ihm auf die Nerven. Nach einem kurzen Zögern nahm er den zweiten Apparat, ein identisches Telefon mit einer blauen statt einer roten Markierung, erwog es in der Hand, als würde er sich an etwas erinnern. Dann warf er das Handy in die Flammen des Kamins. In dem beißenden, rauchverbrennenden Plastiks fragte sich das Biest, ob er dem Algerier vertrauen konnte, ob er ihm seine Zukunft anvertrauen konnte. Ja, dachte er. Der Algerier mordete nicht nur um des Auftrags willen. Das Biest wusste, dass es ihm gefiel, wenn seine Opfer in seinen Händen mit einem letzten Atemzug ihr Leben aushauchten. Er war der Einzige, der war wie er. Bestialisch. Auf einmal fühlte sich das Biest wieder sehr sicher. Berlin, Deutschland, 8. Februar 2013, 16.54 Uhr, zur selben Zeit. Der massige Körper, der auf ihr lag, drückte die letzte Luft aus ihren Lungen, die Nylonnähte über den Aramidplatten seines Brustpanzers schnitten ihr ins Gesicht, ihre Ohren pfiffen nach der heftigen Explosion trotz des Helmes. Aber sie lebte. Verzweifelt versuchte sie, den Mann, der ihr das Leben gerettet hatte, von sich herunterzuschieben. Einsatzleiter Reimers hatte sich in letzter Sekunde über sie geworfen und sie so vor den Splittern bewahrt. Ächzend rollte sie ihn auf die Seite und setzte sich auf. Sie hustete und bekam einen noch heftigeren Anfall, als sie dabei noch mehr von dem beißenden Staub einatmete. In ihrem Kopfhörer wurden Anweisungen gebellt, und sie hörte noch etwas anderes. Eine ihr wohlvertraute Stimme drang langsam zu ihr durch, weiter weg. Von hinten hörte sie die Schritte des SEK-Teams, das anrückte, um sie zu retten. Noch wie in Trance betrachtete sie ihren Retter. In seinem Hals steckte ein Stück der Tischplatte. Die verkleisterten Holzteile waren in große Stücke geborsten, darüber überall Blut. Viel Blut. Benommen tastete sie nach seinem Puls, als sie von hinten unter den Armen gepackt und weggezogen wurde. Sie beobachtete, wie ihre Füße über den harten Teppichboden schleiften. Zwei weitere Männer beugten sich über ihren Vorgesetzten. »Slang! Alles in Ordnung!« drang es jetzt etwas deutlicher an ihr Ohr. »Will!« »Natürlich!« »Die Brille!« »Ihre Verbindung zur ECSB!« Der Mann legte sie im Wohnzimmer ab. Sie stand auf, wackelig auf den Beinen. Er legte ihr die Hand auf die Schulter und fragte durch seine Sturmhaube, ob alles in Ordnung sei. Hätte sie Gefühle zugelassen in diesem Moment, hätte sich das Blatt gewendet. Aber jetzt musste sie so funktionieren, wie es die ECSB von ihr erwartete. Solve rief ein Programm auf ihrem Telefon auf. Es nutzte die Kamerafunktion ihrer Brille und legte ein digitales Schachbrett aus grünen Linien darüber. So wurde der Raum in kleine, einzelne Quadrate unterteilt, sodass sie etwaige Beweise später einem genauen Fundort zuordnen konnten. Gleichzeitig zeichnete die Kamera jede ihrer Bewegungen in hochauflösendem HD-Format auf, das auf Servern bei der ECSB gespeichert wurde. So wurde sichergestellt, dass sie eine Erstbegehung vornehmen konnte, bei der jede noch so kleine Veränderung dokumentiert würde, falls ihr ein Fehler unterlief. Zwischen den von der Explosion übrig gebliebenen Körperresten entdeckte sie plötzlich etwas, das aussah wie ein kleines Plastikei in einem blauen, am offenen Ende verknoteten Kondom. In Zeitlupe griff sie nach dem in ein Kondom eingeschlagenen Objekt und fragte sich, was wohl so wichtig gewesen sein konnte, dass sich Thomas Eisler ein sicherlich zwei Zentimeter dickes Plastikei durch die Speiseröhre gezwängt hatte. Amsterdam, Niederlande, 8. Februar 2013, 18.22 Uhr, anderthalb Stunden später. Dimitri Bodonin saß in einem Büro der ECSB, jener geheimnisumwitterten Organisation, die seine Flucht aus Russland organisiert hatte. Ihm gegenüber, der seltsamste Programmierer, den er je getroffen hatte, ein leicht dicklicher Spanier, der fortwährend fluchte und zudem im Rollstuhl saß. Seit einigen Stunden versuchten sie, den Code, den ein Mitarbeiter der ECSB aus dem havarierten Kraftwerk in Deutschland geborgen hatte, zu reverse-engineern, was bedeutete, dass das ausführbare Programm in den Original-Quellcode zurückverwandelt wurde. Dass Dimitri den Original-Code geschrieben hatte, half ihnen dabei nur wenig, denn er hatte eine halbe Megabyte große Datei an einigen entscheidenden Punkten modifiziert, aber auch vieles vom Original-Stuxnet übernommen. Das Telefon klingelte. »Slang? Was gibt's?«, fragte Eddie. »Wir wissen jetzt, wozu der Schlüssel aus dem Ei passt, den wir in Eislers Magen gefunden haben. Er gehört zu einem Schließfach beim Bankhaus Löbbege in der französischen Straße. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Drück mir die Daumen, dass der Stasi-Mann dem Ruf seiner ehemaligen Behörde gerecht wird.« Dann legte sie auf. Eddie wandte sich wieder seinem Computer zu und sagte »Hola, Amigo.« Er brauchte es für Dimitri nicht zu übersetzen. Sie mussten weitermachen für den Fall, dass diese Solvay Lang keinen Erfolg mit dem Schließfach hatte. Dimitri hatte ohne den Quellcode jedoch wenig Hoffnung. Sie würden Wochen brauchen, um ihn wieder herzustellen. Und inzwischen zeigten die Nachrichtensender Bilder von der Kraftwerkshavarie in Südfrankreich, auf denen die Menschen von Männern in weißen Anzügen und mit Atemschutzmasken aus ihren Häusern geführt wurden. Es war gespenstisch. Und kein Ende in Sicht. Zwanzig Minuten später betrat Agent Solvay Lang die Schalterhalle des Bankhauses Löbbege. Und keine Minute später stand sie vor dem Schließfach mit der Nummer 1285 und zog die lange, glänzende Metallkassette aus dem Schacht. Dann trat sie hinter einen blauen Vorhang und streifte sich die Gummihandschuhe über. Sie ging zwar nicht davon aus, dass hier kriminaltechnisch etwas zu holen wäre, aber man konnte nie sicher sein. Stück für Stück breitete sie den Inhalt des Schließfachs auf dem Tisch aus und begann jedes Objekt abzufotografieren. Jede Menge Pässe und Bargeld. Offenbar war Eisler trotz seiner Strafverfolgung in Deutschland in den letzten Jahren weit gereist. Im Grunde ein Wunder, dass er nicht gefasst worden war. Solvay wurde noch einmal mehr deutlich, auf welchem Niveau ihre Gegner spielten. Das Wichtigste war ein Datenträger. Hatte Eisler eine Kopie des Virus behalten? Sie kramte bis auf den Boden der Schublade, als ihre Fingerkuppen plötzlich ein rundes Plastikteil ertasteten. War's das? Sie schnitt sich an den Kanten des Papiers, als sie es herauszog. Und tatsächlich hielt sie einen USB-Stick in der Hand. Nichts Besonderes, ein Standardmodell, wie er in jedem Elektronikmarkt für ein paar Euro verkauft wurde. Sie klappte ihren Laptop auf. Jetzt galt es herauszufinden, ob der Stick das kompilierte Virus oder den Quellcode enthielt. Entweder würde sie den Rechner verschrotten müssen oder sie konnte Eddie das liefern, worauf er so dringend wartete. Sie trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte, während der Rechner hochfuhr. Dann lockte sie sich ein und ließ das Betriebssystem alle Dateien laden. Hielt sie das Ende der europäischen Atomkatastrophe in der Hand? Sie atmete ein, bevor sie den Stick in den Rechner steckte. Es passierte nichts. Sie klickte auf das Symbol für eine Videokonferenz mit Eddie in Amsterdam. Eddie? Wie erkenne ich, ob es der Quellcode ist? Warte mal kurz, bat der Kollege und gestikulierte an seinem Schreibtisch, vermutlich wegen Dimitri. Er hatte ihr schon gestanden, dass er dem Russen ihren Schreibtisch überlassen hatte, um ihn besser im Auge behalten zu können. Nur einen Moment später tauchte er hinter Eddies Konterfeier auf. Nicht schwer, erklärte Dimitri. Klicken Sie mal auf das Symbol mit dem Stick, so als ob Sie eine Datei davon aufrufen wollten. Solve tat wie geheißen. Wir werden gleich sehen, ob es der Quellcode ist. Wenn nicht, dann sehen Sie nichts oder einen Film oder eine Bilddatei. Das Fenster öffnete sich mit einer schicken Animation. Es sah aus wie ein Ordner. QTIE-BLD-55.32.9 Eddie und der Russe jubelten. Du hast sie gefunden, Slang! Das ist, was wir brauchen! Schieb das sofort auf unseren Server hier! Jetzt haben wir endlich eine Chance! Und was, wenn das Virus noch irgendwie aktiv ist? Eddie grinste in die Kamera und legte einen Arm um Dimitris Schultern. Für den Fall hat unser neuer Freund hier eine kleine Spezial-Firewall angelegt. Kein Problem also. Solve schob den Ordner per SFTP auf den Server der ECSB und legte auf. Die Datenübertragung über ihr Mobiltelefon verlief gähnend langsam. Vermutlich lag das an den dicken Wänden des Tresorraums. Nur mühsam kam der Fortschrittsbalken voran, erschleppte sich wie ein untrainierter Läufer beim Marathon über die Strecke. Sie widmete sich wieder den Dokumenten aus dem Schließfach. Vielleicht hatte Eisler ja noch etwas Interessantes hier versteckt. Zum Beispiel weitere Namen. Interessant war die Kopie eines karierten Schmierzettels, auf dem Eisler sämtliche Beteiligte aufgelistet und die Beziehungen untereinander mit Pfeilen markiert hatte. Dazu mehrere Jahreszahlen, die bis ins Jahr 1992 zurückreichten. Ganz oben auf dem Zettel stand ein großes Fragezeichen und darunter das Biest. Rechts daneben war ein Pfeil zu einem weiteren Namen, Davidov. Und ein dreimal umkringeltes Fragezeichen daneben mit dem Hinweis 1992. Solve wählte Wills Nummer, der von ihnen allen die besten Verbindungen zu den alten Seilschaften des ehemaligen Ostblocks hatte. Will, wir haben eine Spur. Einen Decknamen des Auftraggebers und einen Hinweis auf eine Kontaktperson namens Davidov. Wir müssen rausfinden, wer das ist. Amsterdam, Niederlande. 9. Februar 2013, 6.54 Uhr. Am nächsten Morgen. In der Zentrale arbeiteten Eddie und Dimitri fieberhaft daran, eine Routine zu entwerfen, mit der das Virus sicher entfernt werden konnte. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, denn es waren mehr Kraftwerke mit Dimitris Stuxnet-Variante infiziert als bisher angenommen. Bei insgesamt 22 Kraftwerken hatten sie das Virus nachweisen können und zumindest teilweise waren sie auch über die Wartungsteams externer Dienstleister weiter verbreitet worden. Nach atemlosen Stunden höchster Konzentration verstummten schließlich die Tastenanschläge an Dimitris Computer und erstarrte bleich auf das Display. Er keuchte auf, als bekäme er nach langer Zeit zum ersten Mal wieder Luft. Wie der französische Staatspräsident und die deutsche Bundeskanzlerin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Mittag feststellten, handelt es sich bei den Störfällen in den Atomkraftwerken Neckar-Westheim, Forsberg und Golfesch um terroristische Anschläge auf die Energieinfrastruktur Europas. Solvay bat den Taxifahrer, das Radio lauter zu stellen. Am liebsten hätte sie ihn auch noch gebeten, den Vanilleduftbaum abzuhängen, aber sie wollte nicht unhöflich sein und öffnete stattdessen ihr Fenster. Sie presste die Nase so dicht wie möglich vor den dünnen Spalt. Alle atomtechnischen Anlagen wurden mittlerweile einer eingehenden Prüfung unterzogen und die Gefahr eines weiteren Störfalls wurde beseitigt. Der Bevölkerung sagten die Bundeskanzlerin und der Präsident ihre Solidarität und Unterstützung zu und versprachen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um dieses beispiellose Verbrechen, das über 89 Europäer das Leben gekostet hat, aufzuklären. Als sie die Zentrale der ECSB betrat, verspürte Solvay eine gewisse Euphorie, über der jedoch nach wie vor ein dumpfer Teppich der Anspannung lag. Alle Plätze des Großraumbüros mit den Analysten waren besetzt und erinnerten sie daran, dass die Krise noch nicht ausgestanden war, als ob sie das gebraucht hätte. Noch bevor sie ihr Büro erreichte, fing Will Thater sie auf dem Gang ab und zitierte sie zu sich. Er stand hinter seinem Schreibtisch, der keinen Zentimeter größer war als ihrer, aber dafür einen Zwillingsbruder in der anderen Ecke des Raumes besaß, der als Konferenztisch diente. Solvay lehnte sich im Stehen an den Rücken eines Stuhls und blickte ihrem Chef in die Augen. Er hatte ganz offensichtlich seit langem keine Nacht mehr durchgeschlafen und die Anstrengungen der letzten Wochen standen ihm mit tiefblauen Augenringen ins Gesicht geschrieben. Sir William war müde und sehnte sich wahrscheinlich nach seinem Rasen, seinem Boot und seiner Frau. Vermutlich in dieser Reihenfolge ätzte Solvay innerlich, weil sie die blasierte Britin nicht leiden konnte. »Willkommen zurück, Solvay.« »Das war gute Arbeit in Berlin. Vor allem die Auswahl dieses Tauschek. Das hat mir wieder einmal gezeigt, was wir an dir haben.« »Danke, Will. Aber du weißt, wie immer war das vor allem Team?« »Ich weiß, ich weiß«, winkte Theta ab. Dann wanderte ein leises Lächeln von einem Mundwinkel zum anderen. »Und nun?«, fragte er. »Finden wir den Scheißkerl, der uns das eingebrockt hat? Bring ihn zur Strecke und gehen dann einen trinken. Oder etwa nicht?«, fragte Solvay lakonisch. Republik Karelien, Russland, Segescher. 12. Februar 2013, 6.08 Uhr. Drei Tage später. »Verdammtes Déjà-vu!«, fluchte Marcel, als Solvay wieder einmal in hohem Tempo einem Schlagloch auf der ramponierten Straße auswich. »Wenn du dich weiter so unqualifiziert beschwerst, dann setze ich dich hier raus und du kannst zusehen, wie du allein zurückfindest. Oder wolltest du einfach noch mal darüber reden, welche Sensation du hier auf dem Silbertablett serviert bekommst?« »Ist ja schon gut, ich beschwere mich gar nicht«, seufzte Marcel. Die Stadt Segescher, an dessen Umland das Straflager Nummer sieben lag, war an Trostlosigkeit kaum zu überbieten. Etwas über 20.000 Menschen fristeten hier ihr Dasein in Freiheit, einige tausend mehr im Knast. Genau der richtige Ort, um einen der wichtigsten politischen Gefangenen des Riesenreichs wegzuschließen. Natürlich hatte Solvay recht. Er konnte sein Glück kaum fassen, dass der einzige Weg überhaupt, mit dem Gefangenen reden zu dürfen, eine Tarnung als Journalisten war. Das Dossier über den Mann, den sie in einem der entlegensten russischen Strafgefangenenlager treffen sollten, hatte es in sich. Mikhail Borisovich Davidov hatte eine der ersten privaten Banken Russlands gegründet und schließlich die Kontrolle über ein Ölimperium übernommen. Bis 1994 war er einer der reichsten Männer des Landes gewesen, noch vor den heutigen Spitzenreitern, die die ganze Welt als Oligarchen kennt. Doch je mächtiger Davidov wurde, desto argwöhnischer wurden die Autoritäten. Niemand hatte je herausfinden können, wer seine ursprünglichen Förderer gewesen waren, aber es musste sie gegeben haben, und zwar in äußerst einflussreichen Positionen. Der jetzige Präsident jedoch verzieh ihm seine politischen Ratschläge nicht und ebenso wenig, dass er zwei amerikanischen Öl-Multis einen Teil der russischen Förderkapazitäten verkaufen wollte, sowie seine finanzielle Unterstützung für andere Parteien. Davidov wollte sich nicht beugen und auch nicht wie viele in Ungnade gefallene Firmenlenker das Land verlassen. Im Oktober 2003 wurde er verhaftet und in einem spektakulären Prozess zunächst zu acht Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe. Seine Firma wurde zerschlagen, den größten Teil verleibte sich über eine Scheinfirma der Staatskonzern wieder ein. Laut Solvey war Davidov ihre einzige mögliche Spur zu dem Drahtzieher des beispiellosen Anschlags auf die Kernkraftwerke. Angeblich kannte er die Identität des Mannes, der als »das Biest« bekannt war. Marcel bekam seine Story, Solvey den Namen, das war die Abmachung. Keine halbe Stunde später und nach einer ausführlichen Leibesvisitation, die auch an Solvey von einem Mann und nicht eben sanft vorgenommen wurde, standen sie ihrem Mann gegenüber. Er wirkte müde. Marcel ärgerte sich, dass er die Kamera abgegeben hatte, als er plötzlich bemerkte, wie der Blick des Russen ins Leere glitt, hinter sie, durch sie hindurch. Offenbar war die Gefangenschaft doch nicht ganz spurlos an ihm vorübergegangen. »Herr Davidov«, fragte Marcel. »Mein Name ist Marcel Esual und ich arbeite für den Leco Diplomatique. Das ist meine Kollegin Solvey Lang. Wir hatten gehofft, dass sie uns ein paar Fragen beantworten könnten.« Sein Blick kehrte zurück. »Natürlich, oder sehen Sie etwas, was ich lieber täte?« Er lächelte. Marcel bemerkte, wie Solvey unruhig wurde und ständig die Wachen im Auge behielt. »Herr Davidov, ich will Ihnen reinen Wein einschenken. Ich arbeite nicht für eine Zeitung.« Davidovs Blick hatte etwas Intensives, dem man sich kaum entziehen konnte, aber Solvey hielt dagegen. Er hob eine Augenbraue, bevor er antwortete. »Das habe ich mir fast gedacht.« »Sind Sie gekommen, um mich zu befreien?« Solvys Mimik blieb ausdruckslos, aber in ihren Augen lag eine Antwort, die erst jenseits ihrer Worte ihre ganze Bedeutung entfaltete. »Nein, Herr Davidov, aber wenn Sie mich darum bitten, werde ich mich möglicherweise dafür einsetzen können.« Der Russe lachte. »Das haben schon ganz andere versucht. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich wusste, dass ich ins Gefängnis gehe, wenn ich Russland nicht verlasse.« Solvey nickte. »Ich las, dass Sie regelmäßig die Tagespresse verfolgen.« »Seit Sie mich hierher verlegt haben, muss ich jeden Tag vierhundert Tischbeine drechseln. Aber ja, das Wichtigste lese ich immer noch.« »Das heißt, Sie sind über die Vorfälle in Westeuropa informiert.« »Sie meinen die Störfälle in den Atomkraftwerken?« »Natürlich.« »Verzeihen Sie meine geschmacklose Wortwahl, aber für Russland ist es ökonomisch gesehen das Beste, was überhaupt passieren konnte. Der Gaspreis explodiert, und dazu exportieren wir demnächst noch als einzige günstigen Atomstrom.« Solvey schwieg und starrte ihn an. Das Plexiglas und seine Brille spiegelten jeweils einen anderen Teil der Deckenbeleuchtung, als er erkannte, was ihr Schweigen zu bedeuten hatte. »Sie vermuten...« Er brauchte die Frage nicht auszusprechen. Solvey starrte weiterhin geradeaus. Er sog die Luft durch die Lippen. »Wir haben einen Hinweis, dass Sie die Identität des Mannes kennen könnten, der hinter den Anschlägen steckt. Ich vermute aus den turbulenten neunziger Jahren. Man munkelt, dass Sie einer von Jelzins Vertrauten gewesen sind. Der Mann, der hinter den Anschlägen steckt, ebenso. Zu jener Zeit war er unter einem Decknamen bekannt, den angeblich niemand mehr kennt, der heute noch lebt.« In einem Moment der Vorahnung weiteten sich David aufs Pupillen, und er rückte leicht auf seinem Stuhl zurück, als würde ihn die Erinnerung auch heute noch in Panik versetzen. »Es ist wieder da,« flüsterte er. »Das Biest.« Amsterdam, Niederlande, 14. Februar 2013, 17.44 Uhr, zwei Tage später. Auf dem Flughafen Schiphol saß Holvey auf die Uhr. Es war kurz vor fünf, und wenn sie es rechtzeitig zur Lagebesprechung in die Zentrale schaffen wollte, hatte sie nicht mehr viel Spielraum. Eilig machte sie sich auf den Weg Richtung Taxistand, und ein furchtloser Fahrer schaffte es tatsächlich, sie nur fünf Minuten zu spät vor der Zentrale abzusetzen. Sie war gespannt, was die Kollegen während ihres Rückflugs herausgefunden hatten. Davidov hatte ihnen nicht viel mehr als einen Geburtsnamen und einige frühe Unternehmensbeteiligungen liefern können. Immerhin. Sie nickte in die Runde und setzte sich. Geboren wurde er als Stanislav Nikolaevich Mokaev am 07.08. 1968 in Voronezh. Seine Eltern waren russische Diplomaten in Washington, wo er die russische Schule besuchte. Er kehrte wohl als Anfang 20-Jähriger nach Russland zurück, nachdem sein Vater ins Außenministerium versetzt worden war. Für die nächsten zwei Jahre verliert sich seine Spur. 1990 schrieb er sich an der Wharton School der University of Pennsylvania im Bereich Wirtschaft ein. Vier Jahre später schloss er sein Studium in internationalen Beziehungen und Wirtschaft als Drittbester seines Jahrgangs ab, und aus dieser Zeit stammt das erste Foto, das wir von ihm auftreiben konnten. Auf dem Bildschirm erschien das Porträt eines jungen Mannes, aufgenommen vor einer blau-weißen Fototapete, augenscheinlich im Studio. Er hatte blonde Haare, links gescheitelt, Oberlippenbart. Nicht sehr aussagekräftig, vor allem heute nicht mehr. Nach seinem Abschluss ging er zurück nach Russland und brach jeden Kontakt zu seinen Kommilitonen ab. Das nächste Foto zeigt ihn im Beraterstab von Boris Jelzin bei einem Wirtschaftsgipfel in der letzten Reihe. Auf dem Bild war der Kopf einer Person rot eingekreist. Er blickte zur Seite und trotz des Anzugs und der neuen Frisur war Mokaev noch deutlich zu erkennen. Wir vermuten, dass er in dieser Zeit enge Kontakte zu Jelzin selbst oder zu einigen seiner einflussreichsten Wirtschaftsberater knüpfte. Wir wissen, dass er eine Tankstellenkette besaß und sie kurz nach seiner Heirat mit Alexandra Grigoryevna Astachowa an einen anderen Oligarchen verkaufte. Das war 1995. Und dann gibt es da noch einen ungeklärten Fall aus jener Zeit, der mit Mokaev in Verbindung steht. Seine Frau verschwand im Jahr 1997 auf mysteriöse Weise. Laut seiner Zeugenaussage verließ sie die gemeinsame Wohnung in der Stadtmitte, um einkaufen zu gehen, und kam nicht mehr zurück. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, sie habe einen Liebhaber gehabt, und das Biest hätte sie eigenhändig zerstückelt und im Garten ihrer Datscher vergraben, daher rührt wohl sein Spitzname, obwohl es mir schwerfällt, ihn als solchen zu bezeichnen. »Hat die Polizei den Garten untersucht?« fragte Will Thater. »Nein«, antwortete die Analystin Irina. »Was für Zeiten«, pfiff Solvy durch die Zähne. »Im Jahr 1998 verliert sich seine Spur vollständig.« »Und was ist mit dem anderen Foto?« fragte Eddie. »Was für ein Foto?« »Das ist nicht bestätigt, und wir sind uns nicht einig. Die Gesichtserkennungssoftware bestätigt 52 Prozent, also viel zu wenig Merkmale für eine Übereinstimmung.« »Ich will es sehen«, entschied Will. »Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um mit etwas hinter dem Berg zu halten.« Auf dem Monitor erschien eine Außenaufnahme auf einer Terrasse des Kreml. Irina vergrößerte einen Bildausschnitt. Die groben Körner ergaben das Vageprofil eines Mannes in einer größeren Gruppe, die sich angeregt zu unterhalten schien. Die Aufnahme entstand am 17. Juni 2011. An diesem Abend gab der russische Präsident ein Gala-Dinner für enge Vertraute. Die meisten der Oligarchen und auch viele Strippenzieher der ersten Stunde waren anwesend. Und fragen Sie bitte nicht, wo wir das Bild herhaben. »Bei der Auflösung brauche ich nicht lange zu rätseln«, dachte Solvy. »Es kommen sowieso nur die Amerikaner in Frage. Niemandem sonst hätte sie zugetraut, so dreist zu sein.« »Und die Übereinstimmung liegt nur bei 52 Prozent?« Will Theiter beugte sich auf seinem Stuhl nach vorne. »Das kann ich fast nicht glauben.« »Also, wir sind der Meinung, dass die Beleuchtung und der ungünstige Winkel«, setzte Irina an. »Er ist es, Irina. Manchmal geht es auch nicht nur um Daten, sondern um das große Ganze. Das scheint ihr hinter euren Bildschirmen manchmal zu vergessen«, dozierte Will. »Wie kannst du dir da so sicher sein?«, fragte Solvy, für die der Mann auf dem Bild nicht gerade große Ähnlichkeit mit den alten Aufnahmen von Mokeev hatte. »Um genau zu sein, keine, bis auf die Haarfarbe und die Kinnpartie.« »Bauchgefühl, Slang.« »Und es täuscht mich nur äußerst selten«, antwortete ihr Chef. »Du hast gesagt, ihr vermutet, er lebt im Ausland?« »Dann will ich, dass ihr aus diesem unscharfen Etwas da an der Wand ein ordentliches 3D-Bild zaubert, und dann jagt er es durch alle Datenbanken. Wir kriegen das Biest.« Amsterdam, Niederlande, 18. Februar 2013, 9.36 Uhr. Vier Tage später. Der Mann auf der Bank an der Gracht kratzte sich am Kinn, als die attraktive Brünette das schmale Stadthaus verließ und sich in voller Businessmontur auf ihr Rennrad schwang. Der Algerier beobachtete die Frau seit knapp fünf Tagen, und er war sich nahezu sicher, dass sie zu dem Bürogebäude im Amstel-Businesspark fahren würde, wie am Donnerstag nach ihrer Ankunft in Schrepol, am Freitag und sogar am Samstag. Zehn Minuten später stellte er befriedigt fest, dass ihre Wohnungstür keine Alarmanlage besaß. Als er in dem schmalen Flur stand, hielt er kurz inne und lauschte. Kein Alarm. Eine sehr unvorsichtige, hübsche Frau. Er wandte sich nach links und betrat das Wohnzimmer. Mit dem Computer konnte er nichts anfangen, der war mit Sicherheit passwortgeschützt, und er machte sich keine Illusionen über seine Chancen, ihn zu knacken. Stattdessen zog er ein paar Latexhandschuhe über und begann, alles zu durchsuchen. Als er die Küchenschubladen durchsuchte, fand er den nächsten Hinweis zwischen etlichen vollgekritzelten Zetteln und einem Meterstab, einen abgelaufenen und entwerteten Reisepass, ausgestellt auf Solve Lang, deutsche Staatsbürgerin. Es würde ihm gefallen, sie zu töten, sollte sich sein Auftraggeber dazu entschließen. Der Algerier lächelte, als er eine Nummer in London wählte. Amsterdam, Niederlande, 19. Februar 2013, 15.56 Uhr, einen Tag später. Dominique Lagrand klopfte an die offenstehende Bürotür von Will Theiter. Der Chef der ECSB stand hinter seinem Schreibtisch und telefonierte, winkte ihn jedoch herein und bedeutete ihm, die Tür zu schließen. »Nein, bisher noch keine weitere Spur. Ja, selbstverständlich nutzen wir alle Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, aber bisher noch nichts.« Dominique hangelte sich auf seinen Krücken zum Besprechungstisch. Will legte auf. »Also, Dominique, was gibt es?« »Ich habe ein paar statistikbasierte Recherchen angestellt und auch einige unserer Fotos dazu verwendet.« »Und,« fragte Will. »Das Biest ist in London,« antwortete Dominique. London, England. 1. März 2013, 17.55 Uhr, zehn Tage später. Solvay trat am Flughafen Heathrow ins helle Licht. Sie setzte die Sonnenbrille auf und hielt nach dem angekündigten Kontaktmann von New Scotland Yard Ausschau, als ein schwarzer Lexus mit quietschenden Reifen neben ihr am Bordstein hielt. Die Fahrradtür öffnete sich, und Solvay betrachtete den Mann, der ausstieg, argwöhnisch. Er kam direkt auf sie zu und begrüßte sie mit rotem Kopf. »Sie werden wohl Solvay lang sein, oder täusche ich mich?« Der Mann, den Solvay niemals als Wayne Sherwood erkannt hätte, schwitzte. Sie gab ihm die Hand. »Detective-Inspektor Sherwood nehme ich an?« »Sherwood, wie der Forrest«, sagte er ohne den Hauch eines Schenkelklopfers und hielt ihr den Schlag auf. Solvay stieg ein, er schmiss die Tür hinter ihr ins Schloss. »Sie jagen also ein Phantom? Ausgerechnet in meinem Kiez?«, fragte Wayne. »Gewissermaßen«, antwortete sie. »Wir wissen, dass er Russe ist und vermutlich einen amerikanischen Akzent hat. Allerdings kennen wir seine momentane Identität nicht, keine Adresse, weder Firma noch privat.« »Na ja«, antwortete der Mann, den Solvay eher bei der Sitte in den frühen achtziger Jahren eingeordnet hätte, als ausgerechnet in einem der profiliertesten Viertel der Stadt. »Das dürfte nicht ganz einfach werden.« Solvay hob eine Augenbraue. »Wir nennen die Wharf auch Londongrad, wissen Sie? Mehr Russen als in einem verdammten Gulag.« Er lachte über seinen eigenen Witz und Solvay revidierte ihre Einschätzung über seinen Schenkelklopferpotenzial. »Einer von den neureichen Schnöseln?« Solvay nickte. »Einer aus der ganz frühen ersten Garde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, aus der Yeltsin-Ära. Geld wie Heu.« »Ja, auch das wird uns hier kaum helfen. Geld haben die Russen in der Wharf alle. Obwohl, wer weiß.« »Wie meinen Sie das?«, fragte Solvay neugierig. »Warten Sie es ab. Wir sind gleich da.« Zwanzig Minuten später erreichten sie den zweiten Finanzplatz Londons, von dem Solvay mittlerweile wusste, dass er ein Retortenkind der neunziger Jahre war. Ehemals ein geschäftiger Hafen, dessen Importe hauptsächlich von den Kanaren gekommen waren, daher der Name. Und heute? Eine der reichsten Gegenden der Stadt, in der nach und nach die höchsten Gebäude Londons entstanden. Wayne parkte den Wagen und sie stiegen aus. »Zeigen Sie mir noch mal das Foto, das Sie von der Überwachungskamera haben.« Solvay reichte ihm ihr Telefon. »Das ist am Cabot Square. Gleich hier die Straße runter.« Er gab ihr das Telefon zurück und schlug einen schnellen Schritt an. Er deutete auf einen Mast mit Kameras. »Sehen Sie, hier wurde die Aufnahme gemacht,« verkündete er triumphierend. »Natürlich,« sagte Solvay, als ob sie nicht selbst hätte rausfinden können, welche Kamera die Aufnahme gemacht hatte. »Die Frage ist, wie wir jetzt weitermachen. Ich würde vorschlagen, wir besorgen uns die Bänder von allen umliegenden Liegenschaftsverwaltern. Irgendwo muss er ja noch einmal in eine Kamera gelaufen sein. Bei den ganzen Banken hier gibt's doch sicher eine Überwachung wie vor Fornox, oder nicht?« »Ist natürlich eine Möglichkeit,« murmelte Sherwood und strich sich über die immer noch unnatürlich roten Lippen. »Andererseits...« Solvay horchte auf. »Na, da bin ich aber gespannt.« »Denke ich. Es ist besser, wir halten uns an Pete.« »Wer ist Pete?«, fragte Solvay. »Pete ist der Typ, der bei Starbucks die Tassen wegräumt. Er kennt fast jeden hier vom Sehen, auch die ganz Reichen.« Solvay ahnte, warum Wayne von ihrem Vorschlag, die Aufzeichnungen der Kameras zu besorgen, nicht angetan gewesen war. Er ging vermutlich davon aus, dass er das Biest mit seinen persönlichen Kontakten genauso schnell finden würde. Und vor allem weniger auffällig. Eine Anfrage nach den Bändern würde den wichtigen Mietern vermutlich mitgeteilt, selbst wenn sie versuchen würden, das zu verbieten. Langsam war sie froh, den spießigen Polizisten dabei zu haben. Sie wüsste nur zu gern, was ihm widerfahren war, das auf der Karriereleiter beim Detective-Inspektor für ihn Schluss gewesen war. Sie beschloss, ihn das jetzt besser nicht zu fragen. »Sie glauben, wir finden ihn schneller, indem wir bei Starbucks nachfragen?« »Natürlich nicht, oder zumindest nicht nur bei Starbucks. Aber jeder braucht mal ab und zu etwas zu essen und eine Toilette. Sogar ein Oligarch. Und was glauben Sie, wie viele von den Russen sich alles nach Hause liefern lassen? Keine Ahnung. Russen, insbesondere Oligarchen, verlassen nicht unbedingt gerne ihr Penthouse, schon gar nicht, um zu essen oder um auf die Toilette zu gehen. Das muss was Kulturelles sein. Und seit Litvinenko gehen sie sogar fast gar nicht mehr vor die Tür. Ich wette, wenn wir die zehn exklusivsten Restaurants hier in der Gegend abklappern, die einen Lieferservice anbieten, haben Sie einen Namen. Solve zuckte mit den Achseln. Er war der Experte. Und wenn er davon überzeugt war, dann bitte. »Ich glaube auf einmal, dass es unsere Ermittlungen dringend erfordern, eine Hummersuppe im Hungry Cat zu probieren. Und dann ein Lammfilet im Quadrant. Meinen Sie nicht?« Solve zuckte ihre schwarze Kreditkarte der ECSB, auf der ihre Reisekosten verbucht wurden und die kein Limit kannte. »Ich zahle.« Hauptsache, wir finden ihn. London, England. 1. März 2013, 23.21 Uhr. Drei Stunden später. Der Algerier stand hinter einem der Bäume, die der Architekt des Four Seasons auf das Kanalufer der Temse gepflanzt hatte. Er hob das lichtstarke Objektiv seiner Kamera vors Auge. Solve lang aus Berlin, der er über Amsterdam bis hierher gefolgt war, die er am liebsten vögeln würde, während er ihr den Hals zudrückte. Und der Polizist aus England, ein Detektivinspektor mit einem massiven Herzproblem, wie er mittlerweile wusste. Einer von hier, einer, der sich auskannte. Die beiden klapperten seit Stunden ein schickes Lokal nach dem anderen ab, und D.I. Sherwood schien mit den meisten Kellnern bestens bekannt. Er kniete sich neben den Baum und zog ein Handy aus der Hosentasche. Mit einem Kabel verband er es mit der Kamera und lud die Bilder auf das Telefon, um zwei davon kurz darauf per E-Mail zu verschicken. Der Mann und die Frau. Er packte die Kamera in die Tasche und begann, seine Muskeln zu dehnen, als hätte er einen schnellen Zehn-Kilometer-Lauf hinter sich. Aus dem Gedächtnis wählte er eine Handynummer. Nachdenklich stand das Biest vor dem Kamin und betrachtete die züngelnden Flammen, als das Handy klingelte. Der Seelenverwandte, der Einzige, dem er jederzeit sein Leben anvertraut hätte. Langsam ging er zu seinem Schreibtisch. Er griff nach dem Telefon und nahm das Gespräch an, während er zurück vor die Feuerstelle humpelte. Sein Weinglas wartete auf dem Sims und er hasste es, wenn der Weißwein zu warm wurde. »Ich habe Ihnen Bilder geschickt.« Er stellte das Glas auf die blankpolierte Schreibtischplatte und erweckte den Computer zum Leben. »Ist sie das?«, flüsterte er, obwohl er es bereits wusste. »Der Mann ist ein Detective-Inspektor von der MET. Sie sitzen im Quadrant, diesem Restaurant vor Siesen.« »Das sehe ich«, sagte das Biest kalt, während sich in seinem Hinterkopf die Wut zu einer großen dunklen Wolke ballte. Es war sein Lieblingsrestaurant. »In diesem Moment reden Sie mit dem Manager. Sie zeigen ihm mein Foto.« Das Biest atmete schwer. »Ich vermute, es ist ein Foto von Ihnen.« Die gnadenlose Offenheit, mit der sein Seelenverwandter die gefährlichen Entwicklungen kommentierte, beruhigte das Biest. Er blickte aus dem Fenster hinunter auf die Wharf. »Töte sie«, forderte das Biest. Seine Stimmlage veränderte sich nicht. Er sprach über den Tod, als verlange er die Rechnung in einem Restaurant. London, England, 2. März 2013, 0 Uhr 2, eine halbe Stunde später. »Ehrlich, Wayne, das Dessert war göttlich«, sagte Solvay und fühlte sich ein wenig betrunken. »Und wir haben zumindest die Lieferadresse«, postete ihr Wayne zu. Als D.I. Sherwood mit ihr vor dem Hotel stand, schwankte sie leicht. Aber die kalte Luft tat ihr gut und der Alkohol, den sie im Lokal noch deutlich gespürt hatte, war verflogen. Sie verabschiedete sich von Wayne, obwohl er anbot, sie zu ihrem Hotel am anderen Ende der Innenstadt zu fahren, aber Solvay war nach einem Spaziergang zumute. Er äußerte sich besorgt, aber sie klopfte auf ihr Schulterholster mit der Jericho. Als Wayne gegangen war, stand sie allein in der Nacht. Sie lief Richtung U-Bahn vorbei an verwaisten Lieferanteneingängen und Tiefgaragenzufahrten und spürte den Luftrauch eine Sekunde früher, als sie der Schlag auf der Schulter traf. Was für ein Anfänger, dachte sie, als ihre Nerven den stechenden Schmerz an ihre Gehirnzellen übertragen hatten. Sie griff mit der rechten Hand in ihr Schulterholster und spürte den kalten Griff der Jericho, als sie erkannte, wie sehr sie sich getäuscht hatte. Luft. Scharf schnitt der Riemen in das weiche Fleisch ihres Halses und presste ihren Kehlkopf in ihre Speiseröhre. Ihr Rücken bog sich unnatürlich nach hinten, als sie einen fremden Körper spürte, der sie mit der Hüfte brutal Richtung Wand drängte. Gleichzeitig riss der Angreifer ihren Kopf an den Haaren nach hinten. Er drückte sie an die Wand. Sie spürte den rauen Beton durch den dünnen Stoff des Trenchcoats auf ihrer Haut. Beinahe jeden Stein einzeln, dachte sie, als die Luft aus ihren Lungen gepresst wurde. Er hatte den Riemen um ihren Hals ein wenig gelockert, um ihn sofort danach noch fester wieder zuzuziehen. Eine Hand tastete nach dem Schulterholster. Er zog die Waffe heraus und schleuderte sie nach links weg. In dem Moment, in dem das Metall auf dem Beton aufschlug, starb in Solve ein Stückchen Hoffnung. Sie spürte, wie sich eine Hand unter ihren Rock schob und ihn brutal nach oben riss. Ein Vergewaltiger? Welcher Vergewaltiger würde zielgerichtet nach meiner Waffe tasten? Solve bäumte sich auf und versuchte verzweifelt, die Finger ihrer linken Hand zwischen ihren Kehlkopf und das Seil zu bekommen. Denk nach, Solve. Natürlich wusste sie, dass es aussichtslos war. Der Zug der Garotte war viel zu stark. Zum ersten Mal, seit Solve Agentin der ECSB geworden war, hatte sie Angst zu sterben. Panische Angst. Hier würde es also zu Ende gehen. Auf den kalten Pflastersteinen hinter einem Hochhaus im Herzen Londons. Sie dachte an Will und dass sie ihn enttäuschen würde. Ein verzweifeltes letztes Mal bäumte sich ihr Körper auf, bevor er endgültig erschlaffte. Das war's. Sie hörte jetzt seinen Atem nicht mehr. Sie spürte die Schlinge nicht mehr. Der Sauerstoffmangel. Unendlich weit weg, dumpf wie durch Watte, hörte sie eine Stimme. »Metropolis! Nehmen Sie die Hände hoch!« Schritte. Rennen. Auf dem Asphalt. Unendlich weit weg. »Wir sehen uns wieder. Solve lang!« Ganz nah, flüsterleise, neben ihrem Kopf. Der Atem. Eine tonnenschwere Last wich von ihr. Ein Schuss knallte durch die leise Nacht. Sie hatte ihren Angreifer nicht einmal zu Gesicht bekommen. »Bleiben Sie stehen!« Die Schritte kamen näher. Jemand beugte sich über sie, drehte sie zur Seite. Eine Hand tastete nach ihrem Hals. »Solve!« Die Watte wollte nicht verschwinden. Ihr ganzer Kopf war darin versunken, wie verpackt in einem Karton. »Vorsicht, Glas!« »Solve!« Jemand berührte sie im Gesicht. Nein, irgendjemand schlug ihr ins Gesicht. »Vorsicht, Glas!« dachte Solve, als sie hochschreckte. Sie hustete und drehte sich zur Seite. Ihre Lungen kreischten, als sie die kalte Luft einsaugten. Jemand hielt sie im Arm. D.I. Sherwood. »Alles okay?« fragte er. Solve nickte zwischen zwei heftigen Hustenanfällen. »Er ist weg!« versprach Wayne. »Danke!« sagte Solve schlicht. London, England. 2. März 2013, 9.31 Uhr. Am Morgen danach. Als Solve am nächsten Morgen aufwachte, dröhnte ihr der Schädel. Ihre Klamotten lagen säuberlich zu einem Stapel gefaltet auf einem Holzstuhl neben dem Bett. »Sie müssen Solve sein,« begrüßte sie eine Frau Mitte 40. »Ich bin Maud, Waynes Frau.« Sie streckte ihr die Hand entgegen. Dann machte sie Solve Frühstück. Eine Stunde später und um eine Dusche und Mauds Lebensgeister weckender Eierkuchen reicher, trat Solve auf die Straße in dem Londoner Vorort und blinzelte in die Sonne. »Ihre Frau ist wirklich ein Schatz,« sagte sie zu Wayne, als er den Wagen aufschloss. »Ich weiß,« gab er zu. »Ohne sie wär alles nichts.« Solve glitt auf den Beifahrersitz und wählte Eddys Nummer in Amsterdam. Sie mussten die Wohnung in Augenschein nehmen, deren Adresse sie am Vorabend in dem Restaurant erfahren hatten. Sie brauchten dringend einen Hinweis darauf, wohin der Besitzer sich abgesetzt haben könnte. Allerdings würden sie sehr vorsichtig sein müssen, denn es war nicht auszuschließen, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass der Attentäter dort auf sie wartete. Oder in der Nähe. Aber nicht nur sie, sondern auch D.I. Sherwood musste eine Entscheidung treffen, die weitreichende Konsequenzen haben könnte. Nachdem sie aufgelegt hatte, beschloss sie, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Das war das Mindeste, was Sherwood erwarten konnte nach dem, was er gestern Abend für sie getan hatte. »Wayne, ich muss ihr etwas fragen,« begann sie vorsichtig. »Na, dann schießen Sie mal los,« antwortete er, ohne sein halsbrecherisches Tempo zu verringern. Solvee fragte sich, wohin sie fuhren, dass er es so eilig hatte. »Wir müssen in diese Wohnung, wenn das auch streng genommen natürlich vollkommen illegal ist, und ich hätte Sie gern als Absicherung dabei, falls uns der Mann von gestern Abend wieder einen Besuch abstattet. Aber es ist Ihre Entscheidung. Ich möchte Sie wirklich nicht zu etwas anstiften, das Ihre Karriere gefährden könnte.« D.I. Sherwood grinste. »Welche Karriere!« Sie erreichten die Wharf eine halbe Stunde später. Sherwood parkte vor dem geschlossenen Pub, und sie machten sich zu Fuß auf den Weg zu dem Apartmenthaus. Als sie in der Lobby an die Fahrstühle traten, ohne sich am Empfang anzumelden, kam ein gelangweilter Wachmann zu ihnen herüber. »Die gehen nicht ohne Karte.« »Haben Sie eine Karte?«, fragte er, obwohl er die Antwort kannte. Es gehörte vermutlich zum Service des Hauses, dass er sich Gesichter marken konnte und keine Bewohner behelligte. D.I. Sherwood hatte keine Lust auf ein Gespräch. »Wir haben eine«, sagte er und schwenkte seine Marke der Metropolitan Police. »Gefahr im Verzug 17. Stock, wenn ich bitten darf.« Zähneknirschend hielt der Wachmann seine Karte vor den Sensor und trat zur Seite. Die Tür des Fahrstuhls schloss sich hinter ihm, und Solveh war froh, D.I. Sherwood dabei zu haben. Ohne ihn hätte sie vermutlich wesentlich mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen. Auf dem Stockwerk wartete eine einzelne Tür auf sie, die von zwei marmornen Säulen gesäumt wurde. »Russischer Geschmack«, dachte Solveh, als sie das Schloss inspizierte. »Neuestes Modell, sehr hoher Sicherheitsstandard. Das war unmöglich zu knacken. Mist.« Doch D.I. Sherwood zog grinsend einen Handbohrer aus der Tasche und steckte ihn in den Zylinder. Manchmal war rohe Gewalt einfach der schnellste Weg. Wayne zog die Waffe. Solveh setzte ihre Brille mit der integrierten Kamera auf und holte Eddie ans Telefon, damit er ihren Einsatz aufzeichnen konnte. Der Fehler von gestern Abend würde ihr nicht noch einmal unterlaufen. Der Bohrer summte leise. Dann stieß Solveh nach einem Nicken zu Wayne die Tür auf, die Jericho jetzt ebenfalls im Anschlag. In der Choreografie, die bei allen Polizeibehörden auf der Welt ähnlich war, durchsuchten sie die Räume einen nach dem anderen. Die Wohnung war verwaist. Im Kamin des Arbeitszimmers stapelten sich noch die Scheiter eines Feuers. »Slang? Ich denke, das ist etwas für die Spurensicherung.« Eddie hatte natürlich recht. Trotzdem streifte sie ein paar Wegwerfhandschuhe über. »Nur eine Minute, okay?« Wenigstens den Schreibtisch wollte sie sich ansehen. Leider hing das Kabel, das normalerweise vom Monitor zu einem Rechner oder einem Laptop führte, ohne Verbindung hinter dem Schreibtisch herunter. Dafür war der Blick, wirklich fantastisch. Unter ihr schoben sich Ausflugsdampfer über die Themse und das gesamte südliche London lag ihr zu Füßen. Vorsichtig öffnete sie die Schubladen, aber in keiner fand sich auch nur ein winziges Stückchen Papier. Kein einziges Papier. In einem Büro. Mit einer bösen Vorahnung betrachtete Solvay die Reste der Feuerstelle. Bei Orléans, Frankreich. 2. März 2013. 16.54 Uhr. Fünf Stunden später. Das Biest saß auf dem Rücksitz einer dunklen Mercedes-Limousine, als das Handy klingelte. Der Bericht, den ihm sein Vertrauter lieferte, gefiel ihm nicht. Er ballte die Hand zur Faust, während der Algerier ihm erklärte, warum es ihm nicht gelungen war, diese Spezialagentin auszuschalten. Das Biest schenkte seinen Erklärungsversuchen keine Beachtung. »Kommen Sie nach Frankreich, oder Sie können sich Ihren Bonus in Ihre schleimigen, schwarzen Haare schmieren«, entschied das Biest und legte auf. Für den Fall, dass diese Frau in sein neues Haus kam, das sein Zuhause werden sollte, würde die tödlichste Waffe auf sie warten, die das Biest kannte. Und diesmal würde er nicht versagen. Cannes, Frankreich. 12. März 2013. 14.54 Uhr. Zehn Tage später. Solvay verbrachte den vierten Tag an der französischen Riviera und absolvierte das reguläre Touristenprogramm. Zurzeit gastierte wie jedes Jahr im März die weltweit größte Immobilienmesse in der Stadt, und Solvay hatte nichts dagegen, für die Ehefrau eines der Teilnehmer gehalten zu werden, während sie von morgens bis abends einen Kaffee oder ein Tonic Water nach dem anderen in den Bars entlang der Flaniermeile trank. Die zündende Idee war von Eddie gekommen. Es wäre Solvay nicht im Traum eingefallen, die Steuerunterlagen eines gewissen Alan Pears einzusehen. Er hatte eine hohe Zahlung an ein lokales, sehr exklusives Maklerbüro von der Steuer abgesetzt, obwohl sich in seinen Unterlagen kein Hinweis auf ein neues Haus finden ließ. Eddie war das sofort verdächtig vorgekommen, und deshalb hatte Will beschlossen, zumindest Solvay hierher zu entsenden, um dem Zufall auf die Höhle gebaut hatte. Dann würde er ihr früher oder später über den Weg laufen. Sie hatte entschieden, sich nicht aktiv nach ihm zu erkundigen. Zu frisch waren die Erinnerungen an London und seine daraus resultierende bisher erfolgreiche Flucht. Diesmal wollte sie ihn nicht aufschrecken. Solvay würde ihm folgen, sein Haus identifizieren, und dann würde sie mit einem SWAT-Team der französischen Polizei das Haus stürmen und ihn festnehmen. Das Biest war nach wie vor ein Phantom. Die ECSB hatte noch nie so wenig Hinweise auf eine Privatperson ausgraben können wie über ihn. Sicher war nur, dass er als reicher Mann in den frühen 90er Jahren nach England gekommen war und mindestens dreimal die Identität gewechselt hatte, bevor er sich unter dem Namen Alan Pears die Wohnung in der Wharf gekauft hatte. Auch seine Konten und Finanztransaktionen hatten sie bisher nur zum Teil entwirren können, und es würde ihnen wohl auch in Zukunft nicht gänzlich gelingen. Als sie die hiesige Filiale von Deutsche und Gabana betrat, ärgerte sie sich zum x-ten Mal darüber, dass irgendein Werbeheinz die grandiose Idee hatte, frisches Gemüse als Schaufensterdeko zu verwenden. Solvay fragte sich ernsthaft, welche Käufer damit angesprochen werden sollten, dass man angesichts der Armut dieser Welt auch noch die Chuzpa hatte, Essen wegzuwerfen. Im hinteren Teil des Ladens probierte ein Mann einen dunklen Anzug. Als sie an ihm vorbeistöckelte, stockte ihr plötzlich der Atem. Er lächelte ihr zu. Minzbonbons und ein sehr moschuslastiges Parfum. Ein sehr auffälliges Parfum. Sie lächelte zurück. Sie kannte diesen Geruch. Seit ihrer Fehlgeburt hatte sich ihr Geruchssinn im selben Maße zurückgemeldet wie ihre Klasterkopfschmerzen. Sie täuschte sich nicht. Ihr Geruchssinn täuschte sie niemals. Es traf sie wie ein Schlag ins Gesicht. Der Mann, der keine sechs Schritte von ihr entfernt einen 2000-Euro-Anzug anprobierte, war derselbe Mann, der sie in London beinahe vergewaltigt hätte. Der Mann war mittelgroß und hatte pechschwarzes Haar, dunkler Teint. Nordafrika, vermutete Solvay. Das Auffälligste an ihm war seine auffällige Unauffälligkeit. Jetzt blickte er zu ihr herüber. Nur die Gier in seinen Augen verriet, dass er kein netter Kerl von nebenan war. Er musterte erst ihre Beine, dann wanderte sein Blick an dem engen Kleid hinauf. Sie spürte, wie er versuchte, sie auszuziehen. Umso sicherer war sie sich, dass er sie nicht erkannt haben konnte, denn dann hätten ihn seine Gefühle verraten. Er hatte mit Sicherheit eine Stinkwut auf die Frau, die ihm entkommen war. Und Solvay hatte sein Versprechen, dass sie sich wiedersehen würden, nicht vergessen. Sie verließ den Laden und vor dem Schaufenster des Geschäfts nebenan holte sie ihr Handy aus der Tasche. Ihre Hände zitterten, als sie Eddies Nummer aufrief. »Eddie?« »Ich hab den Mann, der mich in London angegriffen hat. Er ist hier in Cannes.« »Bist du dir sicher?« »Ich dachte, du hast ihn gar nicht gesehen.« »Ich bin sicher. Das Parfum ist dasselbe und das ist nicht gerade Massenware. Und dazu dieselben Minzbonbons. Das kann unmöglich ein Zufall sein.« Eddie funktionierte wie immer, schnell und ohne viele Fragen zu stellen. »Okay, ich hab dein GPS-Signal und den Video-Feed von der Brille auch. Willst du Verstärkung?« »Noch nicht.« »Die Polizei ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Er muss uns zum Biest führen. Er darf auf keinen Fall die Lunte riechen.« »In Ordnung. Taxi ist bestellt, es wartet keine fünfzig Meter die Straße runter und ich lasse es dir in einigem Abstand nachfahren. Ansonsten gibt es noch eine Busverbindung von einer Halterstelle etwa hundertfünfzig Meter nach Osten.« Solvay bedankte sich nicht. So wenig reden wie möglich. Sie brauchte ihre Sinne für etwas anderes. Sie wechselte die Straßenseite. Unter den Palmen der Flaniermeile konnte sie ihn besser beobachten, ohne Gefahr zu laufen, sofort entdeckt zu werden. Immerhin hatte er Zeit genug gehabt, sich ihr nicht gerade unauffälliges Outfit einzuprägen. Was hier an der Strandpromenade als perfekte Mimikrie durchging, konnte sich bei einer Verfolgung durch die Stadt schnell in einen riesigen Nachteil verwandeln. Sie warf den Hut in einen Papierkorb am Straßenrand und setzte eine andere Sonnenbrille auf. Zumindest das beige Kleid stach nicht besonders ins Auge, was der Hauptgrund war, warum sie es ausgewählt hatte, auch wenn es ihrem hellen Torn nicht besonders schmeichelte. Keine fünf Minuten später verließ der Mann das Geschäft. Er blickte sich nicht um und Solvay vermutete, dass er ihre Begegnung längst vergessen hatte. Sie folgte ihm in einigem Abstand zu einem weißen Mittelklasse-Kombi, der am Ende der Corset parkte. »Eddie, jetzt wäre das Taxi gut«, sagte sie, und das Mikrofon in ihrer Brille übertrug ihre Worte digital nach Amsterdam. »Schon unterwegs.« Als der Mann den weißen Wagen aus der Parkbucht steuerte, hielt neben mir ein Taxi. So schnell wie möglich glitt sie auf den Rücksitz und bemühte sich, hinter dem Polster des Vordersitzes zu verschwinden. »Der weiße Wagen dort vorne. Und halten Sie mindestens vier Autos Abstand.« Neben ihnen hupte quäkend ein Motorroller. »Und wenn er an einer roten Ampel davonfährt?« fragte der Taxifahrer. »Dann fahren Sie über Rot, Monsieur. Ich verspreche, dass Sie keinen Ärger kriegen.« Der Fahrer, ein älterer Franzose mit dichtem Schnauzbart und wachen Augen, nickte. »Das will ich hoffen,« antwortete er und gab Gas. Er stellte sich als fähiger Autofahrer heraus, und sie erreichten nach einer knappen halben Stunde ein Wohngebiet. Am Anfang einer Sackgasse bat Solve den Fahrer, sie aussteigen zu lassen. Es war eindeutig zu auffällig, ihm dorthin mit dem Wagen zu folgen, und sie würde das richtige Haus ab hier auch alleine finden. Mit gezogener Waffe lief sie die Straße hinunter. Die Villen, die hier am Hang über der Stadt thronten, wirkten allesamt Millionen schwer und lagen nicht direkt an der Straße. Die Mauern waren hoch genug, dass sie sowohl ihren Bewohnern als auch Solve ausreichend Deckung boten. »Solve«, meldete sich Eddie mit warnendem Unterton. »Du weißt, dass du nicht alleine weitermachen kannst, oder?« »Ich weiß, Eddie.« Ohne ihr Tempo zu verringern, schlich sie weiter die Mauern entlang und suchte den weißen Mercedes. Vorbei an einem modernen Bungalow mit einem riesigen Außenpool, einem weinroten Geländewagen, einem verlassen wirkenden Haus mit Doppelgarage, beide geschlossen, die Fensterläden verrammet. Solve erreichte das Ende der Sackgasse. Nur noch eine Villa lag dort, ein schmiedeeisernes Tor versperrte eine lange Kiesauffahrt. Das gelbe Haus, das mindestens 500 Quadratmeter Wohnfläche haben musste, lag fast auf der Spitze des Hügels, und davor stand der weiße Mercedes. Sie duckte sich in den Schatten eines Baumes, der über die Mauer des Nachbargrundstücks ragte, und warf einen Blick auf die Uhr. Viertel vor fünf. »Ich habe ihn, Eddie.« »Ja, ich hab's gesehen. Das SWAT-Team ist informiert. Sie brauchen eine knappe Stunde. Vielleicht geht es etwas schneller.« »Okay«, sagte Solve, ohne es zu meinen. Eine Stunde war vollkommen inakzeptabel. Was, wenn das Biest gar nicht zu Hause war? Was, wenn die beiden mit dem Auto wegfuhren? Nein, sie musste näher an das Haus heran. Und zwar nicht erst in einer Stunde, wenn endlich die Kavallerie anrückte. »Salve? Was hast du vor?«, fragte seine entgeisterte Stimme aus Amsterdam, als sie sich über die niedrige Mauer in den verwilderten Garten des Nachbargrundstücks schwang. Sie ignorierte Eddie und lief gebückt in Richtung der Doppelgarage. Geschützt vor Blicken aus der Villa legte sie sich einen Weg zurecht, der möglichst wenig Angriffsfläche bot. Von irgendwo hinter dem Haus hörte sie die startenden Rotoren eines Hubschraubers. »Eddie, ich brauche einen Bauplan von dem Haus.« »Ich hab ihn doch schon rausgesucht«, seufzte er. »Auch wenn ich es nicht gutheißen kann, was du vorhast, und Theta wird dich einen Kopf kürzer machen. Aber da du ja sowieso machst, was du willst, kriegst du ihn.« Solve holte das Handy aus der Tasche und rief die Blaupause auf, die Eddie aus dem Grundbuch der Stadt gezogen hatte. Es war eine der größten Leistungen von Theta bei der Gründung der ECSB gewesen, dass er durchgesetzt hatte, Zugriff auf alle denkbaren Datenbanken in den EU-Staaten zu bekommen. Solve skräute sich durch die Stockwerke, bis sie in etwa eine Ahnung davon hatte, wie der Grundriss aufgebaut war. Sie markierte einige Punkte auf dem Plan, damit Eddie wusste, was sie vorhatte. »Ich versuche, von hier bis zu dieser Tür zu kommen. Dann weiter in den ersten Stock. Der Heliport kann ja nur hinter dem Haus sein, bei der Hanglage die einzige Möglichkeit.« Ihr Atem ging schnell. Ihr Körper spürte die Gefahr, noch bevor Solve darüber nachdachte. »Ich werde versuchen, sie auf der Terrasse abzufangen.« Sie blickte zurück zur Straße. Jenes verdammte Bauchgefühl wollte einfach nicht verschwinden. »Egal.« Sie schraubte einen Schalldämpfer auf ihre Jericho und klemmte das Handy unter ihren BH. »Auf geht's, Eddie. Und drück mir die Daumen, dass Sie keine Hunde haben.« Sie hechtete über die Hecke und sprintete los. »Noch hundert Meter. Noch fünfzig Meter. Keine Schüsse. Vermutlich waren sich Solve gegen die Tür. Ihr lief die Zeit davon.« Im Kopf holte sie den Plan des Hauses zurück und traf dann eine Entscheidung. Sie hörte Stimmen. Drei oder vier. Sie klangen hektisch und eine bellte Befehle auf Englisch. »Holt die Taschen!« Jetzt oder nie. Sie riskierte einen Blick um die Ecke. Ein Wachmann im dunklen Anzug starrte in ihre Richtung. Der Mann aus London trug eine Tasche zum Helikopter. Ein Mann in einem weißen Leinenanzug stand mit dem Rücken zu ihr. Das Biest. Sie zog sich hinter die Ecke zurück, damit der Wachmann sie nicht doch noch entdeckte. Sie erwog ihre Optionen. Nein, besser wurden ihre Chancen nicht. Aber sie würde verdammt gut zielen müssen. »Eddie? Wie lange noch für das Wattteam?« »Halbe Stunde mindestens.« Zu lang. Sie würde es alleine zu Ende bringen müssen. Sie atmete dreimal tief ein, um ihren Puls zu beruhigen. Eins, zwei, drei. Dann trat sie aus der Deckung und zielte auf den Wachmann. Als er sie sah, griff er zu seiner Waffe. Plopp, plopp, spuckte die Jericho in schneller Folge zwei Kugeln aus. Beide trafen den Bodyguard in den linken Oberschenkel. Mit einem gellenden Schrei des Erstaunens sackte er in sich zusammen. Das Biest drehte sich zu ihr um. Solvee blickte in die kältesten Augen, die sie je gesehen hatte. Sein Gesicht war rundlich, die Zähne weiß, das Haar kurz. Er sah aus wie ein Grundschullehrer, der im Lotto gewonnen hatte. Sein Mund verzerrte sich zu einer Wutfratze, als er ihre Waffe sah. »Bleiben Sie, wo Sie sind!« schrie Solvee. »Und ich will Ihre Hände sehen!« Zwei feingliedrige Hände wuchsen in den Himmel. An einem Handgelenk prangte eine goldene Rolex mit Diamanten. »Sie werden mich niemals kriegen, Agent Solvee Lang!« Woher kannte er verdammt noch mal ihren Namen? Als ihr Angreifer aus London vom Helikopterlandeplatz zurückkehrte, beschlich sie eine Ahnung. Der Lauf ihrer Waffe wechselte im Sekundentakt von einem zum anderen, als sie ihm bedeutete, sich neben seinem Boss zu stellen und ebenfalls die Hände zu heben. Er musterte sie lüstern und grinste. »Warum grinst er?« fragte sich Solvee. »Ihm wird das Grinsen schon noch vergehen«, dachte sie und bewegte sich langsam auf die beiden zu. Der Wachmann lag noch immer wimmernd am Boden. Solvee bückte sich, zog ihm die Waffe aus dem Holster und warf sie in hohem Bogen ins Gras. Weiterhin fixierte sie die beiden Männer mit ihrer Jericho. Sie hatten keine Chance, bei der kleinsten Bewegung würde sie abdrücken und die beiden wussten das. Die einzige Frage war, warum er immer noch grinzte. Er hatte gewusst, dass sie kam, schoss es ihr durch den Kopf, während sie sagte, »Eddie, ich hab sie.« Warum das Grinsen? Grinsen. Grinsen. »Hierende, ich habe immer noch nicht den Kopf, in die Scheidung hinein und die steal. »Wa ظ $9. bringing her aufs明白, persönliche St det spiel und carnage. »Juvuhr Solve erkannte ihren schrecklichen Fehler noch in der gleichen Sekunde, als sie plötzlich den kalten Lauf einer Waffe an der Schläfe spürte. Sie roch Mandel- und Jasminnoten. »Das glaube ich nicht«, sagte eine eiskalte Frauenstimme. Solve nahm die Hände hoch. Die Jericho wies nutzlos gern Himmel. Sie blickte nach links. Eine sehr attraktive blonde Frau in den Vierzigern, in einem überaus eleganten Kostüm, bedrohte sie mit einer kleinkalibrigen Browning. Ihre blauen Augen schienen noch ein paar Grad frostiger als die des Biestes. Seine Gefährtin. Nicht weniger gefährlich. Solve musste Zeit gewinnen. War sie seine Ehefrau? Solve versuchte, sich an ein Foto zu erinnern, das sie einmal von ihr gesehen hatte. Es war durchaus möglich. Also war die Geschichte über ihre Ermordung eine Lüge? Der Grund, warum man ihn das Biest nannte, war eine Lüge? Werfen Sie die Waffe weg, verlangte die Frau. Solve gehorchte. Sie hatte wohl keine Wahl. »Wieso überhaupt dieser Name, das Biest?«, fragte Solve gepresst. Wenn die Frau nicht sofort schoss, wusste sie, dass sie ihren Tod zumindest etwas hinauszögern konnte. Eine halbe Stunde, hatte Eddie gesagt. Ein nutzloses Unterfangen. Die gealterte Schönheit begann zu lachen. »Wissen Sie, ich habe nie verstanden, wieso alle immer davon ausgingen, dass er mich umgebracht hat. Die Leiche im Garten war die seiner damaligen Geliebten, seiner ersten von vielen. Ich habe ihn gezwungen, sie umzubringen, zu zerstückeln und zu vergraben.« Die Frau des Biestes lachte immer noch, hell, hämisch. Solve schluckte. Das Biest hatte eine Gefährtin, zu der sein Spitzname kaum weniger passte. Das Biest und das Biest. Eine tödliche Verbindung. »Ist nicht das Biest immer dasjenige, welches die schwächere Kreatur tötet? Ist nicht das Biest einfach eine andere Bezeichnung für den Sieger?«, fragte die Frau mit ihrer hellen Stimme und richtete plötzlich die Waffe auf ihren Ehemann. Keine Sekunde später drückte sie, ohne zu zögern, ab. Ein Schuss löste sich und auf seiner Brust bildete sich ein kleiner roter Punkt, der schnell grösser wurde. Mit erstaunt aufgerissenen Augen sackte er auf die Knie. Aber er war noch nicht tot. Der Vergewaltiger kam auf sie zu. »Sollte er seine Fantasie am Ende doch noch ausleben können?«, fragte sich Solve, die sich nicht traute, sich auch nur einen Zentimeter zu rühren. Sein Blick starrte in ihre Seele und zog sie dort aus. Er stand kaum einen Meter vor ihr, und sie roch wieder die Minze und den Moschus. »Wie recht du hast, Schatz,« sagte er unvermittelt und ließ Solveys Blick los. Er fasste mit der Hand um die Taille der Frau und strich ihr sanft über den Rücken. »Darf ich?«, fragte er und griff nach der Waffe. »Natürlich, Liebster,« sagte sie kalt. Er nahm die kleine Pistole und ging zu dem Mann, von dem Solve angenommen hatte, dass er das einzige, das wahre Biest in diesem unsagbaren Spiel war, das schon so viele Menschenleben gekostet hatte. Sie dachte an die Kinder und an den zukünftigen Krebs und entschied, dass es ihr egal war, wie viele von den Biestern auf dieser Terrasse heute starben. Sie würde nicht überleben, das war ihr klar. Aber wenn sie auch noch einen von ihnen mit ins Grab nehmen konnte, war ihr das nur recht. Jetzt stand der Dunkelhäutige über dem Russen, dem er seine Frau ausgespannt hatte, und drückte die Pistole an seine Stirn. »Es tut mir wirklich leid, du mein so cleveres Gehirn, das einen so perfekten Plan ausgeheckt hat. Vielleicht hättest du doch sie einmauern sollen, statt deiner Geliebten. Aber so bleibt das alles nur eine Legende mit tragischem Ausgang. Denn sie«, er blickte zu der Frau, die ihn aufmunternd ansah, »sie gehört schon lange zu mir.« Dann drückte er ab. Blut und Gehirnmasse spritzten auf den Holzboden der Veranda. Der Dunkelhäutige Mann lächelte triumphierend und blickte dann plötzlich Solve unverwandt in die Augen, bohrend. »Und nun zu dir, Schätzchen«, sagte er leise, und seine Stimme klang wie das Zischeln einer Schlange. Solveys Magen krampfte sich zusammen. »Oder sollen wir sie mitnehmen?« »Was meinst du, Schatz?« »Wir könnten sie einmauern wie die andere.« Sein Vorschlag hing wie eine dunkle Verheißung in der Luft. Solve ahnte, was das bedeuten würde. Und sie würde eher sterben, als sich von diesem Psychopärchen quälen zu lassen. Sie betrachtete seinen lüsternen Mund und ihre grell geschminkten Lippen. Und dann traf sie eine Entscheidung. »Nein!« schrie Solve und wollte sich gerade in einem letzten Akt der Verzweiflung nach vorne stürzen, als plötzlich ein weiterer Schuss krachte, von weiter weg. Der Mann war getroffen. Sein Körper stürzte in einer grotesken Drehung auf den des Russen. Die zweite Leiche. Die Frau starrte ungläubig zu Solve herüber, und sie starrte zurück. Die Frau hatte nicht gefeuert. Sie waren beide wie gelähmt. Solve fing sich als erste und hechtete in Richtung ihrer Pistole, die immer noch auf der Veranda lag, wo sie sie zuvor hatte fallen lassen. Sie hob die Waffe in der Sekunde, als jemand das Feuer eröffnete. Die Frau wurde von einem großen Kaliber in die Brust getroffen, das ihre Bluse zerfetzte. Blut spritzte auf Solveys nackte Füße. Dann wurde es still. Der Hubschrauber hatte die Motoren abgestellt, und auch der Wachmann wimmerte nicht mehr. Wer hatte geschossen? Viel später, als es nötig gewesen wäre, nahm Solve die Hände herunter. Der Schütze war ihr nicht feindlich gesinnt, oder? Sonst hätte er längst wieder abgedrückt. Trotzdem suchte Solve hinter einer großen Toppflanze Deckung. Man konnte nie wissen. Die Schüsse mussten aus dem leerstehenden Nachbargebäude gekommen sein. Sie suchte die Fenster nach dem Angreifer ab, konnte aber niemanden entdecken. Wer hatte sie gerettet? War es ein unsichtbarer Beschützer, der ihr die ganze Zeit gefolgt war? Wenn ja, wer käme dafür in Frage? Plötzlich fiel ihr ein, wen sie in der Hektik, den Computerspezialisten aus Russland zu befragen, nachdem das U-Boot angekommen war, gar nicht vermisst hatte. War das möglich? Nach dem Anschlag in London hatte sie gedacht, ihr Angreifer sei für das mulmige Bauchgefühl verantwortlich gewesen. War es möglich, dass ihr mehrere Personen gefolgt waren? Hatte sie sich deshalb auch in Cannes immer umgedreht, ohne jemals jemanden zu entdecken? Ein zweites Mal suchte sie jedes Fenster des Hauses ab. Diesmal glaubte sie, einen Schatten im zweiten Stock bemerkt zu haben. Aber sie konnte sich täuschen. Plötzlich klingelte ihr Handy, eine SMS. Sie rief sie auf, noch während sie den Garten des Hauses im Auge behielt, von einer unbekannten Nummer. Die Nachricht bestand nur aus zwei Wörtern. Auf einmal lächelte Solve. Für Jael. Sie war nicht paranoid geworden. Sie hatte nur Gut und Böse verwechselt. Dann setzte sie sich auf die Dielen der Veranda, lehnte sich mit dem Rücken an die Toppflanze und wartete auf die französische Polizei. Epilog Amsterdam, Niederlande, 23. März 2013, 19.28 Uhr, knapp zwei Wochen später. Solve musste die beiden Flaschen abstellen und die große Tüte in die linke Hand nehmen, um die Tür zu ihrer Wohnung an der Prinsengracht aufzuschließen. »Jemand zu Hause?«, rief sie. »Ich bin hier«, kam es aus dem Wohnzimmer zurück. Marcel schrieb seit Wochen an einem Artikel über Davidoff, für den der Echo ihn gefeuert und die Le Monde eingestellt hatte. »Ich habe Sushi mitgebracht. Und Gurkensandwiches.« Sie stellte beides demonstrativ vor ihn auf den Schreibtisch. Sie lächelte. »Können wir jetzt auf den Pulitzerpreis anstoßen?« »Na ja«, bemerkte Marcel, »das vielleicht nicht gerade.« Sie stießen an. »Obwohl«, setzte er nach, »wenn mir der Oberst nicht die Kamera abgenommen hätte, dann vielleicht schon.« Er grinste. »Nimm mich in den Arm, Marcel«, verlangte Solve, die plötzlich eine tiefe Müdigkeit verspürte. Es war vorbei. Sie hatten Europa vor einer unvorstellbaren Katastrophe bewahrt. Und sie hatte ein Kind verloren. Kein zu großer Preis, oder doch? Plötzlich gesellte sich zu ihrer Müdigkeit eine große Zuversicht. Sie wusste nicht, woher sie kam. Vielleicht lag es einfach an Marcel und an seinem Geruch, den sie jederzeit unter Tausenden von Männern wiedererkannt hätte. Er streichelte ihre Wange und drückte sie dann ein Stück von sich weg, um ihr in die Augen zu sehen. »Möchtest du, dass wir es noch einmal probieren?«, fragte Marcel. Solve wunderte sich, dass sie seine Frage nicht erstaunte. »Ich weiß nicht, Marcel. Wir werden sehen.« »Okay«, sagte er schlicht, »das Beste, was er sagen konnte.« Er hielt sie noch eine Weile fest, bis sie hinter seinem Rücken nach ihrem Champagnerglas griff und sich aus seiner Umarmung wand. »Und übrigens, was diesen Pulitzerpreis angeht?« Marcel hob eine Augenbraue. Solve kramte in ihrer Handtasche. »Da habe ich, glaube ich, eine Idee«, sagte sie und hielt triumphierend ihre dickrandige Brille in die Höhe. Marcel blickte sie verständnislos an und Solve grinste, als sie ihm zuprostete. »Auf die Zukunft, Marcel.« Alles wird gut.